Bravo, Amir. Du bist da vier geboren. Du bist da vier geboren, Amir, wirklich. Du bist da richtig. Er hat einfach Asr. Du weißt ja, Fajr hat zwei Rakat. Fajr, Zor, vier, Asr, Vagreb, drei und Isha, wieder vier. Richtig. Er hat einfach ein Fasselgebet mit zwei Rakat gemacht. Und die Muslime haben sich gewundert. Die sagten, hä, was machst du da, Mohammad? Warum willst du so einen Fasselgebet? Ich will nicht wissen, was er alleine, wenn er zuhause ist, was er dann macht. Ich glaube, der betet mal gar nicht. Überhaupt nicht. Das ist heftig. Der hat sogar Suren aus dem Koran vergessen. Er musste von einem anderen Mann daran erinnert werden. Da hat er einen Mann abends Rezitieren gehört, hat er gesagt, Oh Allah, habe Gnade an ihn, dass er mich an diese und diese Sure aus dieser und diesem Vers erinnert hat. Wahnsinn, ne? Mohammed hat also Gedenkislücken gehabt. Der beste Mensch, der je gelebt hat, sagen die Muslime zu mir. Wie ist die Suche, Amir, mein Lieber? Weil ich habe die jetzt gerade im Handy, ich kann nicht raus. Ich habe dir diese Suche geschickt, wo steht im Koran, ich glaube, die Suche von Mariam. Oder Mariam, Mariam 33. Ja, wo er sagt, Salamun Alaia, Salamun Alaia, Yawma Wullittu, Yawma Amutu, Yawma Ubaifu Hayyan. Richtig, die Vers 33, genau. Siehst du, Dr. Scherer Amir ist gut dabei, ne? Ja, du bist echt sehr gut, zu gut sogar, zu gut für diese Woche. Nein, der ist gut. Wir sind nur selbst. Hier sagt er, und Friede sei mit mir am Tag meiner Geburt und am Tag meines Todes und am Tag meiner lebendigen Auferstehung. Warum steht sowas im Koran, wenn ihr zum Beispiel sein Todes verleugnet und sein Auferstehen verleugnet, ihr Muslime? Warum steht das denn im Koran? Der Koran hier bestätigt, dass der Jesus getorben ist, er war tot und er ist wieder auferstanden. Oder ihr wisst nicht, dass sowas überhaupt existiert, ihr Lieben, gell? Ihr wisst nicht, dass es so ist. Und Friede sei mit mir am Tag meiner Geburt und am Tag meines Todes und am Tag meiner lebendigen Auferstehung. Das ist eine Bestätigung vom Koran, dass der Herr Jesus Christus geboren, gestorben und auferstanden ist. Es gibt hier nichts mehr zu sagen. Guck mal, der Koran selbst bestätigt sowas. Oder ihr könnt kein Arabisch lesen, natürlich. Oder da kann man nicht übersetzen, wie immer. Ihr könnt kein Arabisch, alle können kein Arabisch. 99% der Muslime können kein Arabisch und gehören einfach dieser Religion an. Ja, genau. Oder man kann es nicht übersetzen, diese Arabisch. Naja, das ist dann, weil sie sich schämen. Das ist dann, weil sie sich schämen, den Grund und Boden schämen. Du bist keine Gelehrte. Ja, und der das geschrieben hat, der ist ein Gelehrter, ja. Der hat es gelernt und der war in der Asheri Schule, ja. Und du bist ein hochrangiger Gelehrter, ja. Dann zeig uns dann, was sagt er damit mit dieser Sura? Was will er damit sagen? Komm. Hier, man braucht keine Gelehrter zu sein, um sowas zu verstehen. Das ist doch deutlich. Wer jemand Moral und Ethik hat, der kann sowas ganz normal verstehen. Wer jemand Arabisch kann, der kann das ganz genau übersetzen. Ja? Vielen Dank. Vielen Dank. Ich sage euch, ihr Muslime, ich gebe euch zehn Gründe oder sogar mehr, wie ihr möchtet. Zehn Gründe, den Islam zu verlassen. Oder ihr seid verloren für ewig. Ihr seid verloren. Der erste Grund, der Islam ist ein patriarchisches Rechtssystem. Der Islam ist nicht nur eine Religion, sondern auch ein von Männern beherrschtes, gewalttätiges Rechtssystem. Und das bezeugt sowas die Sura 5, Al-Ma'ida, Vers 33. Liegt das selbst. Der Islam ist darüber hinaus eine politische Anschaffung, die aus Versen des Koran, aus dem Leben des Propheten und aus anderen Überlieferungen abgeleitet wird. So, zweitens. Der Prophet ist alles andere als ein ethisches Vorbild. Mohammed, der Prophet des Islam, soll von Gott gesandt sein. Und sein Leben, seine Handlungsweisen gelten als unweisend für die gesamte Menschheit. Ja, komplett das Gegenteil. Was für ein Prophet, der von Gott gesandt ist, fördert ja die Menschen, dass die Auserwählte, die Ungläubige töten. Die nicht an Gott, an Allah und an seinen Prophet glauben. Das ist doch Zwang. Das ist doch Zwang im Glaube. Das heißt, du musst glauben, an was ich glaube. Wenn nicht, kriegst du Nackentherapie. So, das ist der zweite Grund. Er führte Kriege, zwang Menschen, auch ihren früheren Glauben abzulegen. Und er ließ Gefangene Nackentherapie haben. Und das Siegen allein reichte ihm nicht. Er raubte den Besitz von Menschen, von den Gefangenen. Und er setzte in Brand Hülsen und Baumstand. Er hat alles gemacht, um eine Macht zu gewinnen. Ich habe verschiedene Gründe zu den Muslime genannt. Ich war jetzt dabei, dass sie den Islam verlassen. Sonst sind sie dann für immer und ewig verloren. So, der zweite Grund, wie ich gesagt habe, da war alles andere als ein Vorbild. Er heiratete als 52-Jähriger ein Kind. Mit sechs, aber mit neun ist er mit ihr reingegangen. Neunjährige Reiche. Er hielt noch über ein Dutzend Frauen, die er von seinen Raubzügen gegen andere Stämme als Kriegsbeute mitgebracht hatte. Wameleket Yaminuke heißt das. Nachdem er aber ihre Familie ermordet. Er hat es über seinen Dschihadisten erlaubt, vorübergehende Ehen einzugehen. Das heißt, ja, diese Mutter-Ehe. Diese unmoralische Handlung hat der Mohamed erlaubt. Unglaublich. Er hat aber nicht nur das. Geld, sondern kannst du dich an ihr befriedigen und das war's. Richtig. Nicht nur das hat er diese Frauen genommen. Er hat vorher schon, guck mal, was für schreckliche Ereignisse müssen passieren. Ja. Frali 5117 bitte aufschlagen. 5117. Ja. Damit die Leute auch glauben. Damit sie selber alles aufschreiben und das in ihren eigenen, also sehr viele Muslime dann rausholen aus dem Islam. Ja. 5117. Es muss wie so ein Schneeball-Effekt sein. Ich zeige euch das allen. Ich schreibe das auf und setze das selber in euren Diskussionen ein. Und zeige den Muslimen, dass Mohamed niemals ein Prophet war. Das ist euer Hadith. Hier steht das. Ja. 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 Ich habe euch befohlen, euch zu, ja, sag mal, wie soll ich das sagen? Ich habe euch tatsächlich den Erlaubnis gegeben, Spaß zu haben. Also genießt es. Mohamed gibt also den Muslimen der Erlaubnis, so viel Sinn anzubegehen, bis sie sich die Balken wegen. Unter dem Denkmal, das heißt, ein Muslim kann eine Frau für eine gewisse Zeit heiraten, mit der Bedingung, dass sie sich auch wieder scheiden lässt. Das ist das absolut Krankeste, was es gibt. Muslime haben mehr Moral als ihre eigene Religion. Krass, ne? Und das steht in euren Hadithen, ob ihr das wollt oder nicht, es steht so, ihr könnt nichts daran ändern. Geht nach Hause und legt diesen Hadith einfach auf und liest das selbst. Wir haben das nicht von uns selbst aus dem Kopf erfunden. Mariam, geh bitte zu Al-Tafsir, komm. Ja. Sehr gut, Katajinka, Malenka, sehr gut, ich habe die Islam verlassen, wundervoll. Gott segne dich für deine Entscheidung. Glückwunsch, meine Liebe. Du hast das die beste Entscheidung in deinem Leben gemacht. Mariam, geh mal bitte zur Sura 38, Vers 23. Ja. Und schau mal, was der Tafsir Al-Kurtebi sagt. 38, 23. Ja. Al-Kurtebi, okay. Ich guck mal hier. Tafsir. Und schau mal hier. Und schau mal, was der Tafsir Al-Kurtebi. Und schau mal, was der Tafsir Al-Kurtebi. Dankeschön, Dankeschön. Alles fit? Ja, bei dir? Ja, auch muss. Was machst du? Bist du am Arbeiten? Ja, sieht so aus. Ja, muss, muss, ne? Man muss sich die Brötchen irgendwie verdienen. Die Brötchen muss man sich irgendwie verdienen. Warum hört man dich auf einmal so leise? Hallo? Hallo? Kannst du mal näher kommen an den? Ja, jetzt ist gut. Hört man mich jetzt? Ja. Hörst du mich? Ja. Okay, aber irgendwie ist deine Verbindung sehr schlecht. Also, das steht auch in den Kommentaren. Also, irgendwie. Man hört mich sehr gut, aber... Ich habe eine Verstoßverwarnung. Okay, jetzt geht's wieder. Nein! Nein, nein, jetzt geht's, jetzt geht's. Alles gut, alles gut. Jetzt geht's wieder. Ja, ich habe eine Verstoßverwarnung bekommen. Ich muss raus und wieder rein. Ey, das kann nicht wahr sein. Ja, dessen Seele muss wirklich schwarz und dessen Verstand muss wirklich finster sein. Da hast du vollkommen recht. Ja, da hast du vollkommen recht, dass das Gehirn nicht mehr arbeitet, ja. Ich habe eine ganz kurze Frage. Also, ich bin unwissend. Ich bin ehrlich, ich bin unwissend, was Religion so angeht. Ich bin selber Muslim, aber ich habe eine ganz kurze Frage an das Christentum. Und zwar, das Alte Testament bleibt ja bestehen, oder? Ja. Okay, super. Aber laut dem Alten Testament darfst du gar nicht zum Friseur gehen. Was? Laut Leviticus 19, 27 darfst du gar nicht deine Haare schneiden. Laut Leviticus 19, das ist doch der alte Bund mit Israel. Was erzählst du da für ein Schrott? Ja, aber ist doch das alte Gesetz, oder? Was? Ist doch das alte Gesetz, oder nicht? Ja, man merkt richtig, dass du überhaupt gar keine Ahnung hast, ne? Hast du schon richtig gesagt, dass du überhaupt keine Ahnung, weder vom Islam noch von der Bibel, überhaupt vom Alten Testament und vom Neuen Testament hast, richtig? Aber das ist doch das alte Gesetz, oder nicht? Ja, stehe ich unter altem Bund, oder was erzählst du da? Nein, aber das gilt doch auch für dich. Die Gesetze gelten doch für dich. Du hast doch gerade gesagt, nein. Nein, 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 das stimmt nicht. Das stimmt gar nicht. Nein, wir stehen unter dem Neuen Bund. Mein Lieber, warum blamierst du dich? Warum kommst du hier hoch und blamierst dich? Nein, ich habe doch gesagt, ich frage. Warum kommst du hier hoch und blamierst dich mit altem Testament und versuchst das an den Heiden, die zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kamen, so wie ich, Malia, und die ganzen anderen hier, aufs Alte Testament wieder zurückzubringen. Warum? Warum? Aber das Alte Testament bleibt bestehen, dass die Gesetze bleiben bestehen. Bleibt bestehen für die Juden, für die Juden, die nicht ihre Messias anzitiert haben. Aber Hebräer 10, 28. Was ist denn jetzt, mein Lieber? Hebräer 10, 28. Diejenigen, die das alte Gesetz verwerfen, sollen vor zwei, drei Zeugen getötet werden. Ne, oder? Aber guck mal, du bist... Also was wird das jetzt bringen? Ist das jetzt eine Wand für dieses Thema? Nein. Ob wenn er jetzt seine Haare schneidet, oder? Ich hatte jetzt eine Sünde begangen. Warum kommst du hier mit Fersen, schmeißt du den Fersen um dich herum und sagst überhaupt nicht, was du da machst? Warum machst du das? Nein, aber warum lachst du? Dann erklär es mir doch. Warum reißt du alles immer aus dem Kontext? Warum? Im Kontext? Dann erkläre es mir doch. Lies uns mal bitte. Ich bin gerade am Fahren. Ich kann nicht die Bibel zur Hand nehmen und die Bibel aufschneiden. Lies uns mal bitte vor, was du gerade eben gesagt hast. Ich habe gerade auch keine Bibel vor mir. Okay. Und wo hast du das rausgeholt dann? Dann kippt ihr hier raus, ey. Will er mich enttäuschen? Raus mit dir! Raus, hab ich gesagt. Wo wird das jetzt rausgeholt? Ich wusste nämlich, dass er einfach irgendeinen Schwachsinn gegoogelt hat und dann kommt er hin mit seinem Blödsinn, den er selber noch nicht mal kontrolliert hat. Guck mal jetzt. Jetzt habe ich hier eine Verstoßnerwarnung bekommen. Kein Problem. Machen wir wieder von neu. Bis gleich. Ciao. Sehr junge Leute. Ja, eine schöne Anregung. Und für alle. Es ist wirklich, wenn ich wieder ins Verliebe bin. Ich weiß doch nicht, wenn es ohne die, die alle verliebt sind. Doch wollen wir das? Ab nächstem ersten. Mal probieren. Romy, hättest du die Metz nicht spielen oder was? Mal gucken, ob er es gleich wieder schafft von euch. Die kommen extra hier rein, um nur zu melden. Ihr gebt nicht nur mehr Anspruch. Ihr macht nicht nur weiter, dass ich noch weit noch heftiger werde. Und wirklich grüßt der Mummeltier. Amir, Bruder, warum sperrst du Unterstützer von dir? Wer hat einen Unterstützer gesperrt? Äh, Serbatius. Wie? Unterstützer sperren. Was ist denn passiert? Wer ist denn gesperrt worden? Danke, Alite. Der TC ist hier Moderator. Und, äh, Alexa antwortet. Und Cosinus glaube ich auch, oder was, ne? Hallo? Nein, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Was kann ich für dich tun, mein Bester? Ähm, kannst du dich an mich erinnern? Ich führe tagtäglich hunderte von Gespräche, Alter. Tut mir leid, mein Lieber. Ich wollte dir fragen, warum du, warum du den Islam so schlecht machst. Ja, findest du die Verse schlecht, die ich erwähne? Also ist der Islam schlecht. Welche Verse? Er heißt, warte mal, lieber Amir, dank dir hat mein Freund den wahren Glauben gefunden. Kannst du ihn grüßen? Er heißt Zoll. Ja, schöne Grüße an Zoll. Sehr gut gemacht. Ja, zurück zum Thema. Warum redest du den Islam schlecht? Ja, die Verse, die Schnelle, sind die schlecht? Was für Verse? Ja, zum Beispiel, dass Mohammed gesagt hat, ihr könnt euch Frauen mieten zum Weichschlaf und dann könnt ihr euch wieder scheiden lassen. Findest du sowas gut? Meinst du, dass der Islam nicht die wahre Religion ist? Ja, anhand dieser Moral und Ethik merken wir, dass er gar kein Prophet war. Du weißt ja, alles, was er sagt, hat er ja von Allah. Also ist jedes Gebet, das ich gemacht habe, jeden Tag umsonst gewesen? Alles umsonst. Meine Eltern haben mich belogen. Mein ganzes Leben war eine Lüge. So ist das. So wie wir eines Tages auch aufgewacht sind aus diesem Traum, so wirst du auch eines Tages aufwachen. Dank dem Internet hat der Islam keinerlei Chance mehr. Keine Chance. Mein Lieber, aber deine Eltern, die können nichts dafür, weil die hatten ja früher kein Internet und die waren unwissend. Die haben den Islam einfach nur so bekommen. Verstehst du? Die haben nie gefragt hinterher, warum ist das so? Oder in den Suren, in den Hadithen. Die haben noch nie davon gewusst. Ihr habt den Islam einfach nur so weiter bekommen, als wie sozusagen so vererbt. Ja, ihr habt aber selbst niemals nachgeforscht. Und das ist genau Millionen von Muslimen der Fall. Nie nachgeforscht. Und das ist jetzt die Zeit im Internet. Und alles steht da im Hadithen umsuchen. Ihr könnt selbst forschen. Ihr könnt selbst nach der Wahrheit suchen. Du siehst doch, was wir eben gezeigt haben, dass der Mohammed als falscher Prophet gestorben ist. In Saibukhari 4, 4, 2, 8, 44, 28. Meinst du von der Jüdin? Und in Suche 69, Vers 44 sagt Allah, wenn Mohammed ein falscher Prophet ist und es etwas erdichtet, so würden die ihn an seine Schlagader packen und sie durchtrennen. Und er hat auf einmal so ein vergiftetes Schaf gegessen, was er von einer Jüdin bekommen hat. Die Schiiten gehen davon aus, dass das Komplott zwischen Aisha und Safia war und sie ihn vergiftet haben. Aber in dem Hadith von Bukhari wird erwähnt, dass es die Jüdin war, diese Safia. Und sie hat das Schaf dann vergiftet und dann hat der Mohammed davon gegessen. Und dann ist er genau an diesem Gift gestorben. Und er hat gesagt, oh Aisha, ich fühle immer noch den Schmerz von dem Gift, das ich aß in Chaiwalt. Es kommt mir so vor, als würde meine Schlagader durchtrennt werden. Der wahre Gott hat ihn zur Rechenschaft gezogen für seine falschen Aussagen. Verstehst du? Ich weiß doch gar nichts. Schlag auf. Wo? Wo denn? Saiborani4428. Was für Webseite? Das ist sunnah.com. Okay, einen Moment. Die Muslime können das überhaupt nicht verstehen, dass der Mohammed als falscher Prophet gestorben ist. Das ist Wahnsinn. Da weißt du auch gar nicht, wo es steht. Es ist ja normal, mein Lieber, dass du das nicht weißt. Was war die Nummer, Amir? 4428. 4428. Ich sage es dir, hätte ich keine Arbeit, hätte ich keine Arbeit, würde ich den ganzen Tag nur den Islamen von morgens bis abends, wäre ich nur hier leidgekommen und würde alle Sachen aufschlagen und euch von morgens bis abends nur Unterricht geben. Ich habe es auf Englisch. Da steht es auf Englisch. Ja, das ist richtig. Lied es uns vor. Auf Englisch? Ja. Du siehst also, dass der Mohammed sagt, oh Aisha, ich fühle den Schmerz immer noch von dem vergifteten Schaf. Und er ist daran auch gestorben. Das steht auch direkt zu Anfang. Und er sagte zu seinen Zeiten, warte mal ganz kurz, ich kriege einen Anruf. Malian kann ja weiter übernehmen. Malian kann ja übernehmen. Hier steht ganz am Anfang, weil da steht, dass der Prophet, als er gestorben ist, er ist von diesem Gift gestorben ist. Da war er im Sterbebett quasi. Und er hat zu Aisha gesagt, Aisha, ich spüre diese Schmerzen, die ich gegessen habe. Ja, von Khaibar. Dies ist die Zeit, an der ich das Gefühl habe, dass meine Aorta, also mein Schlagader, ja, abgetrennt wurde. Ist er da gestorben oder was? Ja, ist daran gestorben. Genau daran ist er gestorben. Und wo steht das, dass er gestorben ist von das? Ganz oben liest das Hadith, ganz oben. Das steht doch direkt am Anfang des Hadithes. Der Mohammed an diesem Zeugs, was er gestorben ist. Guck mal. Da ganz am Ende, ja. Am Anfang. Ja genau. Nicht an diesem. Du siehst also, dass der Allah in Surin 69, Vers 44 sagt, wenn Mohammed ein falscher Prophet ist und uns Sachen erdichtet, das heißt, Lügen erzählen würde, würden wir ihn an seiner rechten packen und Schlagader durchtrennen. Du siehst also, er ist ein falscher Prophet und hat nur Lügen erzählt und ist genau so gestorben, weil der wahrhaftige Gott ihn fertig gemacht hat. Und pass auf, das ist Sahih al-Bukhari, ja? Danke dir. Also dieser Hadith ist authentisch, ist Sahih. Pass auf, wenn jemand dir sagt, nein, der ist Raif oder was weiß denn ich, der lügt. Das ist Sahih, authentisch. Er kann ja sterben. Gebt mal bitte, warte mal, was war das nochmal, Marian? Ich glaube, Sonananasai 322 4 und was noch? 3221 Sonananasai 3221 Okay, einen Moment. Sonananasai 322 A woman marrying someone who is similar in age to her. Ach so, da ist das mit dem heiraten, ne? Weil ja, Mohammed, wie ich seine kleine Tochter verheiratet wollte für Abu Bakr und Oman. Soll ich das lesen? Soll ich das lesen? Oder was ist das? Steht das genau so, wie ich das gesagt habe? Da steht, der Titel ist A woman marrying someone who is similar in age to her. Ah, okay. Also ist das doch richtig, was ich gesagt habe? Nein, geh mal bitte bei Sahih Muslim. 26,43 B. Noch mal Nummer. Sahih Muslim, 26,43 B. C? B, B wie Bertha, B wie Bausen. B wie die beste Religion Islam. Der beste, der beste, der beste Jesus Christus. Ja, genau. Okay. If a rightist man is praised, it is glad tidings for him and will not harm him ist der Titel. Der Hadith, das Hadith heißt bitte Wichst du mein Lieber? Was? Welcher Hadith bist du gerade? Sahih Muslim, 26,43 B. Oh, ich bin bei 42. Ich habe gesagt, 26,43 B. Ja, ich war 42. Hab zwei Tipps. Ja, okay, dann gehst du 26,43. Schau mal, ob der Mohammed dein Prophet war oder nicht. Natürlich. Ja, schauen wir mal ob er ein Prophet war. Mal gucken. This Hadith has been reported on the authority of Amash with the same chain of transmitters and in the Hadith transmitted on the authority of Waki the words are the creation of anyone of you is like this that semen is collected in the womb of the mother for 40 nights and in the Hadith transmitted on the authority of Shubba the words are 40 nights and 40 days the Mohammed behauptet that the Spermian now I got a stop and I got Verlass den Islam, der ist ja gar kein Prophet gewesen, Leute. Die hatten ja falsche Angaben früher. Was? Wem? Wie hat es falsche Angaben? Mohammed? Ja, in der Zeit gab es ja nicht so viel Studien und alles. Ja, aber dann sagt er, der wirklich schon alle... Warte, ich muss raus, komm wieder rein, warte. Was ist das? Let's go, one match, bro. Wo sind meine 300 Euro? Du Lügner, ey. Ami, ich gebe dir 300 Euro, wenn ich sehe, dass du 200.com benutzt. Hi, my friend. Hi. Welcome, Matsch. Ja, dieser Ryan hat gesagt, wenn du mir, wenn ich, wenn ich herausfinde, dass ich Sambayan 200.com benutze, dann kriege ich so 300 Euro. Hat er mir bis heute nicht gegeben, ne? Ja, ich bin wieder da. Also, jetzt geh mal auf Google und schau mal nach. Wie lange überleben Spermien im Mutterleib? Gib mal ein. Wir hatten ja andere Quellenangaben früher. Wir hatten ja andere Wissenschaften und alles. Mein Lieber, du weißt, dass Gott mir diese Sachen offenbart hat, ne? Auf dich selber zu belügen. Ein Prophet spricht für Gott, weil Gott ihm das eingibt. Und wenn er sagt, dass Gott mir das gegeben hat, dann müssen wir das ja auf den Prüfstand stellen. Und dann sehen wir auf einmal, dass er Quatsch erzählt hat. Ist die Lüge. Alles, was er sagt, kommt von Gott dann, oder was? Ja, natürlich, das steht im Koran. Der Prophet redet niemals aus sich selbst, sondern das, was er von Allah bekommt. Immer. Immer. Wo steht das? Ja, richtig. Kannst du, Maljam, du kannst das googeln. Mohammad spricht nicht aus sich selbst, sondern das, was Allah hört. Die Gelehrten geben dann die ganzen Quellenangaben an. Aus Koran. Aber ich muss dir noch nicht erklären. Du weißt, dass Mohammad niemals aus sich selber redet. Er war doch auch nur ein Mensch, sagt man ja. Man sagt ja, er war ja auch nur ein Mensch. Ja, ich weiß, dass er nur ein Mensch war, aber ihr macht aus ihm Gott. Nein, machen wir nichts. Selbst Allah betet auf den Propheten. Glaubst du mir das nicht? Nein, Allah betet es nicht zum Propheten. Doch, suche 33,56. Das ist eine Lüge. Maljam, lies uns bitte vor. Maljam, lies uns bitte vor. Suche 33,56. Ja. Ja. Was heißt das dann auf Deutsch? Also das heißt... Gott und seine Engel. Gott und seine Engel. Ein Moment, ein Moment, ein Moment. Was bringt es eigentlich, wenn sie es jetzt auf Arabisch liest, wenn ich sowieso kein Arabisch verstehe? Ja, wie kannst du denn an einer Religion angehören, wo du sowieso nichts verstehst? Ja, ja, ich helse dir, mein Lieber. Ich kann ja die Quellen nachschlagen, wie du. Was? Ich kann ja die Quellen nachschlagen. Ich muss ja nicht alles auf Arabisch können. Ja, aber warum das so nicht so zu Hause? Aber du siehst doch, dass die Muslime in ihren Übersetzungen ja auch lügen und mit dir spielen. Verstehst du? Du siehst zum Beispiel, dass Salah, was bedeutet Salah? Fragst du mich? Ja, genau dich. Salah bedeutet... Salah bedeutet... Ja, was machst du denn fünfmal am Tag, Salah? Salah ist ein Name, oder nicht? Ach du Heide, das kann doch nicht wahr sein, ne? Oh mein Gott, wirklich... Salah, wir müssen beten, Mann! Salah! Dieser Fußballspieler, Mohammed Salah, er heißt Mohammed Salah. Ja, ich glaube, Mohammed betet. Mohammed Salah, betet, Mohammed betet. Wie kannst du dich gut nennen? Wir sind bei Leverkohle, da war ich ein Mensch jetzt klar, oder so. Wenn du nicht Salat verstehen kannst, was es bedeutet, Salat. Liverpool, ja, wie bei Liverpool. Mein Lieber, mein Lieber, du bist doch Muslim. Eine der fünf Säulen ist was? Möge dich aller recht leiten. Ich kann nur das zu dir sagen. Möge aller dich recht leiten. Geh bitte raus, geh bitte raus. Für so einen Kindergarten habe ich keine Zeit. Dafür möchte ich nicht mal nerven und meine Zeit verschwenden. Bitte nicht nerven. Kindergarten, richtig, das ist heftig. Für so einen Konzert, Dr. Scherer, haben wir keine Zeit. Ich bin eigentlich nur da, um dir zu danken, Amir, für deine Arbeit. Ich habe eigentlich mehr nichts zu sagen, also ihr könnt mich doch gerne wieder runtermoven. Gott segne dich. Gott segne euch alle im Chat und auch euch beide. Macht's gut. Dankeschön. Gott segne dich in deinem Leben. Euch alle. Also, das tut mir schon sehr leid für diesen Jungen, dass er wirklich sich Muslim nennt und Hamdallah sagt, er ist Muslim. Aber da weiß noch nicht mal, wie man das macht, halt, mit Erkan As Salat und Erkan Al-Islam. Was gibt's doch mit Erkan, Khamzak, Erkan? As Salat, As Saum, Al-Hajj. Und wie gesagt. Ja, Al-Hajj, Saum, Hajj und Shahada. Und Shahada, richtig. Ja hier fragt Dr. Chef Abu Hamid. Ja und seine Assistentin Mary. Und seine, also genau, Assistentin Mary. Das ist wirklich erbärmlich, peinlich, erbärmlich. Lächerlich Richtig Rayan, hör auf hier in diese Kommentare rumzuspammen und alles, sonst wirst du blockiert Gib erstmal meine 300 Euro und löst deine Wettschulden hier ein Da sagt der Rayan zu mir Warte mal ganz kurz Da sagt der zu mir Wenn ich Samba Rayan suna.com benutzt dann gebe ich dir 300 Euro Und dann sehen wir auf einmal wie der Videos macht, wo der suna.com benutzt Hallo Murat Hallo mein Lieber, wie geht's dir? Wie geht's dir, Jan, alles gut? Alles gut Ich verfolge dich schon lange Ich höre immer zu Warum hast du so eine schlechte Verbindung oder schlechte Dinge? Hörst du ihn besser, Mariam, oder ist das bei mir nur so? Ne, ich höre ihn auch ganz weit Ja Ja, hörst du? Hallo? Hast du irgendwie Lautsprecher an, oder was? Nein Irgendwas stimmt gar nicht Kopfhörer, hast du Kopfhörer? Irgendwas an? Ja, Kopfhörer Ja, mach mal raus Mein Mikro ist kaputt Ne, man hört dich wie, als wärst du unter Wasser Warte, 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 warte kurz Warte mal kurz Ja, ich warte, ich bin hier Gott wartet auch, ich bin der Geduld in dir Soll ich noch für dich singen? Oh, mein lieber Muslim Wo bist du mit deiner Verbindung her? Ich komm direkt her und rede mit Dr. Schick Er lieb dich von ganzem Herzen Und will, dass du gerettet bist Du hast ja eine schöne Stimme Und sollst anfangen bei der Voice Der Jesus, der liebt dich über alles Oh, Baby, Baby Lass mich nicht anfangen hier, ich sag's dir Ey, du kriegst direkt den goldenen Buzzer an mir, glaub mir Direkt den goldenen Buzzer, wo ich bin Ich will zum Finale, ich will zum Finale gehen Oh, mein lieber Muslim Hallo Wo bist du denn mit deiner Verbindung hin? Hallo, bist du jetzt da? Hallo Ja Ja, viel besser Ja Hallo, lieber Ich bin kein Muslim Gesegnet sei Gott, der allbarmherzige Ah, okay, schön Amen Amen, Amen Aber ich bin auch kein Christ Aber ich bin irgendwo dazwischen Ich bin so ein Zwischenling Ich bin ein christlich, buddhistischer, hinduistischer Muslim Nein, nein, ich bin kein Muslim Ich bin Jeside Ich bin Jeside Ich nehme alles einmal mit Damit ich auf der sicheren Seite bin Nein, nein, Spaß, ich bin Jeside Aber ich bin Jeside, bist du auch okay Aber auch Jesiden müssen zum Glauben, wenn er in Jesus Christus kommt Jesus ist ein sehr Guter, das weiß ich Er ist nicht nur ein Guter, sondern der Beste, allerbeste Das ist besser als das andere Ich will das nicht sagen Ich will keine Feindschaft zwischen anderen Hörst du? Ja, aber du bist ja in Friede Du kannst ja den Leuten erklären, was der Islam seinem Volk angetan hat Ja, der Islam hat auf jeden Fall unser Volk vernichtet Also seit Jahrhunderten Die sagen wir, glaube ich, an das Böse Was meinst du, woher kommt das? Ist das von Menschen, die den Islam einfach falsch verstanden haben? Ja, ja, da steht bei denen drin Also, dass wir an das Böse glauben Aber das stimmt ja gar nicht Das stimmt ja gar nicht Wir glauben nur an einen wahren Gott Und es gibt nur Gott und nichts Höheres Alle haben Gott zu dienen und niemanden sonst Hörst du? Ja, ich höre Ja, ja, jeder muss Gott Also Gott ist das Höchste, was es gibt Das Höchste Geschöpf Und alle haben ihn zu dienen Es gibt nichts Mächtigeres als Gott Und Gott ist der Allherrscher Und der Allmächtige Und keiner kann in seinen Namen sprechen Er hat sich doch vorgestellt Oder nicht, mein Lieber? Ich weiß, bei euch hat er sich das vorgestellt In Jesus Christus Keiner kommt zum Vater, nur außer durch mich Denn ich bin die Wahrheit und das Licht Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Licht Keiner kommt zum Vater, außer durch mich Er wäre gut Guck mal, das kann er Sehr gut Maschallah Natürlich, natürlich kann ich das Mein Lieber Komm aber wirklich zu Jesus Weil man kann nicht dazwischen bleiben Weil du weißt schon Wir waren schon immer Wir haben schon Gott gesehen Da war, ja, keine Ahnung Jesus war schon immer da Denn ich war schon immer da Auch wenn ich nicht war Ich hole dich gleich wieder hoch, mein Lieber Ich war schon immer da Auch wenn ich Morat, ich hole dich gleich wieder hoch Ja, Mariam, du kannst lange hierbleiben Aber wenn ich nicht da bin Und dann nicht weiter Okay, ihr Lieber Also Gott, Jesus hat gesagt Niemand kann gleichzeitig zwei Widerstreitende Herren dienen Entweder wird er einen hassen Und den anderen lieben Oder er wird den eigenen ergeben Sein und den anderen missachten Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott zwei Götter dienen Wie gesagt Oder ja Man kann das nicht Also es muss entweder schwarz oder weiß Aber dazwischen Das geht nicht dazwischen Er hat es auch selbst gesagt, Jesus Man kann nicht zwei Gleichzeitig zwei Herren dienen Ja Ja In Matthäus 6,24 Ist das hier Leben Ja Schön Guck mal Amir ist jetzt gerade Guck mal Was für ein schöner Hintergrund Im Urlauber Da will ich jetzt gerne hin Genau Unter Dieses Ding da Ihr Lieben Das ist wunderschön Ja Wunderschön Einfach alles Wegschmeißen Und 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 Alles liegen lassen Und ab in den Urlaub Selbst dort in den Urlaub Auch noch Von Jesus erzählen Auch ab und zu Mann Ja Sehr schön Super Ja Ihr Lieben Gott segne euch Und beschütze euch Ihr Lieben Ihr seid wirklich wundervoll Wir danken euch Für eure Unterstützung Und euer Liebe Seid immer genauso Wie ihr seid Ja Den Herrn Einfach Loben Und preisen Und dienen Nur der Herr Jesus Kriegt uns dienen Genau Ihr Lieben Also ein schöner Hintergrund Habt ihr gesagt Wer hat den schönen Was hab ich? Schönen Hintergrund Achso Wer hat den schönsten Namen Aller Namen Wer hat den schönsten Namen Aller Namen Ihr Lieben Alle Schreiben Alle Mal Schreiben Wer hat den schönsten Namen Aller Namen Jesus Jesu al-Masih Jesu al-Masih Halleluja Jesu al-Masih Ja genau So Mal gucken Ich hole dich gleich rein Murat Warte mal Andere wollen auch noch mal Kurz was sagen Hallo Hi mein lieber Gott Segnet dich von deiner Familie Ja euch auch Dankeschön Ja euch auch Was ist das Ja ja Aber wieso lachst du eigentlich immer So Ja wenn du das so aussprichst So ja ja So nach dem Motto Erzähl mir keinen So Ja erzähl mir keinen Ja ist auch so eigentlich Aber Bist du Ich war gar nicht mal so schlecht Hast du gut gemacht So ich hab noch eine Frage So Ähm Wenn Also Ich hab letztens Was gelesen Die ersten 300 Jahre Nach Jesus War die Frage Dass Jesus Gott war Stand gar nicht im Raum Ja Also Also Jesus Äh Jesus war gar nicht Gott Auch er selber hat nie gesagt Er ist Gott Doch er hat selber gesagt Er ist Gott Und die ersten Christen Haben dran geglaubt Die ersten Christen Haben dran geglaubt Dass es ein Gott Gibt es nicht Nein Das ist nicht Nein Das ist nicht Also irgendein Beschluss aus einem Konzil in Nizier Sondern Die früheren Christen Haben alle daran geglaubt Und sind mit diesem Glauben Auch in den Tod gegangen Und da haben wir auch Äh absolute Beweise Sogar von den Kirchenvätern Und zusätzlich auch von Ähm Zum Beispiel Justin der Märtyrer Dann haben wir noch Ähm Die ganzen anderen Kann ich dir mal vorlesen Warte Damit du das siehst Und nicht irgendein Blödsinn behauptest Warte Äh Welche Sekte hat dran geglaubt Weil es gibt ja jetzt verschiedene Sekten Auch im Christentum Ne Die Bibel sagt Wenn jemand Bezeugt Dass Christus ins Fleisch gekommen ist Der ist aus Gott geboren Und du weißt Dass Zeugen Jehovas So was nicht bekennen Du weißt Dass die Mormonen So was nicht bekennen Du weißt Dass die sieben Tagsatbesten So was nicht bekennen Und die kommen in die Hölle Oder wie Wie ist das für die Die kommen in die Hölle Natürlich Die gehen für alle Ewigkeiten verloren Achso Also die sind keine Christen So Natürlich nicht Die Bibel sagt doch Wenn jemand bezeugt Dass Christus ins Fleisch gekommen ist Der ist aus Gott geboren Und hat Gott auch erkannt Okay Äh Okay Bisschen fragwürdig Aber also die sind dann keine Christen So Nein Beispielsweise Du bist Bist du Muslim Ja Alhamdulillah Okay Der Mohammed sagte doch Meine Gruppe Meine Oma wird sich in 73 Gruppen spalten Ja Und nur eine davon wird ins Himmel gehen Ja welche ist denn jetzt die richtige Hm Gute Frage Siehst du Also Gut dann Aber das ist dann das gleiche Also wenn du das über den Islam sagst Dann hast du das gleiche im Christentum Weil irgendwo sind das ja dann auch Sekten Genau Es gibt verschiedene Denominationen Innerhalb des Christentums Und die Bibel hat aber vollste Autorität Du siehst also Hast du gerade ein Screenshot gemacht Ja Ja Du siehst Dass die Bibel die vollste Autorität hat Und was die Bibel sagt Das zählt Und wenn der Jesus Christus Die ganze Zeit sagt Dass er Gott selber ist Und die Juden das auch so verstanden haben Dann müssen wir davon ausgehen Dass es auch so ist Und du siehst Dass die Beispielsweise Mariam Lies mal bitte Johannes 10 Vers 27 vor Und dann bis 33 Johannes 10 Vers 37 Ja Aber Vers 25 Für den Kontext Okay Justin der Märtyrer hat Um 165 Nach Christus gelebt Du siehst 165 Nach Christus Und was er sagt Zur Gottheit des Herrn Warte mal Finde ich die auch Aber erstmal Mariam lies mal vor Ich hab hier Jesus antwortete ihnen Ich habe es euch gesagt Aber ihr glaubt nicht Die Werke Die ich im Namen Meines Vaters Vollbringe Legen Zeugnis Für mich ab Ihr aber glaubt nicht Weil ihr nicht Zu meinen Schafen gehört Meine Schafe Hören auf meine Stimme Ich kenne sie Und sie folgen mir Ich gebe ihnen Ewiges Leben Sie werden niemals Zugrunde gehen Und niemand Niemand wird sie Meine Hand Entreißen Mein Vater Der sie mir gab Ist größer als alle Und niemand Kann sie Der Hand Meines Vaters Entreißen Ich und der Vater Sind eins Da hoben die Juden Wiederum Steine auf Um ihn zu steinigen Jesus hielt ihnen entgegen Viele gute Werke Habe ich im Auftrag Im Auftrag des Vaters Von euren Augen getan Für welches diese Werke Wollt ihr mich steinigen Die Juden antworteten ihm Wir steinigen dich nicht Wegen eines guten Werkes Sondern wegen Gotteslästerung Denn du bist nur ein Mensch Und machst dich selbst zu Gott Hast du gehört Ja Hast du gehört Meinst du mich Ja genau Ich meine Du siehst also Dass der Herr Jesus Christus Die ganze Zeit behauptet hat Gott zu sein Und die Juden Haben ihn auch deswegen angeklagt Wegen Gotteslästerung Gut Also Das finde ich jetzt Ein bisschen komisch Also ich verstehe schon Was du sagst Aber zum Beispiel Es gibt auch Punkte in der Bibel Wo er sagt Mein Gott ist euer Gott Richtig Und da sehen wir Dass der Herr Jesus Christus Auch Mensch ist Das ist diese zwei Seiten Des Herrn Eine menschliche Seite Und die göttliche Seite Er hat ja zwei Naturen angenommen Als er seine Herrlichkeit verlassen hat Hat er auch einen Verherrlichten Körper angenommen Und wurde auch Mensch Das finden wir in Philipper 2 Vers 6 bis 11 Und wie Man sagt Man kann ja Dass er 100% Mensch Und 100% Gott ist Ja Okay Wie muss ich das verstehen Wenn Jesus sagt Kann ich es auf Englisch vorlesen Versteht ihr das Ja Ja Jesus kann nichts von mir Also er sagt Er kann nichts selber machen Also So wie ich höre So richtig Denn mein Gericht ist gerecht Kann ein Prophet sagen Oder wenn Jesus nur ein Prophet ist Dass sein Gericht gerecht ist Wie kann man denn gerecht richten Wenn man nicht Gott selber ist Ja Ja Schon Aber gut Ich meine Das war ein Knockout Für mich ist nur ein bisschen fragwürdig So mit der Bibel Weil es ist ein bisschen Widerspruch Es sind ein paar Widersprüche Nein Es ist gar kein Widerspruch Du musst nur die zwei Du musst nur die zwei Naturenlehre beachten Dass der Jesus Christus 100% Mensch ist Und 100% Gott Du darfst dich nicht nur Auf die menschliche Seite Des Herrn Jesus Christus beziehen Sondern musst auch Die göttliche Seite Mit einbeziehen Und dann ergibt das Ganze auch Sinn Verstehst du? Okay Okay Ja gut Dann ist gut Dann Das war schon Weil ich muss weiter wieder Also ich muss Ich muss wieder los Merkt hier eine wichtige Stelle Im Koran heißt es In Suche 57 Vers 3 Dass Allah Al-Awl-Akhir ist Er ist der Erste Und der Letzte Und niemand darf sich den Namen geben Weil das einer der 99 Namen Allahs ist Und dann sehen wir Und dann sehen wir Dass Jesus Christus sagt Der war sehr verwundert Aber gut Jetzt kann er nachdenken Zu Hause Richtig Daran Wenn ich eine Shisha-Bar Aufmachen sollte Dann werdet ihr dort Auch Bibelunterricht bekommen Da können die Muslime Shisha rauchen Den ganzen Tag Von Dr. Sheikh Abu Amin Aufgeklärt werden Hier im Urlaub Ist das schön Das steht hier Auch Richtet der Vater Niemand Sondern er hat Das Gericht Ganz dem Sohn Übertragen Damit alle Den Sohn ehren Wie sie Den Vater ehren Stopp Weiter Weiter Wer den Sohn Nicht ehrt Ehrt Auch den Vater Nicht Der ihn Gesandt hat Gesandt hat Sehst du Das heißt Die komplette Verehrung Die dem Vater Gebührt Mit Anbetung Und allem Möglichen Gehört auch dem Sohn Denn der Vater Hat dem Sohn Das Gericht übergeben Wie soll denn der Sohn Gerecht richten Wenn er nicht selber Auch Gott ist Denn nur Gott Allein ist ja fähig Zu richten Bestimmst du Ja Ja Und da sagt auch Vater verherrliche du mich Wie ich dich verherrliche Ehr die Welt wahr Das ist dasselbe Vater verherrliche du mich Mit der Herrlichkeit Die Freide Hat dir in die Welt wahr Genau In die Welt wahr Ja Er hat die Macht Der Herr Jesus bekommen Genau wie der Vater Ja So sieht's aus So sieht's aus Amen 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 nämlich Amen Amen Ich suche gerade die Aussagen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jesus Gott ist da, weil das steht auch hier in Johannes 5,19. Jesus sagte aber zu ihnen, Amen, Amen. Ich sage euch. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht, was nämlich der Vater tut. Das tut ihm gleicherweise der Sohn. Guck mal, die werden gleichgestellt. Er will. Und ehren, wie sie den Vater ehren, wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, den ihn gesandt hat. Wow, was für starke Worte. Es ist so wunderschön. Er ist so wunderschön. Amen. Ja, ihr Lieben. Jesus ist wunderbar. Jesus ist wunderbar, ist wunderschön. Seine Werke ist wunderbar. Seine Werke ist wunderbar. Ja, ihr Lieben. Ja, ihr Lieben. Ja, ihr Lieben. Und das ist auch sehr wichtig. Aber wenn dies auch jetzt ein Hindernis sein sollen, für deine Ewigkeit zu verlieren, dann so ist das. Wir müssen das im Kauf nehmen, ihr Lieben. Also deine Ewigkeit ist tausendmal viel wichtiger als was die Menschen hier über dich denken oder sagen. Nur zur Info, ihr Lieben, damit ihr es weißt. Ja, wenn jemand euch sagt, ja, viele kommen zum Islam und so, das ist auch eine Lüge. Also Nordafrika jetzt ist eine Studie, habe ich das gelesen. Die werden hunderte und hunderte von Menschen pro Woche vom Islam zum Christentum konvertiert in Nordafrika. So eine heftige Zahl, Amir. Habe ich auch gehört. Habe ich auch gehört. Wahnsinn. Ja. Aha. Mhm. Die Leute hauen da in Massen ab vom Islam. Die haben die Schnauze bis hier oben voll von dieser Religion. Ja. Ja, Amir. Genau. Richtig. Die armen Euromuslime sind noch so verzweifelt, dass sie an dieser Lüge festhalten. So traurig ist das. Weil in den Nordafrikanischen Ländern, die Leute können ja Arabisch lesen. Sie sehen also, dass der Islam eine absolute Lüge ist. Richtig, Amir. Wer kann glauben, dass Allah so ein alter Mann ist, der so Backenzähne hat und am lächeln ist? Tabari Band 15, Seite 604. Das ist nichts mehr wahr. Allah ist wie so ein Mann, kennst du, der so am Grinsen ist? Abul Barra hat darüber ein Video gemacht. Das ist wahnsinnig, Mann. Wie lächerlich. Schreibt euch das auf, ihr Lieben. Tabari Band 15, Seite 604. Allah hat Backenzähne und ist am lächeln. Das kannst du keinem erzählen, ich sag's dir, es ist so heftig. Also die Leute wachen langsam auf, Gott sei Dank. Ich bete immer für Nordafrika und für die arabischen Länder. Die Wahrheit kommt immer mehr ans Licht. Es gibt kein Entkommen mehr, ihr Lieben. Nichts mehr. Alles kommt ans Licht. Ei, der gibt mir Adresse, ihr Bämt. Die Arme. Will die Adresse haben. Oh, ihr Botte. Ei, der gibt mir Adresse. Ja, ja, komm, ey. Das ist das Einzige, was ihr könnt. Das ist das Einzige. Mach Mut. Mach Mut, kommt rein. Mach Mut. Mach Mut. Mach Mut. Mach Mut. Mach Mut. Ja, willst du lachen? Willst du hier im Kindergarten sein? Oder was willst du mit mir reden? Kannst du dich an mich erinnern? Wer bist du? Schon vergessen, okay. Ich kenne nur einen Mahmoud und das ist ein arroganter Pate. Arroganter. Warum redest du immer über den Islam? Er müsste sich eigentlich Mr. Fitner nennen. Er müsste eigentlich wirklich heißen Mr. Fitner. Mahmoud. Warum redest du immer über den Islam? Was? Warum redest du nur über den Islam? Wir reden über alles. Nein, du redest nur über den Islam. Okay, dann lass uns über den Herrn Jesus Christus sprechen. Was möchtest du wissen? Ich wollte nur fragen, warum du über den Islam nur redest. Ich habe doch gerade zu dir gesagt, wir reden über alles. Da sagst du, nein, nein, nur über Islam. Ich schaue ja gerade zwei Stunden zu. Ich habe ja gesehen, wie viel du... Ja, wir klären gerade über gewisse Themen auf und da wird es gerade... Der ist der Islam ja gerade dran. Und dann, wenn es wieder dran ist für den Herrn Jesus Christus und seine Gottheit, und seine Sohnschaft und so. Und dann können wir wieder darüber reden. Siehst du, dass ich einen Komplettkurs immer mache. Ja, fünf Minuten Jesus, drei Stunden ist noch. Nein, nein, das stimmt nicht. Manchmal reden wir den ganzen Tag nur über Jesus. Da ist es der Islam und dem Sache. Bestimmt, bestimmt. Was möchtest du denn jetzt wissen? Möchtest du mit mir über Grundsätze diskutieren oder was? Ich fand es nur interessant, wie du nur über den Islam redest. Ja, hast du gemerkt, was für eine Religion du eigentlich angehörst? Weil du glaubst ja sowieso, dass die Bibel verfälscht ist. Ja, der einzig richtigen Religion gehöre ich zu. Was? Der einzig richtigen Religion gehöre ich zu. Ach so, wo Gott ein Schienbein hat, zwei rechte Hände und ein Fuß. Du schwafelst irgendwas. Was? Du schwafelst irgendwas. Na ehrlich, Sahibukali 7, 4, 3, 9. Und Koran, Zuch 68, Vers 42. Du bist ein Gelehrter. Ja, kann man so sagen. Hast du Doktorkipps? Ich bin der Schere aller Scherz. Schiuchz. Du hast kein Doktorkipps? Du wirst schon sehen für deine Aussage. Ich werde gar nichts sehen. Hast du das kapiert? Der Herr Jesus Christus gibt Leben. Der Herr Jesus Christus nimmt Leben. Droht nicht. Droht nicht, ihr Lieben. Gott segne euch und eure Familie. Wir drohen die Fakten, genau wie du. Wir sagen hier nur die Fakten. Weißt du, wer Kelp hieß? Mit Nachnamen. Ibn-Ul-Kilab. Mariam. Wer hieß Ibn-Ul-Kilab? Sohn von Hunden. Hundesohn, ja. Ibn-Ul-Kilab. Ja, wer hieß denn so? Wessen Name war so? Also ich muss gucken, Ibn-Ul-Kilab. Was meinst du mit dem Ungläubiger? Ja. Mohammeds echter Name ist Abul-Kilab, Ibn-Ul-Kilab, Sohn von Hunden. Ibn-Ul-Kilab, ja, ja, das weiß ich, weil ich habe vorhin deine Frage nicht verstanden. Richtig, Ibn-Ul-Kilab. Genau, und Mohammed hieß mit Nachnamen Ibn-Ul-Kilab, Sohn von Hunden. Richtig, das stimmt, ja, ja, das stimmt. Abul-Kilab, der hieß ja nie Mohammed oder Ahmad, das sind Titel. Das war sein Nachname, ja, sozusagen, sein Titel. Der richtige Name, der richtige Name von Mohammed ist Abul-Kilab, Sohn von Hunden. Also Hundesohn ist sein Name. Also Hundesohn, ja. Ja, genau, ja. Du beleidest gerade den Propheten. Er heißt wirklich, Doman. Der misst so. Siehst du, damit du weißt, dass du uns ahnungslos bist. Der hieß so. Du kannst jeden Gelehrten fragen, was ist der wahre Name von Mohammed? Die werden dir sagen, ja, er heißt Ibn-Kilab. Mein Islam-Name. Die, äh, Zeynep. Zeynep, eine seiner Frauen heißt, äh, 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 bin Jash. Was bedeutet Jash? Äh, keine Ahnung. Esel. Esel, ja. Tochter von Esel. Die hatten solche Namen. Mhm. Die, guck mal, die nennen mich respektlos und sagen, dass ich beleidige, obwohl die Gelehrten sagen, dass er so hieß. Schau dir das mal an, was die Muslime machen. Die sind verrückt geworden. Das ist nicht normal. Der holt das nicht von seinem Kopf. Das steht wirklich so. Als würde ich das erfinden, um hier irgendjemanden zu beleidigen. Der heißt wirklich so. Mohammed war ein Titel, den er sich gegeben hat. Der, der preiswürdige, der gepriesene, Mohammed. Ja, klar, die wollen das nicht wahrhaben. Glaubst du, die glauben dir das einfach, weil du das sagst? Ja, ich sag ja, ihr braucht ja nicht zu glauben. Ihr könnt ja gerne euren Gelehrten fragen. Er wird euch eindeutig bestiegen, dass Armin Richter hat. Ja, Mohammed dies, aber war es jetzt, ihr wird keller. Er wird uns weiter anlügen. Bitte? Er wird uns weiter anlügen. Wer dein Gelehrter wird mich weiter anlügen? Ja. Ja, das stimmt. Wer kann man denn dann noch vertrauen? Ja. Dann weißt du halt, oder? Dann weißt du es. Warte mal. Mary, richtige, warte mal. Hier muss jemand erst mal gestummt werden. Der Poet. Der wird erst mal Stummschaltpaket bekommen. Ein Stummschaltpaket. Ja, genau. Stummschaltpaket. Wer möchte noch hier so beleidigen und so? Sag ruhig. Ich bin gerade in guter Laune, Stummschaltpakete zu verteilen. Meldet euch. Dr. Sherabuamin ist da für euch. Mit viel Liebe drücke ich auf den Knopf, damit ihr stumm geschaltet werdet. Ich blockiere euch nicht, damit ihr das hört, was ich zu sagen habe. Damit ihr lernt, weil ich euch immer noch liebe. Hast du was dazugelernt? Was hältst du denn, du sagst, dass der Islam so die wahre Religion ist. Was hältst du denn von jemandem, der erlaubt, für eine Zeit lang so eine Heirat einzugehen, mit der Bedingung, dass man sich auch danach scheidet? Was ist das, eine Ehe oder wie nennt man sowas? Man kann sich ja bei jeder Heirat scheiden, oder? Nee. Der Bund zwischen Mann und Frau, die Ehe einzugehen, heißt, dass der Tod euch scheidet. Aber für Mohammed und sein Gott war das nicht der Fall. Du kannst die sogenannte Mutter-Ehe eingehen. Das ist die Lust- und Freuden-Ehe. Du kannst für eine gewisse Zeit, du gehst zu einer Frau, gibst ihr ein bisschen Geld, ihr geht einen Vertrag ein. Von ca. 30 Minuten bis 99 Jahre geht dieser Vertrag. Und du kannst mit dieser Frau dann deine Gelüste befriedigen. Also TikTok-Sportlich. Und dann kannst du dich auch von ihr widerscheiden lassen. In unserem heutigen Rechtssystem nennen wir sowas Prostitution. Mohammed nennt sowas die Mutter-Ehe. Nein, Prostitution ist es nicht. Aber was ist denn Prostitution? Ich gehe zu einer Frau, gebe ihr Geld für eine gewisse Zeit, befriedige mich an ihr und dann gehe ich wieder weg. Das ist Prostitution. Mutter-Ehe, ich gebe ihr ein bisschen Geld, befriedige mich an ihr und gehe auch wieder weg von ihr. Was man bei der Mutter-Ehe bezahlen? Guck mal, guck mal, da schreit einer, das macht Chiiten. Nein, da steht in Suche 424. Und Zai Al-Bukhari 5116. Hau mal Freestyle aus, Amir. Hör auf, man. Wir sind hier gerade dabei. Es geht um deine Seele, die gerettet werden muss. Was für Freestyle. Wenn du willst, kann ich dir mal einen Rap machen, indem weiss ich da ab. Deine Seele muss gerettet werden, Amir. Da gab es die Propheten namens Mohammed. Der hat erlaubt, Frauen zu vergehen. Du willst immer noch. Er dachte, er wäre ein Propheten. Aber er war unter schwarzer Magie. Und er hat in der Hocke gepinkelt. Und niemand darf ihm stehen pinkeln. Er hat gesagt... Willst du, dass ich sowas machen, oder was? Ja, rein, weiter. Ja, rein, weiter. Nein, mein Lieber. Du siehst, dass der Mohammed denkt. Trägst du eigentlich die Hose, also deine Jeanshose über dem Knöchel? Nein, mein Vater schimpft immer. Warum? Wenn ich das mache. Weil das Halam ist. Erklären wir den Leuten, warum das Halam ist. Hose über die Knöchel zu tragen. Also Millionen von Muslime, die so rumlaufen, die Kufan, das ist dann Halam, richtig? Er ist zu freizügig. Er ist zu freizügig? Ja. Nein, ich meine, warum trägst du deine Hose über die Schuhe, richtig? Ja. Ja. Der Mohammed hat gesagt, nein, du musst die Knöchel freilegen. Weil ein Teil, den du nicht freilegst, der wird im Höllenfeuer landen. Du musst also rumlaufen wie Charlie Chaplin. Ja, richtig. Hast du nie gesehen, jemand, der bärtig ist und hat seine Hose hochgekrempelt? Hast du das nie gesehen? Nein. Also ich habe das gesehen. Ja, der Mohammed will, dass du wie Charlie Chaplin rumläufst. Hast du schon mal gesehen, wie Zakharnaik und sowas rumläuft, wie die rumlaufen? Sie tragen immer ihre Hose gekürzt über ihre Knöchel, weil sie an diesen Quatsch glauben. Vier Vogel, Abul Bala, sie tragen niemals Hose über ihren Knöchel, niemals. Das machen nur die Kufat. Und Mohammed hat gesagt, wer ein Volk der ungläubigen Nachrahmt, ist einer von ihnen. Du siehst ja das, wie viele Euro-Muslime ja so aussehen wie die Ungläubigen. Ja, man kann ja nicht alles umsetzen hier. Doch, alles umsetzen. Warum gibt es Leute, die sich abgrenzen und nicht so aussehen wie die Kufat und das ernst nehmen? Ja. Das sind... Ja, du und die ganzen Euro-Muslime nimmt das nicht ernst. Aber es gibt genug Muslime, die das ernst nehmen. Aber die sind auch Schrott. Weißt du auch, wieso? Weil sie nicht die Hitler-Volk sehen. Wir müssen uns ja irgendwie integrieren hier. Ja, das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Du kannst doch Klamotten tragen, wie du möchtest. Keiner darf dir ja was sagen. Du kannst sogar als Hijabi-Frau hier zum Gericht gehen und dein Recht einfordern. Was uns aber in den islamischen Ländern absolut verwehrt wird. Wenn wir also zum Gericht laufen, weil die Frauen kein Kopftuch tragen, dann gibt es kein Sharia-Gericht der Welt, die sagen, ja, ja, kein Problem, meine Liebe. Willst du kein Kopftuch tragen, dann kannst du gerne vor Gericht gehen. Ich habe einen Fall. Glaubst du, wenn man nur eine Sache nicht befolgt, was Mohammed gesagt hat, dass man kein Muslim ist? Ja, eigentlich schon so. Also wenn man eine Sache nicht befolgt, dann ist man kein Muslim? Ja, genau. Dann ist ja niemand Muslime. Ja, weil fast niemand hält sich an dem Gesetz, was Mohammed herabgesandt hat. Guck mal, zum Beispiel, du siehst, dass fast alle Muslime haben keinen Koran zu Hause. Oder fast alle Muslime kennen die Hadithe oder die kennen die Suche nicht auswendig. Dann ist er kein richtiger Muslim. Oder viele Muslime, die beten nicht fünfmal am Tag. Dann ist er kein richtiger Muslim. Wenn er um die Knöchelregel kümmert, ist er jetzt kein Muslim mehr. Ja, genau. Dann landet das Teil, was der Knöchel nicht frei ist, im Höllenfeuer. Das sagt der Mohammed. Aber du selber hast auch gar keine Chance, weil ein Kind, das gestorben ist, das noch nicht das Alter der Sünde erreicht hat, hat auch nicht die Berechtigung, in die Hölle zu gehen. Äh, in den Himmel zu gehen. Entschuldigung. Was? Ja, es gibt ein Hadith, der besagt, dass Allah alles schon vorherbestimmt hat, wer für die Hölle bereit ist und wer für den Himmel bereit ist. Und dieses Kind hat das Alter noch nicht mal als der Sünde erreicht oder wo man sündigen kann. Da sagt der Mohammed, nee. Ah, ich schaffe. Vielleicht kann dieses Kind auch in der Hölle sein, weil Allah für die Hölle diejenigen bereit gemacht hat, die dafür bereit sind. Und für den Himmel diejenigen bereit gemacht haben, die dafür bereit sind. Ja, dann fragt man sich allen Ernstes, ja, wofür betet man, wofür fasst man, wofür macht man dies, wofür macht man das? Weil man natürlich nicht in die Hölle fahren will. Er meint das ja mit Kitzel. Er meint ja, dass er die Zukunft schon kennt damit. Ja, gut, aber dieses Kind, wofür bestraft uns Gott? Für unsere Sünden. Dieses Kind hat nicht gesündigt. Darf es in den Himmel reichen? Ja. Mohammed sagt nein. Er hat nicht gesagt, dass es in die Hölle kommt. Ja, aber er hat aber nicht gesagt, das Kind ist gerettet. Er hat aber auch nicht gesagt, dass es in die Hölle kommt. Ja, aber du hast doch gerade eben bestätigt, dass Gott uns bestraft will für unsere Sünden. Wenn also ein Kind noch niemals gesündigt hat, wo geht es hin? In den Himmel. Warum sagt Mohammed, es kann aber auch anders sein, dass es in die Hölle fährt? Allah hat schon vorher programmiert, wer in die Hölle geht und will. Du musst rauskommen aus dieser Lüge, Mann. Ich gebe dir den Hadith. Bitte schreib ihn dir auf, damit du aus dem Islam austrittst. Knockout. Die Kommentare. Ja, aber das war ja wirklich Knockout. Weil du weißt ja ganz genau, dass das nicht mit dem Verstand zu vereinbaren ist. Ein Kind, das noch niemals gesündigt hat, nicht ins Himmel geht. Hallo? Und dann sagst du mir auch noch, ja, wofür bestraft uns Gott? Weil wir sündigen. Hast du richtig geantwortet? Und dann frage ich dich, warum darf denn das Kind nicht in den Himmel? Ich dachte, Gott bestraft uns nur, weil wir sündigen. Und wenn wir nicht sündigen, dann können wir an den Himmel. Falsch übersetzt worden. Falsch übersetzt worden. Ja, das ist möglich für immer. Falsch übersetzt. Das hören wir fünf Millionen Mal, mein Lieber. Ich wusste, ich habe nur gewartet, bis er sagt Falsch übersetzt. Ich habe nur gewartet. Das kann doch sein. Du kannst ja nicht alles perfekt übersetzen. Nein, mein Lieber, bitte auch. Bitte, bitte, bitte. Ich kann doch Arabisch. Ich weiß, dass es nicht stimmt. Bitte. Bitte. Lass dich nicht verführen. Die, die sagen immer, man kann es nicht übersetzen oder falsch übersetzt. Guck mal, ich merke, dass du intelligent bist, ja. Und dass du nach der Wahrheit suchst. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Warum sagst du, ich bin intelligent? Nein, nein. Weil du fragst auch. Du fragst nach und du willst halt wissen. Ja. Und bitte, lass dich nicht irren einfach mit solchen Aussagen. Rette deine Seele. Wirklich, rette deine Seele. Es wird dann zu spät. Guck mal, wir geben dir Hadithnummern und suchen Nummer. Und wenn du zu Hause bist, schlag einfach alles auf und lies nach. Guck mal, benutze dein Gehirn und dein Verstand, ja, für die Wahrheit zu suchen. Ich bitte dich. Wie die anderen auch. Bleibt einfach nicht einfach in Unwissenheit. Das geht aber so nicht. Ihr könnt nicht einfach so leben. Guck mal, ihr habt den Islam von euren Müttern und Väter und Großvätern einfach vererbt. Einfach ohne nachzuforschen, ob das stimmt oder nicht. Ihr habt aber jetzt die Möglichkeit, ihr habt Internet, ihr habt alles. Ihr könnt wirklich selbst nachforschen. Leute, Sahih Muslim 2662C, schreibt euch das bitte auf. Das könnt ihr auch alles in euren Diskussionen mit Muslimen, ich will euch ja helfen, euch allen, auch den Muslimen, damit ihr seht, was für ein Quatsch diese Religion hervorbringt. Maliam, liest uns das mal bitte vor. Sahih Muslim 2662C. Okay, Moment, ich schreibe das erstmal, ja. Weil der Junge, der Junge hat Verstand gewiesen, hat gesagt, ja natürlich, wenn jemand nicht gesündigt hat, warum sollte er nicht in den Himmel gehen? Gott bestraft uns doch nur, weil wir sündigen. Absolut richtig geantwortet. Und dann sehen wir, dieses Kind hat noch niemals gesündigt, sagt der Mohammed, Aisha, es könnte auch anders sein, weil Aisha freut sich genau wie wir und sagt, oh, es ist glücklich, es ist Glückseligkeit für dieses Kind. Es ist zwar gestorben, aber es wird ein Vogel sein, wie die Vogel vom Paradies. Denn es hat noch nicht das Alter der Sünde erreicht oder wo man sündigen kann. Da sagt der Mohammed, nee, Aisha, es könnte auch anders sein, weil dieses Kind könnte auch in der Hölle sein, weil Allah schon vorherbestimmt hat, wer für die Hölle. Und wer für die Hölle fit ist und wer für die Hölle nicht fit ist. Was soll das? Was ist das für eine Religion, Mann? Hat er das unter schwarzer Magie gesagt oder was war da los? Ja, das ist Kitab Al-Qadar. Das ist The Book of Destiny. Die Vorherbestimmung, das Buch der Vorherbestimmung. Weil die Muslime glauben an Vorherbestimmung. Sie glauben nicht an freien Willen. Es gibt keinen freien Willen im Islam. Alles ist so, weil Allah das will. Deswegen hat er auch das auch in deinem Herzen gelegt, wie viel Unzucht und wie viel Ehebruch du begehen sollst. Du musst das machen, weil Allah das vorherbestimmt hat für dich. Wahnsinn, ne? Und dann bestraft er uns auch noch für Ehebruch. Und Unzucht. Allah, du bist das doch schuld. Du hast mir das doch festgelegt, dass ich das machen soll. Und dann bestrafst du mich noch? Seht ihr wie kaputt? Seht ihr wie kaputt? Er hat hier gesagt, dass... Lies vor, Marianne, bitte. Ja. Sahih Muslim 2662C. Komm, das muss Klick machen. Da muss man sofort auswendig lernen. Soll ich verrabisch und auf Deutsch oder wie soll ich das machen? Gaude, Peter. Ja, genau. Lies, das muss ich sagen. Wir 해�inen, bei Edgar von Eben in jedem Beispiel. Das ist die Überlieferung. ذque dazu sagt, Ein Engel, der hat nie gesündigt. Ein Vogel. Genau, ein Vogel. Und er hat ihr aber gesagt, die Jannah ist vorherbestimmt. Also die Menschen, die in die Jannah jetzt gehen, sind vorherbestimmt. Und die Menschen, die in die Hölle jetzt gehen, die sind auch vorherbestimmt. Und siehst du, es bringt nichts, dass du betest, fastest. Allah hat schon alles für dich vorherbestimmt, dass du entweder in den Himmel gehst oder in die Hölle. Das war's. Das Kind hat doch niemals gesündigt. Und Mohammed sagt, es könnte doch anders sein. Vielleicht geht dieses Kind zur Hölle. Willst du mich verämpeln oder was? Das hat doch noch niemals gesündigt, Mann. Und dann sagen die Arme, warum regst du mich auf? Natürlich reg ich mich auf, Mann. Ja, er schuf Gott ein Volk für das Paradies und er schuf auch ein Volk für die Hölle. Genau. Und es steht, während sie, also während sie, also von Anfang an, wegen ihrer Väter auch, das steht ja auf Arabisch, das heißt, von Anfang an, bevor sie geboren ist, dann sind die auch bestimmt für die Hölle oder bestimmt für die Jannah. Das heißt für den Himmel. Also der kann machen, was er will, diese kleine Jünger oder so. Wo steht das nochmal? Sahih Muslim 2662c. Zum achten Mal. Von wem ist das? Hey, komm raus mit dir. Komm, bitte. Ich hab keine Lust auf diese Kindergarten. Von wem ist das? Das kannst du keinem erzählen. Von wem ist das? Wir sagen Sahih Muslim 2662c. Da sagt er, von wem ist das? Guck dir das mal an. Ah, mir. Von Mickey Maus. Von Mickey Maus. Er hat das gesagt. Von Mickey Maus. Ja, genau. Ehrlich. Von Mickey Maus. Islam ist die Wahrheit. Guck mal, jetzt kommt der nächste Atomphysiker. Islam ist die Wahrheit. Das ist sein Name. Islam ist die Wahrheit. Islam ist die Wahrheit. Hi, mein lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ich auch, Armin. Ich wollte nur einmal sagen, Prophet Mohammed ist pädophil. Was? Prophet Mohammed ist pädophil. Ja, ja. Das war's auch schon. Das war traurig. Es ist traurig, aber wahr. Jesus, ich segne dich. Gott segne dich und deine Familie. Mach's gut. Ich auch, Armin. Ja, es ist halt, äh, ja. Ja, jetzt kommt der Reinhardt. Hallo. Wie geht's dir, Mann? Du sprachst Englisch? Oh, wie geht's dir, Mann? Ja, es ist ein bisschen. Let's talk about it, though. You see that you want to debate everyone, Mann, right? I want to debate everyone, Mann. Why can you answer one question of mine, please? Can you answer one question? Why a child who's never committed sin, nor has he reached the age of what committed sin? Dude, 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 I come here respectfully, Mann. Not to have the ability to go to heaven. What's that for him? Dude, I came here respectfully, fam. Garbage. Listen, I came here respectfully. Why are you attacking me like that? I'm very respectful. I have a question for you. Bon. I have a question as well. So can you please enlighten me with your knowledge about Christianity? Please, Mann. I need knowledge from a Christian, Mann. Please, Mann. Are you ready for my Christian? What's that, dude? What are you doing? Do you search for a camera you're in, or what? No, bro. Why are you attacking me, Mann? You see, you Christian, I'm like this, bro. You cannot even answer a simple question because you... Is that an attack? Your prophet, your prophet... Bro, 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 do you have a Bible with you, man? Do you have a Bible with you? Bro, 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 chill, Mann. Your prophet said that camera urine is a medicine. Bro, chill, man. Don't let your holy ghost go away from you, man. Chill. Your holy ghost is super power, man. Chill. I'm very respectful. Your prophet said that camera urine is a medicine. Can you answer my question? Can you answer my question, you holy ghost, man? Okay. What is your question? Do you have a Bible with you? I make it from the top of my head. Okay. If we go on Ezekiel 4.12, you know what is wrote in Ezekiel 4.12? Read it for us. Do you want to bake on Ezekiel? I will read it for you. Mr. Holy ghost, I will read it for you. No problem. I am a bishop. You know? You are a bishop? Yeah, I am a bishop. No, you are a Muslim who practice mutha. That's why what you are. I am a bishop. No, you are not a bishop. I teach you your own Bible, Lahi. You know what I'm saying? Okay, teach me my own Bible. I want to see. Are you ready, bro? I want to see your knowledge. Are you ready? My brother, my brother, I am bishop from Italia. Brother, why you drink so much camylori? Brother, I am bishop from Italia, brother. I am bishop from Italia. Brother, I am bishop, I drink camylori. Because my profit, my profit said so. Brother, why you run away, brother? Brother, I am here, I am not run away. Brother, ask me some questions. I am a bishop, brother, I am a bishop, you are a bishop. Yeah, you are a bishop, brother. Oh, perfect. You are a bishop and I am a bishop. Let's have a proper discussion, brother. Let's have a drink of coffee. Come, my dear bishop. Oh, no, let's have a drink of a little bit of camylori. Camylori tastes so good. I will show you, I will show you what Christian said. Listen, listen, check, check. Check this, check this, check this, brother, check this. It's so great. Camylori. One second, one second, one second. One second. One second. Let's talk like a real bishop and sheikh. Let's talk like a real bishop and sheikh. Oh, sheikh and the bishop. Oh. Let's have a nice discussion with sheikh and the bishop. Oh, chill, man. Look at this question. Get out here, man. And I don't have time for kids. I'm a bishop. I'm a bishop. What was that? Brother, I'm a bishop. Why are you running away? No, and that's not a word on Italian. I think that's right. Das war ganz schön, äh, zu viel Camellorin war in ihm, deswegen. Ich nehme dich auseinander, wie geht's dir? Was hast du gesagt? Ich nehme dich auseinander. Und danach hast du gesagt, wie geht's dir? Ja, ich frage, wie's dir geht. Du bist aber nett. Hättest du lieber andersrum gesagt. Hättest du gesagt, wie geht's dir? Jetzt nehme ich dich auseinander. Du hast falsch die Wörter, die Sätze gesagt. Egal, du hast es doch verstanden, das bei dir angekommen. Ja, dann nehme ich mich mal auseinander. Ich möchte auseinandergenommen werden. Korinther Vers 4, 6, keine Ahnung, einfach lügen. Ich bin nicht so ein Lügner wie du. Ich kann nicht lügen. Korinther 4, 6, 4, was hast du gesagt? Ich kann nicht lügen, Bruder. Ich kann dir Sachen über Islam und Christentum sagen. Die Christen sind meine Brüder. Äh, die Christen sind doch nicht deine Brüder. Doch, Christen und Juden sind meine Brüder. Ja, aber Allah sagt, sie sind nicht deine Brüder. Allah sagt, sie sind nicht deine Brüder. Alle, die an die Bücher glauben, das sind meine Brüder. Nee, sie glauben, dass Jesus Gott ist. Und Allah sagt in Suche 5, Vers 72 und Suche 5, Vers 73, für wahr, die Ungläubigen sind diejenigen, die sagen, Jesus wäre Allah. Für wahr, die Ungläubigen sind diejenigen, die sagen, Allah wäre einer von drei. Also wir, Christen. Allah wird Ibn Maryam, also den Sohn von Maria, Jesus, zur Frage stellen. Am Tag des jüngsten Tages wird er sagen, Isa, hast du erzählt, dass du mein Sohn bist? Und Isa wird so sagen, ich war immer dein Prophet und ich bin dein Diener gewesen. Was meinst du, was meinst du, wie du gucken wirst, wenn du vor dem Herrn Jesus Christus stehst und dann siehst, wie der Herr Jesus Christus das Schienbein von Allah zertrümmert? Dein, dein Gesicht will ich sehen. Dein Gesicht will ich sehen. Ich sehe keinen Scheiß, du dreckiger Hund. Ich mache dich fertig. Komm in meine Stadt, ich haue dir dein Gesicht grün und blau. Schau mal, der ist so warmherzig. Ist das die Liebe, die Allah, die es gegeben hat in deinem Herzen? Die Liebe, Liebe vom Islam. Der wurde direkt gesperrt. Ich glaube, der ist entweder rausgekommen oder gesperrt worden. Ja, gut so. Gut so. Da hat sein Islam sein wahres Gesicht gezeigt. Boah, wie meine Stadt. Ich mache kaputt, ey. Boah. Den Islam sein wahres Gesicht gezeigt. Genau. Danke schön. Vielen lieben Dank. Seht ihr, erst mal kommt der ganz, ganz ruhig hier rein und auf einmal kommt sowas dann. Wenn du so provozierst, was erwartest du? Ach so, wenn die Muslime die Christen provozieren, sollen wir dann auch so reagieren? Ich auch mit, oder? Hast du noch nie bereidigt? Du, du, bist du sündenfrei? Wie meinst du das? Ob du sündenfrei bist, genau so wie ich dir das sage. Bist du sündenfrei? Ob ich sündenfrei bin? Ja, oder verstehst du die Frage nicht? Soll ich dich jetzt nochmal aufschreiben? Ich höre dich nicht richtig, deswegen frage ich nochmal, was hast du gesagt? Bist du sündenfrei? Hast du noch nie jemanden beleidigt? Ich habe doch gesagt, ich bin nicht sündenfrei. Nein. Ich halte mir ja nicht auf andere, wenn du dich jetzt beleidigen, wenn du so einen Quatsch über den Islam sprichst. Verstehe ich nicht. Okay, was habe ich denn erzählt über den Islam, was Quatsch ist? Du sagst, was glaubst du, was du machst, wenn du vor Jesus Christus stehst und der Allah Schienbein bricht? Was ist das für eine Aussage? Ja, Allah hat ein Schienbein und der Jesus Christus wird das zertrümmern. Das ist doch normal. Das ist eine Aussage. Es gibt manche Menschen, die haben überhaupt gar keine Ahnung von der Religion, vielleicht weil die nicht so wissend sind und du kommst und erzählst so eine Scheiße und provozierst sie damit. Was ist das für eine Aussage? Ja, aber der Allah hat ja wirklich einen Schienbein und der Herr Jesus Christus wird alles zerstören. Auch das Schienbein von Allah. Wo ist das Problem? Ich verstehe deine Aussage gar nicht. Du siehst doch, dass der Jesus Christus der Richter von allem ist. Und wenn er Allah ein Schienbein hat, dann wird auch Allah Schienbein zertrümmern und zerstört. Der Einzige, der richtet, ist Allah, subhanahu wa ta'ala. Ja, das stimmt doch nicht. Der Prophet hat gesagt, dass Jesus mich gehört. Dein Gott wurde geboren, der wurde eingewickelt in Bindeln, der wurde gestört. Der wurde alles. Und das nimmst du Gott? Dein Gott ist ein Schienbein, hat zwei rechte Hände, hat einen Fuß, hat eine fucking Sehne und uns haben lächelt. Dein Gott war neun Monate im Bauch. Ja, mein Gott kann Mensch werden. Dein Gott kann noch nicht mal einen richtigen Körper haben. Er ist einfach so eine Lego-Figur. Allah ist eine Lego-Figur, Mann. Allah ist Lego-Legoplemobil. Ein Gott, der stirbt. Leute, Allah ist Lego-Legoplemobil. Wenn ihr mit Allah spielen wollt, könnt ihr so einen Aufsatz kaufen. Ich werde das demnächst verkaufen. Wer will Allah zusammenbauen? Einmal bitte die Hände heben. Wenn Mohammed der Richtige ist, warum kommt er nicht am jüngsten Tag des Gerichts und kommt er die Menschheit? Warum muss denn Jesus kommen wieder? Warum muss Isa kommen? Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, wird am Tag des jüngsten Gerichts zu Allah, subhanahu wa ta'ala, gehen und Viersprache für uns einbehalten. Das stimmt nicht. Der Mohammed weiß doch nicht, warum er im Himmel sitzt, Mann. Ich habe keine Ahnung. Das ist Quatsch. Mohammed ist tot. Das ist das Wiespa, wie der im Gehirn gewaschen ist, der Arme. Der denkt so, dass der Prophet sicher im Himmel ist. Der Koran sagt, Mohammed ist tot und Isa ist lebendig. Isa lebt. Der Koran sagt, dass der Mohammed als falscher Prophet gestorben ist. Sures 69, Vers 44 und Sahih al-Bukhani 5116. Sahih al-Bukhani, wo war das? Sahih al-Bukhani 44, 28. Er ist an GIF gestorben, dass seine Schlaggasse gerade durchtrennt hat, mein Lieber. Ich weiß, dass du gerne aus dem Kontext hieß. Ich weiß, das ist ja nichts Neues. Was für aus dem Kontext? Das stimmt ja auch so. Aus dem Kontext ziehen, ja, natürlich. Das ist doch alles aus dem Kontext. Marie, bleib mal kurz ruhig. Marie, lass dich nicht so verleihen von denen. Das ist ja so ein Satan. Gott, bitte. Verschone mich mit deinem Ohr, bitte. Verschone mich. Verschone den Dr. Scherer, bitte. Verschone den Dr. Scherer, bitte. Es ist doch legitim, wenn ich sage, dass der Herr Jesus Christus der Richter der Welt ist und dann kommt er zurück, um alles zu zerstören. Dann wird doch Allah ein Schienbein zerstört. Allah hat ein Schienbein und das wird zerstören. Dann sagen die, ich bin respektlos. Das ist nicht mehr normal. Aber sie dürfen alles über den christlichen Glauben sagen. Das ist unglaublich. Welch Auffassungsvermögen ist. Einfach licherlich. Das ist die Suche 68, Vers 43. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. An dem Tag, an dem er sein Bein freigelegt wird und sie aufgefordert werden, sich niederzuwerfen, niederzuknien. Aber sie werden dazu nicht in der Lage sein. Und gut, sind sie in Sicherheit. Das ist die Sura 68, Vers 43. Was versteht man hier nicht? Was kann man dann aus dem Kontext rausreißen? Das steht ja hier, deutlich auf Arabisch, man kann das lesen, dass er, Das heißt, an dem Tag, wo er sein Bein, also sein Schienbein, freigelegt wird. Was ist daran falsch zu verstehen? Oder schwer zu verstehen? Das ist heftig. Ihr kommt hier rein ohne Wissen, ja, und ohne Belege und ohne Moral, ohne nichts und ihr sagt einfach, nein, stimmt nicht. Weil ihr, na klar, ich, ich verstehe, dass ihr sagt, das stimmt nicht. Weil ihr habt das jetzt, sowas habt nie gehört, dass es sowas gibt oder existiert. Ja klar, ihr müsst selbst nachschauen und die Suren und die Radiesen aufschlagen. Dann seht ihr das, dass es sowas existiert und sowas gibt, zu lesen. Ich verstehe euch, ich verstehe, dass ihr sagt, nein, sowas gibt es nicht. Ja, aber dann, wenn wir euch sagen, dass es doch gibt, dann wenigstens gibt es zu und sagt, ja, wir haben das nicht gewusst, wir sind ahnungslos. Seid aber bitte ehrlich und macht kein Taqiyah und lügt einfach nicht. Ihr seid lächerlich. Geht einfach ins Internet rein und tippt das einfach, wenn ihr kein Koran habt zu Hause. Was ja auch natürlich klar, dass ihr auch immer kein Koran habt zu Hause. Ihr nennt euch Muslims. Warum wir Christ sind und wir haben alles zu Hause. Koran, Bibel, alles. Warum habt ihr noch nicht mal einen Koran zu Hause, nehmt euch Muslims. Für was seid ihr Muslims? Ihr seid einfach für mich in meinen Augen Heuchler-Muslims. Heuchler. Einfach Namen, Namen Muslims. Einfach mit Namen. Einfach nur so rein geboren. Reingeboren Muslim. Die größten Heuchler seid ihr. Guck mal, wenn ihr richtige Muslime seid, ja, dann werdet ihr so rumlaufen, ja, wie die, wie zum Beispiel, wie heißt der da nochmal, der Peer-Vogel und der andere, der Gelehrte, mit so langen Bärten, Hosen über die Knöchel, ja, und alles Haram. Alles Haram. Die, die wissen richtig, deren Islam. Die haben den Islam richtig gelesen. Die haben die Bücher richtig gelesen. Und die haben den Koran richtig gelesen. Gegenseit zu euch. Ich finde euch, ich finde halt diese eurushische Muslime schlimmer, schlimmer als diese, die richtig gelernt haben und in den Hadithen geschaut haben und in den Koran gelesen haben. Weil ihr seid wirklich Heuchler. Wie könnt ihr euch nennen, Muslime zu sein? Ohne den Koran zu Hause, zur Hand zu haben oder gelesen die Suchen oder ihr wisst nicht, was in den Hadithen befindet. Guck mal, Hadith ohne Koran ist nichts und Koran ohne Hadith ist auch nichts. Manche sagen, nein, diese Hadith ist zaif, nicht zahir und dieser Hadith beweist nicht, dass diese Suche wahr ist oder richtig. Was ist das für ein Quatsch? Wenn ihr sowas sagt, eure Gelehrten, ja, in arabischen Ländern dort, wo sie immer da am Fernseher laufen oder geht zu Sarodi-Araben, sagt ihr, nein, das stimmt nicht. Die werden euch, die, ja, Nackentherapie machen mit euch. Die werden euch sagen, ihr seid Heuchler, ihr seid keine richtigen Muslime. Guck mal, schämt euch zu sagen, ich bin Muslim und Alhamdulillah. Schämt euch, schämt euch, schämt euch. Muslim, Alhamdulillah. Mit was? Mit was? Mit deinem Wissen, ja, mit, äh, dass du den Koran zu Hause hast und liest jeden Tag in den Koran oder, oder du schaust in den Hadithen nach und in den Tafasir, was damit gemeint ist, diese Suche und diese Suche oder weil ihr betet fünfmal am Tag oder ihr geht zu Hasch oder ihr macht das Sakat oder was, für was, für seid ihr Muslime? Für was? Oder hast du vier Frauen, wie der Prophet gemacht hat? Warum sagst du dann, ich bin Muslim, Alhamdulillah? Du hast doch keine vier Frauen. Oder Zawajj Al-Misjar Ja, äh, Ehe auf, äh, bestimmte Zeit. Es ist doch alles erlaubt im Islam, oder nicht? Ja, guckte mir eure Hadithen. Wir haben das nichts erfunden. Wir lesen von euren Büchern und euren Hadithen. Wir haben nichts von uns ausgegeben. Wir kritisieren nicht euch Menschen, weil wir kennen euch nicht. Wir kritisieren nur eure Schriften, was da steht im Islam und was steht im Koran und im Hadithen. Wir beleidigen nicht, im Gegenteil. Wir klären auf und wir zitieren einfach eure Bücher, was da drin steht. Das ist nicht verboten. Wir haben hier in Deutschland Meinungsfreiheit. Wie die anderen Muslime machen uns schlecht, wir Christen, und behaupten falsche Aussagen und lügen über unsere heilige Schrift, die Bibel. Wir machen das nicht, wir lügen nicht, wir behaupten nichts. Wir lesen die Wahrheit hier, was da steht im Koran und im Hadith. Versteht ihr das? Wir beleidigen nicht, im Gegenteil, wir klären auch auf alles. Guck mal, euer Koran und euer Hadith ist beleidigend, für euch selbst. Versteht ihr das nicht? Ihr müsst aufwachen von euren Träumen, aufwachen, aufwachen. Kommt hierher, Muslime, ja, wir sind Euro-Shisha-Muslime, wir gehen Bar-Shisha, wir gehen Jeanshose von Nike, Schuhe von Nike, den schönsten Haarschnitt, was weiß denn ich, wacht eigentlich auf in eure Träumen. Wake up, wake up. Wake up, wake up, mein Lieber. Ja, die Gnade, die Tür der Gnade ist ja noch offen, ihr Lieben, an alle, die mir gerade zuhören. Ihr habt eine gute Möglichkeit, erhitzt zu werden. Der Jesus Christus bietet euch den Retter. Es gibt keinen anderen Retter als Gott selber und so heißt es ja auch in Jesaja 43,11. Mariam, bitte vorlesen. Amir, mein Lieber, du hängst. Mein Lieber, du hängst. Hörst du mich jetzt? Nochmal. Hörst du mich? Ja. Hörst du mich? Ja, jetzt. Besser? Ja. Okay, ich habe gesagt, die Muslime haben eine gute Möglichkeit, errettet zu werden, weil die Tür der Gnade ja auf ist für jeden, für jeden, der da kommen will. Denn der Jesus Christus stoßt ja niemanden hinaus, denn er ist der Retter und es gibt niemanden anderes als Gott, der rettet. Und liest uns bitte Jesaja 43,11 vor. Ja. Ach so, warte mal, hier möchte jemand ein Stummschaltpaket. Warte, Ramsat. Ramsat, guck mal, jetzt kannst du von außen zuhören. Guck mal, tschüss. Gott segne dich und deine Familie. Ich beleidige deine Mutter nicht, denn das steht mir nicht zu. Weil das ist low class level. Verstehst du? Das gehört sich nicht für einen Christen. Aber anscheinend für Muslime ja. Moment, mein Lieber, ich bin gleich da, ja? Kein Problem. We have time, Mariam. We have time. Shukran, shukran. Shukran, Moment, ich habe hier kein Internet, aber ich gucke gerade. Moment, was ist los mit meinem PC? Ich habe den Vers in meinem Kopf der Herr sagt, oh, jetzt habe ich eine Verstoßverwandlung bekommen. Ja. Ja, super. Ich gehe nochmal raus und komme nochmal rein. Bis gleich. Ja, bis gleich. Der Vers ist fertig. Hier sagt Allah eindeutig. Du hast es verschwunden. Ich habe nichts, ich schließe nochmal. Und der Messieh, der Sohn von Maria. Er sagt nicht, Messia. Was sagt hier dann Allah? Ilaha wahid. Er ist der eine. La ilaha illa huid. Du bist schon zum letzten Satz gegangen, Mann. Du siehst doch, dass in dem Vers gesagt wird, du verstehst doch doch kein Arabisch, oder nicht? Natürlich verstehe ich. Woher willst du mich, dass ich kein Arabisch verstehe? Ich bin kein Profi in arabischer Sprache. kein Problem. Dann, du hast gesagt, du sprichst Arabisch und kannst auch Arabisch lesen und sprechen und verstehen, richtig? Lesen kann ich, verstehen kann ich vieles, nicht alles. Nicht alles. Nein. Auf einmal kannst du es nicht verstehen. Merkst du, wie unehrlich du bist? Merkst du, wie unehrlich du bist? Ich wollte dir sagen, du hast mich nicht aussprechen lassen. Ich bin kein Profi in arabischer Sprache. Du kannst nicht was für ein Profi, Du bist kein Araber, Mann. Hör auf, dir etwas einzurehen. Du bist das nicht. Okay, ich bin kein Araber. Das stimmt. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Der kommt hier hin und versucht, dich zu verarschen. Entschuldigung, TikTok sportlich. Bist du Araber, dass du über Koran sprichst? Bist du Araber, dass du über Koran sprichst? Ich lese Arabisch. Ich bin ein Muslim. Muss ich Araber sein? Nein, genau das will ich dir sagen. Muss ich Araber sein, um den Koran zu verstehen? Nein, muss ich nicht. Das will ich auch nicht. Aber du siehst, dass es zum Beispiel, mein Lieber, du siehst zum Beispiel, dass es Verse gibt, die gegen euch, die reingepackt wurden und falsch übersetzt wurden, damit man euch schön im Islam drin erhält. Ganz genau bis zu 21. Nehmt du den Tafsir an von Atabari? Was sagt denn der Tafsir von Atabari? Genau, jetzt guck mal, was sagt er zu Vers 31. Natürlich sagt er nicht, natürlich sagt er nicht, ihr sollt euch den Messias auch zu Herren nehmen. Ist doch Quatsch, wenn er es Atabari sagen würde. Da habe ich gesehen, dass der Messias, der Sohn von Maria steht und da steht, es gibt keinen anderen Gott außer Allah. Jetzt nehm ihr mal den Tafsir, was er dazu sagt. Okay? Das ist hier Surat Taube. Guck mal, ich schließe mal, von 30, wenn du willst, bis 31, wie du möchtest. Ja. Okay? Ich schließe mal, guck mal. Juden und Christen wird die Vielgüterei nicht angekreidet, weil sie ihre Priester und Mönche als Güter verehren, sondern weil sie die Grenze von ihnen anstatt von Allah beziehen. Wer das Gebot einer anderen gehorcht, setzt, damit praktisch Allah Partner zur Seite. Adi ibn Hatim, der ehemals ein Christ gewesen war, kam zu Propheten, um den Islam zu verstehen und stellte verschiedene Fragen. Guck mal, jetzt habe ich eine Verstoßverwarnung bekommen, obwohl ich nicht mal am Fahren bin. Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss rausgehen, ich komme jetzt wieder rein. Bis gleich. Okay, okay. Oh, siehst du, ich habe eine Rose erhalten. Perfekt, danke. Ich habe die die Dings erreicht. Peinlich, was du hier treibst. Musst du dir nicht angucken, Laura. Das Einzige, was peinlich ist, dass du dein Gehirn nicht benutzt, um die Dinge mit einem anderen, aus einem anderen Blickwinkel zu Oh, was geht ab? Aha, Ex-Muslim. Wie geht's? Warum hängen wir? Was geht, Bruder? Was bringt euch? Hörst uns. Ich höre euch, ja. Sehr schön. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Wie geht's euch? Gut, Dankeschön. Alhamdulillah. Soweit, so gut. Dankeschön. Ihr kommt voll leise rüber. Warum? Weil das Mikrofon zu ist. So besser? Ja, ein bisschen besser. Okay, dann machen wir das mal so. Dann machen wir das mal so. Besser? Jetzt? Ja, jetzt ist besser. Wo bist du gerade? Woher kommst du? Ich komme aus Buxte-Rode. Ich bin hier neben Montana Black. Seine Wohnung, sein Haus. Oh, Stabby. Wir sind gerade auf bei ihm. Was für ein Auto bist du gerade? Ich bin in meinem Hetz-Mobil unterwegs. In deinem Hetz-Mobil? Hetz-Hetz-Mobil. Ich bin Abo-Hetz-Areis, nee, Abo-Hetz-Areis, mein Bruder. Ich bin Hetz-Man. Aha, okay, ganz gut. Ich bin nicht mehr Hetz-Muslim, in dem Wald Name verändern. In Hetz-Man. Ja, sehr schön, sehr schön. Hey, Bruder, bist du bereit? Ihr seid noch voll jung, ne? Seid ihr 18, 19? Nein, nein. Aber was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Hey, Alter, seid ihr aus Frankfurt, ne? Ja. Alle. Woher kommst du denn? Sag mal. Ich bin hier aus NRW. Aus NRW? Ja. Sehr schön, sehr schön. Guck mal, bist du bereit? Habt ihr euch Gedanken gemacht über eure Ewigkeit, mein Lieber? Mein Lieben? Wie bitte? Habt ihr euch Gedanken gemacht über euer Leben, Allah? Ohne Spaß. Inzwischen mache ich mir jeden Abend Gedanken darüber. Ja, war leicht. Ohne Witz, Bruder. Ja, aber ihr wisst, dass ihr eines Tages in den Tod geht, ne? Was passiert mit euch, ne? Ohne Spaß. Bei allem jetzt, so wie es aussieht, nett der dritte Weltkrieg, meiner Meinung nach. Ja, aber man will ja auch, wie willst du denn in den Gedanken von den anderen sterben, ne? Willst du als erfolgreicher Mann sterben oder willst du als Versager sterben? Wir brauchen nicht als Erfolgreicher oder als Versager. Das Wichtigste ist, wir müssen Gott suchen gehen vom ganzen Herzen. Weißt du, was Gott gesagt hat, was demnächst passieren wird in der Bibel? Du meinst Allah, oder? Nee, Allah ist ja nur ein Schienbein. Der ist nicht Gott. Der ist nur ein Schienbein. Ich meine den wahrhaftigen Gott, ja, weh, der Bibel. Nein, nein, nein. Okay, wir schweifen gerade vom Thema ab. Meiner Meinung nach. Auf jeden Fall, du hast sehr gut angefangen mit dem Gedanken machen über die Zukunft. Ja, warte, lass mich mal ganz kurz etwas sagen. Der Gott der Bibel hat eine Prophezeiung gegeben und das trifft auf unsere heutige Zeit perfekt ein. Also das trifft perfekt ein. Und zwar, dass der Gott der Bibel gesagt hat, dass es eine Zeit gibt, in der bald das Bargeld verschwinden wird und jeder das Mahlzeichen des Tieres auf seine rechte Hand bekommt oder auf die Stirn und dass nur derjenige, der dieses Mahlzeichen hat, kaufen und verkaufen kann. Hast du darüber schon mal gehört? Ja. Hast du das gesehen, was in letzter Zeit abgeht auf N24 ZDF, dass sie schon mal Werbung machen für bargeldloses Bezahlen? Ja. Und dass sie das eine Präsentation gemacht haben, was als Alternative gilt? Mhm. Ja. Das ist ein kleiner RFID-Chip, den du unter deiner rechten Haut bekommst. Da wird dein ganzes Leben drin sein. Dein Bargeld, deine Kreditkarten, dein, alles, deine Identität. Genau. Das ist das Mahlzeichen des Tieres. Das sind die gerade am Vorbereiten. Du hast recht, das stimmt, das habe ich genau so mitbekommen. Genau. Und das macht ja der Klaus Kleber. Ihr kennt ja Klaus Kleber von ZDF. Er macht ja dafür auch schon Werbung bei ZDF und er hat darüber berichtet. Deswegen sage ich euch an dieser Stelle, kehrt um zum wahrhaftigen Gott Jesus Christus, der euch liebt und euch retten will. Verstehst du? Weil diese Prophezeiung hat der Koran ja gar nicht. Der Koran hat diese Prophezeiung nicht und ihr werdet in die neue Weltordnung reinschlittern. Da muss ich jetzt aber widersprechen. Warum? Und zwar, guck mal, bei uns ist schon vorher gesagt, dass der Tag kommen wird, da wird Jesus Christus auferstehen. wird Jesus Christus auferstehen und es wird, ich habe gerade seinen Namen vergessen, tut mir leid. Adajan. Genau. Er wird kommen und Jesus Christus wird gegen ihn kämpfen, sage ich jetzt mal, um uns zu schützen. Um uns Menschen zu schützen. Was würdest du eher glauben? Eine Schrift, die 600 Jahre vorher kam oder eine Schrift, die 800 bis 900 Jahre vorher kam, um etwas zu beweisen? Um an etwas zu glauben? Ich wollte gerade sagen, wie lange ist es nicht relevant? Ich kann jetzt auch was schreiben und in 100 Jahren das jemand finden und sagen, ey, das wurde vor 100 Jahren geschrieben, es muss stimmten. Ich meine damit, was würdest du anerkennen, wenn die Mehrheit einer Gesellschaft diese Schriften für authentisch befindet und die 600 Jahre vorher kam und über eine Sache reden und dann kommt auf einmal 600 bis 700 Jahre eine andere Schrift, die dem Ganzen widerspricht. Was würdest du dann eher glauben? Ne, aber es kann ja durchaus sein, dass eine Sache trotzdem dazu kommt, wo man die Erfahrung gemacht hat. Weißt du, es kann ja alles geupdatet werden. Man kriegt neue Erfahrungen. Ja, wenn es ja so ist, dann kann man ja auch den Koran ja immer noch updaten, auch in dieser heutigen Zeit, oder? Nach eurer Logik könnte man ja alles dann updaten, oder nicht? Nein, guck mal, da musst du ihm aber auch widersprechen. Ah, siehst du, auf einmal bei Koran ist wieder was anderes, ne? Nein, nein, das gilt für jede Religion, meiner Meinung nach. Also das ist jetzt nicht nur beim Koran. Ja, also eure Religion kann man dann auch nochmal verändern, oder was? Guck mal, findest du es okay? Wir reden hier von Gott, wir reden hier nicht von irgendeinem Gemüsehändler, der gerade Obst anverkaufen ist. Wir reden von Gott, der seine Worte bewahrt und sagt, Kamir, ich habe die Ich habe, guck mal, Deswegen findest du es okay, wenn jetzt die Bibel von irgendeiner Hand jetzt nochmal neu zitiert wird, neu geschrieben wird. Glaubst du dann der neuen Bibel, sag ich mal, oder glaubst du noch dem Alten, was bei dem Alten drin steht? Nein, wir haben doch einen Urtext. Wir haben doch einen Urtext, worauf wir uns berufen können. Egal, wer da hinkommt und irgendwas übersetzen will. Wir haben doch die Original-Urtext da. Ja. So, und anhand dieses Urtextes müssen wir auch handeln und auch sozusagen, wie nennt man das, auch urteilen. So, anhand dieses Textes sehen wir auf einmal, dass Gott eine Prophezeiung gegeben hat, die in unsere heutige Zeit perfekt passt. Und dann sehen wir auf einmal, dass er gesagt hat, es kommt eine Zeit, da den Freien und den Armen, dass den Armen und den Reichen, den Freien und den Sklaven, den Großen und den Kleinen ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand. Nur, dass sie damit kaufen und verkaufen können. Du siehst also, dass das Bargeld auch in unserer heutigen Zeit ja langsam am Verschwinden ist und dann merkt man so, der Gott der Bibel hat ja schon vor 2000 Jahren darüber berichtet und langsam, langsam zeigt sich der Satan und möchte die ganze Menschheit versklaven. Ja, in dem, was du sagst, gebe ich dir ja recht. Es ist ja nicht so, dass du recht gibst, dann müsst ihr ja zur Bibel zurückkehren und zum Jesus Christus, zum wahren Jesus, nicht zum Isar. Also das war jetzt Quatsch meiner Meinung nach. Isar ist ja Jesus. Isar, der Isar aus dem Koran hat mit dem historisch bezeugten Jesus nichts zu tun. Okay, also deiner Meinung nach ist, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, du sagst, guck mal, ich habe Respekt davor, du sagst, das, was in der Bibel steht, stimmt zu 100 Prozent, aber willst du damit sagen, dass wir, wenn wir nach dem Koran gehen, dass wir falsch, dass wir alles falsch wissen und dass es falsch zitiert worden ist? So ist das. Der Koran ist eigentlich ein Angriff auf die Bibel und der Allah möchte ja auch die Hölle mit Menschen füllen, die Hölle mit Menschen und Jinn füllen. Das ist eine Aufgabe. Dann fragt man sich allen Ernstes, ja, was ist dann die Aufgabe von Schaitan? Kannst du diese Aussage belegen? Ja, Sura 11, 119. Habt ihr den Koran da? Nee, den haben wir leider nicht da. Ja, fragt euch das auf, Sura 11, 119. Und dann frage ich euch aus dem aufrichtigen Herzen, wer hat ein Verlangen, die Hölle mit Menschen zu füllen? Klär mal Ladekabel. Gib mir. Tut mir leid, ich hab dich gerade nicht ganz erstanden, weil ich musste mit ihm reden. Wessen Aufgabe ist es, die Hölle mit Menschen zu füllen? Vom Teufel. Dankeschön, dann ist Allah der Teufel. Ihr habt das gerade vor 700 Leuten bewiesen. 800 Leuten. Du hast mich gefragt, wen seine Aufgabe ist und die Aufgabe ist vom Teufel. Ja, richtig, aber... Ja, also Allah sagt, ich bin derjenige, der die Hölle mit Menschen füllen wird. Dankeschön. Dann ist Allah der Satan. Nee, du zitierst es gerade komplett anders. Okay, dann zitiere mal für uns. Okay, also, der Teufel war ja ein Engel, ja? Ich hab falsch zitiert, lies bitte den Vers vor. Nein, ich hab ja gerade kein Koran vor mir. Ich hab dich gerade gefragt. In Suche 11, 119 steht, dass Allah die Hölle mit Menschen füllen will. Mal ganz kurz. Und dann hab ich euch gefragt, wer hat ein Verlangen, die Hölle mit Menschen zu füllen? Und ihr habt eindeutig richtig geantwortet. Nämlich der Teufel hat ein Verlangen, die Hölle mit Menschen zu füllen. Und dann hab ich gesagt, Dankeschön, dann ist Allah Satan. Das war's. Das stimmt halt wiederum nicht. Das war's. 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 Ihr habt den Islam gerade selber ausgenockt. Guck mal. Okay, er hat es jetzt nicht gehört. Wen seine Aufgabe ist es, die Menschen in die Hölle zu bringen? Was meinst du jetzt? Ja, also, wer sorgt denn dafür? Wer sorgt... Ich wusste es. Junge, denk doch mal nach. Nein, ohne, das ist ein Sport. Erstmal die Sachen holen. Du mal die Sachen. Ich bin gerade in einer Diskussion. Der hat einfach gerade den Islam zerstört und hat bewiesen, dass Allah Satan ist. Der Teufel, Bruder. Der Teufel. Und das, was er sagt, er sagt, er sagt, Allah ist Teufel. Was? Nicht ich, du hast das gesagt, Mann. Welche Cola aus mir? Auf jeden Fall. Geh raus. Du hast nämlich richtig geantwortet, denn das ist die Aufgabe vom Teufel, die Hölle mit Menschen zu füllen. Achso. Du musst das abnehmen. Alles gut, kein Problem. Das ist gar kein Problem. Ah, sehr schön hier. Dankeschön. Ich muss mal gucken, ob ich jemanden habe, der sich mehr auskennt, die Christen. Ja, richtig. kann ich nur kurz, bitte, kurz, das zu kurz. Warte, Senat. Ja. Weißt du nicht, wie du Ali darstellst als eine Hase? Weißt du das nicht, dass immer Ali wirklich nicht der Topf oder Ali ist? was du hier machst, Senat. Deswegen, sie verletzt, hat mich verletzt, oder Ali ist sie, nur jemanden, seine Frau verletzt. Und da steht sie. Und die bloß zu. wie der Scherhamsa dich zerbrocht hat, das war heftig. Was für eine Klatsche du bekommst von Scherhamsa. Der hat Ibn Omar als Kaffee abgestempelt. Nein, nein, warte mal, guck mal. Wir haben das Video geschnitten. Senat, ich lag auf Boden. Senat, ich lag auf Boden. Du hast einfach Ibn Omar vernichtet. Nein, nein, guck mal. Ubin Omar hat nicht gesagt, Koran ist verfälscht, sondern, keiner sagt. Senat, schon wieder lügst du. Es ging darum, wenn jemand, du hast gesagt, wenn du mir beweist, dass der Koran nicht vollständig ist, oder ein Vers aus dem Koran rausgenommen wird, der ist ein Kerfel. Und dann hat der Scherhamsa dir gezeigt, ja, der Steinigungsvers ist doch nicht mehr da. Das Brustsaug eines Erwachsenes ist auch nicht mehr da. Hast du gesagt, dann ist Ibn Omar auch ein Kerfel. Weißt du was, ich hier da nicht verstanden habe? Nein, nein. Ja, ich habe dich hier nicht verstanden. Du bist so ein Lügner. Ich erkläre dir ganz kurz, Ibn Omar kannte viele Versen, die abrogiert waren, nicht. Er kannte sie nicht. Ibn Massoud kannte die Versen, die abrogiert waren, sie kannten sie nicht. Nein, stopp, Senat, Senat, Senat. Der Omar Ibn Al-Khatab, Omar Ibn Al-Khatab sagt in Sahi Bukhari, ich glaube, dass die Oma verloren geht, weil der Steinigungsvers nicht mehr im Allas Buch vorhanden ist. Er wurde rausgenommen und er denkt, dass die Oma verloren geht aufgrund dieser Tatsache. Wahnsinn, ne? Viele haben gedacht, dass die Verse einfach verloren gegangen sind. Oma, Senat, aber was bedeutet Abrogation? Dass ein Vers den anderen Vers aufhebt. Zeig mir den Steinigungsvers und zeig mir den Aufhebungsvers des Steinigungsverses. Die anderen. Mit dem Steinigungsvers, guck mal, mit dem Steinigungsvers, der Hadith ist nicht authentisch. Sowieso. Ich kann das so... Nein, du warst nicht authentisch, du Lügner. Wo steht das in Sahi Bukhari? Okay, einen Moment, ich zeige dir. Und jetzt, kann ich nur kurz hier kurz was sagen zu Zure Taube 31. Weißt du, warum da geht's? Damals haben doch die Juden gesagt, Allah ist der Gott, aber der hat einen Sohn. Und die Christen... Wie? Das kann ja nicht wahr sein. ich will dir noch kurz erklären. Nur ganz kurz, ich will dir erklären, bitte ganz kurz. Damals haben die Juden Allah als Gott gesehen, aber ihm beigesellt, Esra sein Sohn. Aber die Christen haben doch gesagt, jeder ist Gottes Sohn und gleichzeitig Gott. Stimmt? Als sie dann die Schriftgelehrten und München kennengelernt haben, beide haben gesagt, Allah ist nicht der Gott und Messias ist auch nicht der Gott. Und da hat Allah gesagt, die haben weder Allah noch Messias als Gott genommen. Die haben sich selber gelogen, weil sie die Schriftgelehrten und die München kennengelernt haben. Sie haben sich ihre Mönche und ihre Rabbiner zu Herren genommen, anstatt Allah und den Messias. So steht es ein Deutsch im Arab. Da stehst du, weil sie die Leute so dumm zu verkaufen. Ich komme jetzt das wieder rein. Wollt ihr mich melden? Komm, wir machen Party. Party! Ihr Lieben, schreibt euch das bitte auf. Can das bitte jemand hier reinschreiben? Dann pinne ich das an. 1432. Ich komme alleine. Ja, ich hoffe, dass du immer alleine kommst. Was sagst du, Amir? Ich sage ihr, dann komm doch alleine. Kafir, kafir. Kafir. Hallo, kann mal jemand 1432... Ja, da. Jami, erzähl mir die 1432. Danke, Jakob. Aaron-Dieter, Aaron-Dieter, Jakob. Ja, danke. Da habt ihr es, ihr Lieben. Das ist der Hadith und der ist als Sahih eingestuft worden. Korrekt, authentisch. Und so heißt es, wahrlich, Allah sandte Mohammed mit der Wahrheit und er offenbarte im Buch, dass zu dem, was ihm offenbart wurde, gehörte auch die Eier der Steinigung. Also steinigten der Gesandte Allahs, also hier, sallallahu alaihi wasallam und, äh, Dings, äh, TikTok-sportlich, ne? Also steinigt der Gesandte Allahs und wir steinigten nach ihm. Jetzt pass auf, ich fürchte, dass die Zeit so an den Menschen vorbeigehen wird, dass jemand sagen wird, wir sehen keine Steinigung im Buch Allahs. Sie werden in die Irre geführt, wenn sie eine Verpflichtung aufgeben, die Allah offenbart hat. In der Tat ist die Steinigung die Strafe für Ehebrecher, TikTok-sportlich. Wenn er verheiratet war und die Beweise vorliegen oder weil er schwanger war, oder weil sie schwanger war oder ein Geständnis abgelegt hat. Heftig, ne? Das war im Buch von Allah, das wurde aber rausgenommen, die Steinigung. Schau dir das an. Sie spielen mit dem Wort ihres Gottes. Okay, Taschkin, äh, kein Problem, du wärst gestummt. Ciao. Du kannst von außen jetzt noch zugucken. Witz kannst du deine Religion nennen. Das ist wirklich ein Witz. Dass Leute die Macht haben, Verse aus dem Koran zu entnehmen, Verse hinzuzufügen. Ja, super. Bitte stelle über Eicher mit sechs Jahren. Das findest du in, äh, äh, Sae-Bukhari 61-30. Position ungenau. Suche Satelliten. Sona Nanasai 3255. Schau dir das mal an. Es wurde überliefert, Aisha, es wurde überliefert von Aisha, dass Aisha den Gesandten Allah, der hat mich geheiratet, als ich sechs Jahre alt war und hat die Ehe konsumiert, als ich neun war. Neun. Neun. Und ihr wisst, was konsumieren bedeutet, ne? Ein 53-jähriger Mann konsumiert die Ehe mit einem neunjährigen Kind. Meinung zu Marcel Kras, der hat Gehirn gewaschen. Was soll ich dir dazu noch sagen? Senat, wo bist du? Nicht weglaufen. Senat, komm rein. Nicht melden von draußen. Die haben selber keine Ahnung von ihrer Religion. Sie alle sind im Islam drin, aber keiner von ihnen hat Ahnung vom Islam. Und dann sind die natürlich schockiert, wenn ich hier sitze und die ganzen Sachen alle parat habe für diese ganzen Leute. Da kommt der Senat letztes Mal zu mir und sagt, der Armir, laber nicht so einen Quatsch, dass Mohammed Voodoo vergessen hat, sich zu waschen. Der ist ohne Voodoo, ohne Waschung, ist der zum Gebet gegangen, der Mohammed. Zum Fajr-Gebet. Was ist mit Tashahud? Ja, genau. Tashahud ist purer Schirk. Ihr spricht direkt zu Mohammed. Assalamu alaikum, hayyuhannabiyu, wa rahmatullahi wa barakatuh. Was bedeutet das? Ihr spricht direkt zu einem Toten. Friede sei auf dir, oh Prophet. Friede sei auf dir, oh Prophet. Du sprichst zum Propheten. Du bist doch durch. Ja, der Einzige, der durch ist, ist derjenige, der glaubt, dass Gott ihm 72 Jungfrauen verspricht. Der ist wirklich durch. Habt ihr aus dem Himmelreich ein Bordell gemacht? Dann wollen die mir sagen, ich bin durch. Ihr braucht eine Therapie, braucht ihr. Amir, wie geht's dir? Jonas. Hä? Jonas. Ja, wie geht's dir? Alles gut? Handel, Jesus, mir geht's gut. Handel, Jesus. Dr. Scheer, ich brauche wieder Unterricht. Ja, genau. Unterricht gibt's immer nur bei mir. Denn hier finden sie die Wahrheit. Ja. Wann machst du wieder die abendliche Sitzung zu Hause? Demnächst, bald. Bald mache ich die Verfälschung des Korans und dann werdet ihr alle erstaunt sein. Mir geht kaputt, ey. Ich sag's euch. Ihr könnt Screenshots machen davon, bis zum geht nicht mehr. Amir, ich hab gestern... Amir, ich hab gestern... Amir, ich hab gestern ein Video von dir gesehen, ne? Ja. Da hast du ein Buch hier von Christian Prinz gehabt. Das nennt sich SEX und Allah, ne? Ja, SEX und Allah. So, ich hab das auf jeden Fall mir kaufen wollen, aber ich find die deutsche Ausgabe davon nicht. Woher hast du die geholt? Ja, ich glaube, du hast schon ausverkauft, oder was? Ja? Ja, ich denke schon. Alle haben sich eine Kopie geholt, ne? Ja, das ist ja das Coole, ne? Hast du auf jeden Fall ein Buch, wo alle Quellenangaben verzeichnet sind. So hast du alles direkt parat. Da brauchst du nicht mit zig von Büchern rumzulaufen, sondern ein kleines Heftchen, wo alle Quellenangaben vorhanden sind. Ja. Boah, ich erinnere mich auf jeden Fall, du hast in diesem Video einen Mann aufgeklärt, ne? Und der hat die ganze Zeit das verleugnet, weil das von Christian Prinz ist, ne? Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Wien auch mal, was? Also auf jeden Fall, das war so ein Mann, der war mit dir und deinem Bruder in dem Video drin, ne? Ja. Und du hast ihm da ein paar Sätze vorgelesen aus diesem Buch und der sagte, nein, das ist Quatsch, das ist von Christian Prinz und so. Du bist richtig ausgeflippt in diesem Video. Ja, weil die sind ja verrückt. Jemand, der sagt, du liest gerade aus dem Buch von Christian Prinz vor, das ist doch völlig behämmert. Auch wenn ich von einem Mickey Mouse Heft vorlesen würde, was auf einmal Quellenangaben des Islams gibt, wo ist denn der Unterschied dann? Du kannst doch hinlaufen und das Namen prüfen, was ich da sage. Ja, du hast ihn sogar die Quellen genannt. Ja, das ist eine blöde Ausrede. Aber irgendwo muss man das Buch ja noch bekommen, ne? Ja, irgendwo gibt es das noch. Musst du Christian Prinz fragen, mein Lieber. Ja. Ähm, Dins, eine Frage noch. Ja. Letztens, als wir ja zu dritt, du, Mariam und ich in einem Video waren, da hast du etwas vorgelesen, ne? Und das war irgendwie Surah ebn al-Dunia, ne? Surah ebn al-Dunia? Ja. Und dann habe ich jemanden gefragt und er sagte irgendwie, das existierte überhaupt gar nicht. Was existiert nicht? Also, du hast irgendwas aus der Surah ebn al-Dunia vorgelesen? Ja, tut. Ich habe aus gar keiner Surah ebn al-Dunia vorgelesen, Mann. Oder? Das ist, weil du mir nicht richtig zugehört hast und dann auf einmal sowas den anderen erzählst, ne? Das ist das Problem. Ja. Aber? Wenn du schon nicht in der Lage bist, zuzuhören und das Ganze aufzunehmen, dann nimm du doch wenigstens einen Stift und ein Blatt und dann schreibst du dir alles auf. Ja, das stimmt. Ja, da kamen so viele Informationen. Ja, siehst du, du siehst ja, dass ich bei jedem Livestream immer sehr viele Informationen mitgebe. Und wenn man jetzt nicht so aufnahmefähig ist, dann kann man sich doch einen Stift und ein Blatt zurechtlegen. Und immer, wenn ich was sage, Leute, schreibt euch das auf oder merkt euch das oder was. Warum sage ich das? Warum mache ich das denn? Damit ihr auch wenigstens viel davon lernt und das in euren Diskussionen einsetzt, Mann. Ja, richtig, stimmt. Dr. Schirr, nächstes Mal nehme ich den Tipp an. Ich bin wie ein strenger Lehrer. Ich muss ein guter Peinchen gleich raus. Wie dieser Lehrer, die damals ihre Schüler geschlagen hat. Sei barmherzig mit deinem Schüler. Ich muss mit euch strengen. Ich muss mit euch als strenger sein. Das geht so nicht weiter. Ja, auf jeden Fall. Ja gut. Dann auf jeden Fall hören wir uns das nächste Mal, ja? Okay, alles klar. Ja, Gott segnehm ich und deine Familie. Okay, dich auch. Mach's gut, Junest. Du wirst dein Ende finden, wie der Pharao sein Ende gefunden hat. Nein, leben, auch wenn ich sterbe. So sagt der Herr Jesus Christus als Versprechen. Ich bin die Aufwendung und das Leben. Jeder, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Johannes 11,25. Hi, grüß dich, Amir. Gott segne dich und deine Familie. Dich auch. Du bist Ex-Muslim? Ja, richtig. Ah, okay. Für einen Ex-Muslim müsstest du ja ein paar Regeln kennen im Islam, ja? Ich kenne keine Regeln, weil es im Islam keine Regeln gibt. Dann kannst du mir bestimmt die Tashahud aufsagen, oder? Du kannst gerne Tashahud aussagen, wenn du möchtest. Ja, du bist doch aber Ex-Muslim. Du bist Ex-Muslim. Ich bin Moslem, aber kein Ex-Muslim. Ja, dann kannst du ja vor uns Tashahud aufsagen und dann kannst du den Schirk ja gerne praktizieren, ja? Ja, du sagst doch, du bist Ex-Muslim. Also jeder Moslem, wenn er gebetet hat, sagt er ja die Tashahud. Ja, ich möchte aber nicht Muhammad ansprechen. Nee, du kannst es nicht. Du kannst den Leuten mal erzählen, was du in Tashahud machst. Du sprichst direkt zu Muhammad, zu einem Toten. Ist das nicht Schirk? Ach, 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 Amir. Wagen wir es auf, Hassprediger zu sein. Habt ihr das gesehen? Seht ihr, wie er ausweicht auf einmal? Habt ihr das mitbekommen, ihr Lieben? So könnt ihr jeden Muslim vernichten, wenn er kommt mit Tashahud. Dann sage ich, okay, dann zitier mal dein Tashahud. Und dann siehst du auf einmal, was für eine Schirk-Religion das ist. Purer Götzendienst. Sie sprechen in ihren Gebeten zu Muhammad, als würde er leben und ihre Gebete hören. Also, das ist deine Aussage. Ja, lies uns vor. Meine Aussage, komm, lass uns mal durchgehen, Tashahud. Jetzt lachst du auf einmal. Jetzt hast du nicht mehr große Klappe, ne? Das ist echt süß von dir, wirklich. Süß ist das richtig, dass du hier drinnen bist und den Islam gerade blamierst. So ist das süß. Nee, warum soll man den Islam blamieren? Okay, dann erzähl uns mal bitte, was Tashahud ist. Du bist doch Ex-Muslim, dann sag mir doch die Tashahud. Okay, mein Süßer, komm, wir sind beide süß. Erzähl uns mal, was du in Tashahud machst. Sprichst du direkt zu Muhammad? Machst du Shirk? Ja, was denn? Sagst du nicht As-Salamu alaikum? Hai Johann Nabi, you? Frieden sei auf dir, oh Prophet. Man gibt die Friedenswünsche, man, und nicht, man betet keinen Menschen an. Aber du sprichst doch zu Muhammad, oder? Ja. Ach, ich dachte, ihr dürft nur zu Allah sprechen. Man spricht doch nicht zu Muhammad. Natürlich. As-Salamu alaikum, hai Johann Nabi, you. Was bedeutet das? Die Übersetzung. Bitte. Guck mal, jetzt geht er googeln. Guck mal, was das für einer ist. Der kommt hier rein, kann nix im Islam, und jetzt geht er googeln, der Typ. Habt ihr das gesehen? Er weiß, dass das eine Schild-Religion ist. Purer Politeismus. Purer Blödsinn. Purer Dummhaufen. Ihr habt keine Chance. Niemand. Die sprechen in ihren Gebeten direkt zu Muhammad, diese Schild-Religion. As-Salamu alaikum, hai Johann Nabi, you, sagen sie. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Friede sei auf dir, oh Prophet. Und der Segen Gottes sei auf dir, oh Prophet. Da kommt ihr hier mit so einem Dreck um die Ecke. Schaut euch das bitte an. Ja, süß. Ja, ich zeig dir was süßes. Ist das heftig. Ah, Urwan. Urwan ist auf. Wir, wir Spaß haben hier. Haben hier. Der ist mit Al Burak weggeflogen. Ich könnte dich den ganzen Tag totlachen über diese Leute. Der ist mit Al Burak weggeflogen. Der ist mit Al Burak richtig in Dings geflogen. Siebte Himmel. Amir, ich warte, ich brauche fest. Amir, ich warte mal ganz kurz. Wenn Leute, ihr könnt die Muslime anhand dieser einen von Tashahud, weil die sagen ja, wir glauben an Tauhid. Und wir dürfen neben Allah niemanden anrufen oder verehren. Dann fragst du sie aber in deinem Tashahud, das du am Ende deines Gebetes machst, sprichst du ja zu Muhammad. Du sagst ja Assalamu alaikum hayyohannabiyyuh. Oh, Friede sei auf dir, oh Prophet. Was sprichst du mit einem Toten oder was? Das kannst du keiner mit sehen, was die Muslime da machen, ey. Amir, willst du mal den Satan sehen? Ich zeig dir mal was. Bitte mach mich mal groß. Du bist doch wieder Verstoßverwarnung. Schau dich, das geht gar nicht. Ich bin dich gar am Fahren. Ja, schade. Amir, du musst mich nachher hochholen. Ich muss dir was zeigen. Wirklich, das musst du sehen. Kein Problem. Dr. Scherrabo Amir geht raus und kommt wieder rein, ihr Lieben. Wir machen weiter. Wir haben das Video viermal gesperrt bei mir. Hamdi hat das Video viermal sperren lassen bei mir. Ihr seid alle neidisch. Ihr seid alle neidisch, dass ich jetzt gerade in Al-Gender bin. Da vorne sind die Hudelein, da. Die warten schon da vorne um mich. Die sind schüchtern, mit ihren schüchternen Blicken. Die sagen, oh Amir. Amir, das muss mich nicht. Dr. Scherrabo Amir. Komm endlich zu uns. Ich komm gleich. Ja, Hudelein. Bin gleich da. Ist das unglaublich. Die glauben einfach an Uwudel Ayn. Ah, Senat ist wieder da. Senat, komm. Senat Anti-Rafi da. Wieder noch schreit Anti-Rafi. Die haben dich zerstört, ey. Ich fand das schön, dass du über Tashahud mit ihm gesprochen hast. Und du denkst wirklich, dass wir zu Mohammed sprechen im Gebet? Okay, dann sag uns mal, was machst du da? Okay, guck mir. Ja. Erstmal, was bedeutet das? At-Tahiyyatu lillahi wa s-salamatu wa t-taybaat. Bedeutet... Mach weiter. Den Satz will ich nicht. Ich will, dass du zu Mohammed sprichst. As-Salamu alaikum. Hayyuh al-Nabi. Warte, dieses war ein Gespräch zwischen Allah und Mohammed und wir wiederholen nur, was stattgefunden hat. Ach so, wiederholt. Du sagst also, wenn du zum Beispiel sagst, Friede sei auf dir, oh Prophet, wiederholst du nur, was Allah gesagt hat? Ja, weißt du warum? Weil Allah sagt doch im Koran, sprichst du den Ungläubigen und wir sagen das im Koran. Sind wir Allah? Nein. Sondern wir zitieren, was Allah zu den Propheten gesagt hat. Nein, nein, nein. So geht das hier nicht, Senat. Du sprichst in jedem deiner Gebete direkt zum Propheten und das sagen die Gelehrten ja auch. Ja, wir sprechen zum Propheten. Ich sag mal auf Deutsch, damit du verstehst. Guck mal. Ich verstehe das schon. Friede sei auf dir, oh Prophet. Das hat Allah zum Propheten gesagt, als er im Himmel war. Das ist ein Teil eures Gebetes, das ist Schirk. Und ich check das noch nicht mal. Das hat Allah zu dem Propheten. Lass mich kurz ausreden, damit du verstehst. Die ganze Aussage ist, wie Luft geht das auf. Merkst du auch gerade eben mit dem Steinigungsvers. Zeige ich dir, habe ich dir bewiesen. Du zeige ich dir, habe ich dir bewiesen. Du sagst die ganze Zeit, nein, das stimmt nicht, nein, das stimmt nicht. Was soll das, Mann? Du musst jetzt ehrlich sein. Guck mal, damit du verstehst. Ich muss ehrlich sein, oder du? Guck mal, wenn wir im Gebet sind, wenn wir im Gebet sind, wir sagen, kullyeh ayyuhel kafirun, sag zu den Ungläubigen. Aber Allah hat das gesagt. Sind wir Allah, wenn wir sagen, sag zu den Ungläubigen, Nein. Aber in deinem Gebet, in deinem Gebet, diese Tashakku. Okay, jetzt sage ich dir Tashakku, was bedeutet. Ganz kurz, bitte. Alle große Gebete und gute Taten gebührt Allah. Das hat Muhammad erst einmal zu Allah gesprochen. Und jetzt spricht Allah, der Friede sei auf dir, o Muhammad. Und Gottes Gnade und seine Segen sei auf dir, o Muhammad. Jetzt spricht wieder Muhammad, der Friede sei mit uns und alle rechtschaffenen Diener Allah. Oh meinst, wer spricht denn da alles auf einmal? Muhammad, Allah und ihr gibt das alles wieder. Was ist das bitte, Mann? Das ist ein Gespräch zwischen Allah und Muhammad. Und wir wiederholen das, was stattgefunden hat. Ich dachte immer, Jibril wäre immer dazwischen, zwischen Allah und Muhammad. Nein. Jibril sagte, bis hierhin kann ich kommen. Wenn ich weiterhin gehe und dich zu Allah führe, dann werde ich verbrannt. Ja, okay. Zeig nochmal dieses Tashakku, was wird dort richtig gemacht. As-salamu alaykum, hayyuh al-Nabiyyuh. Du siehst so, dass du direkt zu Muhammad sprichst in deinem Gebet. Ich zitiere nur die Begegnung zwischen Allah und Muhammad. Warum zitierst du irgendetwas, was direkte Ansprechung ist? Dürft ihr nicht nur zu Allah beten oder ihn ansprechen? Ist das nicht Schirk im Islam? Warum ist das nicht Schirk im Islam, jemanden anders neben Allah anzurufen? Nein, wir rufen Muhammad nicht an, wie wir sagen, As-salamu alaykum bedeutet Friede mit dir außerdem. Das ist keine Bitte, hilf mir. Du sprichst doch direkt zu Friede sei auf dir, oh Prophet. Ja, zu Propheten. Warum will ich Frieden sein? Und wenn ich sage, Friede sei auf dir, Amit, bist du Gott, rufe ich dich an? Nee, das ist ein ganz himmelweiter Unterschied. Wenn ich tot wäre und du zu mir sprechen würdest, das wäre absoluter Schirk. Und genau das macht er die ganze Zeit. Allah sagt, wir sind nicht tot. Die leben. Allah sagt, die Propheten sind tot. Ja, aber du sprichst doch direkt zu einem Toten. Das ist doch Schirk, Mann. Ich spreche nicht zu ihm. Ich wiederhole, was Allah zu ihm gesprochen hat. Warum wiederholst du diese Worte zu einem Toten? Nein, ich wiederhole mich zu dem Toten. Merkst du nicht, dass da irgendwas nicht stimmt mit dieser Tashahut? Was bedeutet denn Sallallahu alayhi wa sallam? Allahs Segen und Frieden sei auf ihm. Falsch. Was bedeutet Salah? Salah ist was anderes. Salawat ist was anderes. Du bist ein Lügner. Die Muslime haben dich getäuscht. Salah bedeutet immer beten. Was bedeutet Barakah? Es gibt einmal Bittgebet und einmal Gebet. Du musst unterscheiden zwischen zwei. Ich weiß, was Bittgebete sind. Bittgebete sind... Oh, Mann. Mein Lieber. Sallallahu alayhi wa sallam. Was bedeutet das genau ausgesprochen? Oder selbst? Ja, Gottes Segen und Frieden sei auf ihm. Falsch. Was ist Salah im Islam? Sallallahu ist was anderes als Salah. Sallallahu ist was anderes als Salah. Aber was bedeutet doch einfach Segen wünschen? Wir reden hier nicht von Dua machen. Wir reden hier richtig von Salah. Ein Gebet. Ein richtiges Gebet zu ihm. Nicht Bittgebet. Dua sind ja Bittgebete. Guck mal. Es Salah kommt von das Gebet. Und Salawat kommt von Sallallahu. Die Verbindung mit dem Salat. Und Allah ist Sallallahu. Also Allah hat Gebete auf den Propheten. Richtig? Allah hat Gebete auf den Propheten. Sallallahu. Sallallahu. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah hat Gebete und Frieden auf den Propheten. Nur wäre das richtig übersetzt worden. Aber schämt euch. Weil zu wem sollte Allah denn beten? Was hat Mohammed Hijab gemacht, als er gefragt wurde? Zu wem betet denn Allah? Es gibt es im Vers im Koran. O Mohammed, geh und warne. Und wenn wir das im Gebet sagen, haben wir zu Mohammed gesprochen und aus dem Koran zitiert. Bitte was? Es gibt es, wenn wir beten im Gebet sind. Und es gibt es im Vers, da steht, O Mohammed, geh und warne deine Verwandten. Wenn ich das in meinem Gespräch ausgesprochen habe, habe ich zu Mohammed gesprochen? Und da habe ich aus dem Koran zitiert. Nein, ich habe aus dem Koran zitiert. Wenn du das auch nochmal wiederholst zu jemandem, der einfach schon tot ist, warum wiederholst du denn sowas? Ist das nicht Schirk? Nein, Koran ist doch Allahs Wort. Ich wiederhole nur Allahs Wörter. Ja, okay, ist doch kein Problem. Aber wenn du direkt zu jemandem Toten sprichst, ist doch Quatsch. Ich spreche nicht. Ich wiederhole Allahs Wörter im Gebet. Dein Tashahud ist einfach ein Gespräch zu dir und zu deinem Propheten. Nein. Mein Tashahud ist direkt zu dir. Warum? Er versteht, er darf das nicht. Mein Tashahud ist die Wiederholung, die beginnt das Gespräch zwischen Allah und den Propheten. Sonst gar nicht. Mein Lieber, mein Lieber. Hast du noch eine andere Frage? Mach mal ganz locker, Senat. Senat, du hast in jedem deiner Punkte, hast du vorhin nur Quatsch erzählt. Dieses Salalah. Lies mal bitte Surah 33 Vers 56 auf Arabisch vor. Ah, Digga. Surah 33. Vers 56. Okay, ich studere den hier, Frank. Kein Problem. Guck mal, mit mir kann man auch normal reden. Freundlich und alles. Kein Problem. Ich rede nicht. 33, 33. Jetzt kurz. Das nochmal. Surah 33 Vers 56. Okay. Auf Arabisch oder Deutsch? Auf Arabisch bitte. Inna Allahe wa mala ikatahu yusalluna ala nabi. Was bedeutet Yusalli? Saluna bedeutet Segen. Ah, was bedeutet Baraka? Baraka ist, wie sagt man das? Du bist ein Teufel. Merkst du das, was du gerade machst? Ein richtiger Teufel? Merkst du, was du gerade gemacht hast? Das ist teuflisch. Was bedeutet Baraka Senat? Hier, guck mal. Was bedeutet Baraka Senat? Auf Deutsch, wie heißt das? Hab ich vergessen, wie auf Deutsch heißt. Segnen. Nein, Baraka heißt kein Segnen. Yubarik. Was bedeutet Yubarik? Guck mal. Guck mal hier. Nicht guck mal. Antwort mir. Was bedeutet Baraka? Hier, hier. 33. Hier steht zum Segen. Ich habe dich gerade was gefragt. Was bedeutet Yusalluna? Yusalluna bedeutet sprechen. Das Sprechen. Also sie sprechen oder spricht Yusalli. Was bedeutet Yusalli? Yusalli gesprochen. Nein. Segen aussprechen. Nein. Gut, du kannst uns doch diese Sprache nicht beibringen. Du kannst dich mal in Arabisch. Ich habe dich gerade gefragt. Yusalli, Yusalla. Was bedeutet Yusalla? Guck mal hier. Guck hier die Übersetzung. Gewiss Allah und seine Englisch sprechen. Ich habe die Übersetzung. Wir müssen das originale Arabisch verstehen. Das Wort Yusalluna. Yusalluna. Was bedeutet das? Ja, Yusalluna. Das Spreche. Beispiel. Jemand spricht. Jemand spricht das Segen. Jemand spricht das Segen also. Genau. Und was bedeutet Baraka? Baraka ist das Vermehrung von deinen guten Taten zum Beispiel. Das Vermehrung von deinen Handlungen und so weiter. Schon wieder habe ich Verstoßverwarnung bekommen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin doch gar nicht erfahren. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Gewiss Allah und seine Englisch sprechen das Segen über den Propheten. Segen. Das stimmt nicht. Das ist falsch übersetzt worden. Allah und seine Englisch beten für den Propheten. Nein. Beten stimmt doch gar nicht. Du musst eine Wortstudie unternehmen. Yusalluna bedeutet auf ihn beten. Wenn ich für dich bete, was bedeutet für dich beten? Wenn du für mich betest, betest du zu Gott. Aber wenn Gott Allah, dein Allah betet, dann betet er an. Ich sage, oh Gott, Beispiel, Beispiel, oh Gott, segne ihn. Das ist doch kein Gebet. Das ist beten. Aber wenn Gott auf einmal sagt, segne ihn, zu wem sagt er denn, segne ihn? Auch wenn die Engl beten zum Beispiel. Beten, ja? Sie machen, beten zum Beispiel, nicht Gebet. Sondern beten kann auch bedeuten, beten Gebet. Ich komme jetzt gleich wieder, komm wieder rein. Nerven hast. Araber selber müssen das zugeben, ja? Ich wollte die Debatte kurz einblieben, wie Mohammed Hijab einfach sagt, Allah ist Roma. Er ist Roma, Sinti, Roma und will mir etwas erzählen. Das ist unglaublich, Mann. Ah, er ist Sinti und Roma. Er ist Roma, Kosovo, Roma, irgendwas ist der, keine Ahnung. Ich habe schon mit ihm debattiert über das Thema Aische. Der ist einfach abgehauen, als ich gezeigt habe, dass Aische mit 15 noch keine Periode hatte, war er weg. Ich wollte, ich wollte ihm, dass er das auf Arabisch vorliest, da wollte ich dieses Yussaluna, dass er das, eine Wortschritte, sollte er das kopieren und einfügen in Google Übersetzer. Dann wirst du sehen, dass das eindeutig als Beten übersetzt wird. Und Araber verstehen das ja auch. Ja, also wie gesagt. Araber verstehen ganz genau, was Baraka bedeutet und was Yussaluna bedeutet. Mohammed Hijab in seiner Debatte hat es ja ganz klar zugegeben. Ich kann das ja mal abspielen, wenn du willst. Ich habe gesagt, wie bekloppt dieser Mohammed Hijab ist. Und das ist die beste apologetische Antwort für Muslime. Guck mal. Und die Muslime klatschen. Und die Muslime klatschen auch in die Hand. Guck mal, was die macht. Und die Muslime klatschen auch in die Hand. Es ist einfach, wir sind die Muslime, wir sind am Ende. Ja, guck mal. Auf einmal sind sie alle ruhig. Auf einmal sind sie alle ruhig. Und dann sagt er, dass die Propheten, die versucht, seine Haare und die Spitzen und diese Dinge. Okay, wenn du denkst, dass du einen Spitzen auf jemanden dich ein Gott macht, dann ist das, was das bedeutet. Und ich frage mich, warum du jeden anderen Vers der Bibel schaust, dass Jesus ein Gott war. Weil für dich ein Spitzen... Ich spule mir kurz vor. Ich muss diesen Arab 1 kurz blockieren. Wie gesagt, er sagt, Allah praise not for Mohammed, Allah praise to Mohammed. Ich wollte dir den Satan persönlich zeigen. Kennst du Elia Nathan, kennst du bestimmt. Ja. Elia hat mit Hamdi sich zu einer Debatte verabredet. Und Elia, der hat Hamdi echt schon widerlegt. Und guck mal, was Hamdi, dieser Psychopath für Gesten macht. Ich zeig dir das mal. Und dann zeige ich dir mal, was der dazu sagt. Du wirst dich kaputt lachen, Armin. Die haben das Video heute bei mir viermal sperren lassen. Ich habe meinen einen Account verloren deswegen. Guck mal, guck mal hier. Guck dir mal diesen Teufel an. Ich hoffe, ihr seht das. Kannst du mich groß machen? Guck dir das mal an. Guck mal, was der hier macht. Da sagt er, das ist dunkelbraun. Leute. Hast du das gerade gesehen? Ja, ich weiß, der will Nackentherapie machen. Schaut euch mal bitte an. Da sagt der Hamdi, das ist dunkelbraun. Ist das dunkelbraune Farbe oder ist das eindeutig schwarz? Hier, ich zeige dir mal. Guck mal, was der für eine Geste macht. Guck mal hier. Ich mache ihn gleich ruhig. Ich mache ihn ruhig. Ich mache Nackentherapie mit, Teni. Hier, habt ihr das gesehen? Ja. Und jetzt beschwert sich Elia und Hamdi kommt hoch und sagt, du bist eine Schlange, du bist ein Lügner. Ich habe sowas nie gemacht. Als erwachsener Mann vor laufender Kamera beleidigt er. Wie kann man überhaupt mit jemandem reden überhaupt? Der Hamdi ist so fernab von jeglicher Realität. Ich wollte nur, dass die Leute sehen, wie der lügt. Ich zeige mal gleich, was der dazu sagt. Der beleidigt andere als Schlange und als Lügner. Hier, guck mal, warte mal ganz kurz. Clean Judo, guck mal, wo ich arbeite. Da arbeite ich, wo du jetzt blockiert wirst. Mach's gut. In dieser Abteilung arbeite ich. In der Abteilung blockieren. Ich muss mich nicht mehr groß machen. Aber es hat gesagt, Allah hat Thron auf die Erde. Du bist eine Schlange, Lügner. Und nicht beleidigen. Ich habe nicht so gemacht, habe es so gemacht, du Lügner. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Sobald er sein Mund aufreißt, ist er nur am Lügen da ansehen. Guck mal, das sind alles versteckte IS-Leute. Ich will das nicht aussprechen. Alles versteckte Leute. Glaubt mir das. Amir, die haben meinen ganzen Account wegen diesem Video gesperrt. Ich habe vier, fünf Mal das Video gepostet. Die schämen sich. Warum machen die das? Warum müssen die sich selbst anlügen, um in dieser Religion zu bleiben? Ich verstehe das nicht. Weil der islamische Geist das mit ihnen macht. Das ist das Problem, was wir haben. Wir haben den Heiligen Geist, der uns natürlich in jegliche Wahrheit leitet und auch die Wahrheit aussprechen lässt. Sie haben einen antichristlichen Geist, der ihnen befehlt zu lügen und zu betrügen, um an ihr Ziel zu kommen. Das nennt sich Taqiyah. Wahnsinn. Leute, wer da... Das ist anlieb, bedeutet beten. Jeder von euch. Mach mal bitte, geh mal ganz kurz, wie sagt man, in den arabischen Koran. Nimm mal bitte den Vers, kopier den mal und dann fügt den mal bitte bei Google-Übersetzer. Eine unabhängige Übersetzer. Welchen Koran-Vers? So, 33, Vers 56. Vers 17. Welch, islam.de, reicht dir die Seite? Es ist völlig egal. Einfach den arabischen Originaltext kopieren und dann in Google einfügen. Okay, ich muss gucken, ob ich einen mit Arabisch finde. So, 56, so, kopieren. Dann Übersetzer. Was soll ich dir da vorlesen? Bitte den ganzen Vers. Wahrlich, Gott und seine Engel segnen den Propheten, oh, die ihr glaubt, segnet ihn und gewährt ihm Frieden. Und jetzt, was habe ich dir gesagt, was du machen sollst? Den arabischen Originaltext übersetzen. Hast du denn in Google eingefügt? Genau, ja. Aber wie gesagt, ich vertraue den Internetseiten sowieso nicht. Warte, ich mach das auch. Ja, mach das mal bitte. Den Originaltext, ich habe auf islamkoran.com. Aber wie gesagt, Internetseiten sind nicht so vertraut. Ich habe zu dir gesagt, dass du den arabischen Text kopieren sollst und dann bei Google Übersetzer einfügen. Hier, 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 Arabisch Text. Hast du gemacht? Ja, hier, Arabisch Text kopieren. Hier beim Übersetzer rein. Warte, ich mach das jetzt auch nicht. Hier ist der Text. Arabisch. Warte. Wie gesagt, die ganzen Koranseiten, die sind nicht authentisch. Die Übersetzung bei islam.de sind eine komplette Katastrophe. Inna Allah wa malaikatuhu yussalluna. Siehst du yussalluna? Heißt das yussalluna oder nur yussallun? Musst du nochmal auf den Links gucken. Posthus. Okay. Okay. So, Amir. Schön, dass du dich wirklich interessiert für das Wort. Zum Beispiel, dass du zufrieden wirst, ein klarer Wort. Guck mal. Ein klarer Beweis, dass wir alle zufrieden sind. Wenn wir hier sehen, zum Beispiel Elif Lamim, und da kommt, Salat bedeutet, um die das Gebet verrichten. Das Wort Salat bedeutet Gebet oder Salah mit H. Und wenn wir jetzt da, wo du gesagt hast, Inna Allahi wa Malaikata huyu Saluna. Saluna und Salate sind zwei verschiedene Wörter. Achso, du bist Araber, dass du das so erklären kannst? Nein, ich kann doch, was ich auswendig kann, habe ich auch die Übersetzung automatisch gelernt. Wer hat dir das denn beigebracht, mein Lieber? Ich habe bei Gelehrten gelernt. Ich sagte doch, ich bin kein Profi bei arabischer Sprache. Aber das, was ich sage, sagen auch die Gelehrten und die Übersetzungen. Okay, kein Problem. Nimm mal dieses Wort Yus Saluna und dann gib das mal bitte ein bei Google Übersetzer. Das können wir auch machen. Können wir auch machen. Aber das läuft normalerweise nicht so, wie du das haben möchtest. Weil wenn du einen Satz aus Kontext raus schmeißt, du weißt, arabische Wörter haben viele Bedeutungen. Okay, gut, ich habe das verstanden, Senat. Lass mich doch nicht wieder explodieren. Was bedeutet Baraka? Baraka, ich kann auf meine Sprache, aber auf Deutsch ganz ehrlich, weiß ich nicht. Habe ich vergessen. Auf der Ansicht, Baraka bedeutet segnen, auch auf Arabisch. Auf meiner Sprache bedeutet das genauso. Und Salah Yus Saluna bedeutet auf ihn beten. Zum Beispiel, ich sage es nur, guck mal. Verstehst du nicht, dass die mit dir spielen, Senat? Verstehst du nicht, dass die mit dir spielen? Guck mal, es gibt es arabisch so, zum Beispiel, Keifer Haluke. Ja, wie geht es dir? Und dann gibt es in anderen Worten zum Beispiel, Schlonek. Wie geht es dir auch? Es gibt auf Deutsch Wenden und Zurück, ist das Gleiche. Stimmt? Ja, komm jetzt nicht mit deiner Wortspielerei. Du siehst doch, dass zum Beispiel, jetzt würden wir das Wort Salah und Baraka nehmen, dass das zwei verschiedene Wörter sind und auch zwei verschiedene Übersetzungen dafür sind. Salah bedeutet beten und in dem Kontext auch, dass Allah und seine Engel auf den Propheten beten. Du siehst doch, dass die Debatte zwischen David Wood und Mohammed Hijab stattgefunden hat. Meinst du, der Mohammed Hijab ist ein Idiot? Der ist ja Ägypter, der Typ. Der kann ja Arabisch. Weißt du, was der sagt? Der sagt, deswegen haben die Übersetzer das für den Propheten, nicht zu den Propheten. Und genau das hat David Wood ja gesagt. Und genau das verstehen ja die Araber, dass Allah für den Propheten betet. Und da fängt das große Problem an. Und wenn Allah für den Propheten betet, zu wem betet der denn für den Propheten? Aber Jesus hat doch für Israel gebetet. Für wen hat er dann gebetet? Zu wem? Der Herr Jesus Christus hat zu seinem Vater gebetet. Das macht ja perfekt Sinn, weil wir an die Trinität glauben. Aber es macht ja gar keinen Sinn, wenn ihr an einen Taoist glaubt, dass Allah für den Propheten betet. Zu wem betet denn Allah für den Propheten? Ja, und zu wem hat Jesus gebetet? Zu seinem Vater, man. Zu seinem Vater, weil er ein Teil von ihm ist. Zu wem betet denn Allah? Hat er noch einen Partner neben sich? Gott betet zu sich selbst? Aber wir sagen, ist doch kein Problem für Allah, oder nicht? Aber nirgends steht hier, dass Allah betet zu jemand anderem. Nirgends. Doch, hier Salou, Salou, übersetzt, kommt beten, wenn du das von allein versetzt. Bitte, du habst das mitgesagt. Bitte, bitte, bitte. Senat, die verarschen dich, Senat, raffst du das nicht, deine Gelehrten lügen dich an. Imam al-Ghazali sagte, bitte, dass die Lüge in sich nicht falsch ist. Wenn die Lüge das einzige Mittel ist, ein gutes Ergebnis zu ziehen, so ist sie erlaubt. Daher müssen wir lügen, wenn die Wahrheit zu einem unangenehmen Ergebnis führt. Du wirst die ganze Zeit getäuscht vom Islam machen. Amir, guck mal hier. Amir, guck mal hier. Amir, guck mal hier. Nein, wenn ich sage, bete für mich, bedeutet, mach Dua für mich. Aber bete. Okay, wenn ich sage, ich mache Dua für dich, dann bete ich zu Gott für dich. Aber wenn auf einmal Allah Yusalluna macht, gebetet zu mir, betet er denn? Weil Allah sagt zum Beispiel, Allah wünscht euch das Gute. Wenn Allah sagt, Allah wünscht euch das Gute. Kannst du bitte beim Thema bleiben? Ja, ich bin doch beim Thema. Du hast mir gerade gesagt, wenn ich für dich bete, dann bete ich zu Gott. Okay, habe ich gesagt, kein Problem, Senat. Wenn du für mich betest, dann betest du zu Gott. Du machst Dua bei Gott. Aber zu wem betet denn Allah? Allah betet nicht. Allah wünscht seine Segen auf ihn. Seine. Das kann doch nicht. Nimm das Wort Yusalluna und kopiere das bitte. Yusalluna, ja. Auch wenn ich sage, bete für mich, bedeutet nicht, soll ich mich anbeten. Nicht anbeten. Ja, ich zähle natürlich auch so bekloppt zu sein, wenn du sagst, ich soll für dich beten, dann bete ich für Gott zu dir. Also bete ich zu Gott für dich. Okay, haben wir gesagt. Aber wenn Allah der Einzige ist, zu wem betet er denn für den Propheten? Allah hat nicht gebetet zu jemand anderem. Nein. Doch, Mohammed Hijab hat das doch zugegeben. Das stimmt doch gar nicht. Wenn Allah sagt, er ist der eine. Ruf nur Allah an. Guck mal. Iyya ke na'abudu wa iyya ke nasin. Ganze allein sollte ihm dienen. Warum hat dann Mohammed zu Allah, Al-Usa und Manat gerufen? Wie? Warum hat dann Allah, warum hat dann Mohammed zu Allah, Al-Usa und Manat gerufen? Shirk hat er begangen. Wo steht das? In Suche 22, Vers 52 bis 53. Dafzit al-Jalalai. Okay, 22. Guck mal. Okay. Da hat Shirk begangen. Der war der Prophet des Teufels in dem Moment. Nein. 22. Ich suche 22. Welche Vers nochmal? Vers 52. Allah. Hier Mohammed Hijab sagt, er sagt, dass er zu dem Propheten betet, nicht für den Propheten. Nicht für den Propheten. Guck mal. Wenn ich das Wort rein und übersetze. Hier. Guck mal. Ich weiß. Jeder kann das selber machen. Jeder kann das kopieren, das Wort. Und jeder sieht, dass es beten bedeutet. Die Muslime sind unehrlich, weil der ganze Islam würde ja auseinander fliegen, wenn auf einmal Allah zu jemanden beten würde. Ja, zu wem betet denn Allah, wenn er der einzige Gott ist? Guck mal, was die hier machen. Wir schreiben hier Send Blessings. Send Blessings. In der Englischen. Wenn er selbst über den Wächter betet. Guck mal. Guck mal. Diejenigen hingegen, die ständig gegen unsere Zeichen eifern und ihnen Machlosigkeit nachweisen wollen, dass sie Insasser der Höllen Brandes sind. Jetzt kommt die 52. Wie du sagtest. Und wir sankten vor dir keine Gesangten oder Propheten, ohne dass ihm, wenn er etwas wünschte, der Satan in seinem Wunsch etwas dazwischen geworfen hätte. Ja. Aber Allah hebt auf, was der Satan dazwischen wirft. Okay. 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 Meine Frage ist, was hat Allah aufgehoben, was Satan dazwischen geworfen hat? Okay. Zum Beispiel. Der Teufel sagte zu Jesus, werfe mich nieder. Und Gott hat nicht erlaubt, dass Jesus sich vor dem Teufel niederwerft. Bleibst du bitte beim Thema? Das ist doch das Thema. Nein. Ich habe dich gerade gefragt, was waren die Verse, die Allah aufhebt, die Satan einstreute? Es geht nicht um Verse, sondern es geht aufgehoben, nicht erlaubt. Okay. Kein Problem. Dann lesen. Möchtest du den Tafsir von Al Jalalain lesen? Guck mal, wir lesen so ganz. Guck mal. Dazwischen wirft. Guck mal, wie der Angst hat auf einmal. Guck mal, wie der Angst hat. Du musst es verstehen. Der Teufel sagt auf zu Jesus. Ich verstehe. Okay. Wir halten den Mund. Sind wir Gelehrte? Sind wir Olaima oder was? Aber du akzeptierst gar nicht. Das ist ein Problem. Ich akzeptiere. Ich akzeptiere deine sunnitischen Quellen. Guck mal, was deine sunnitischen Quellen sagen. Soll ich Tafsir holen? Ich hab den Tafsir vor mir. Guck mal. Tafsir Al Jalalain. Was sagt er zu Sura 22 Vers 52? Und wir haben keinen Gesandten für euch gesandt, Rasul. Das ist ein Prophet, dem befohlen wurde, eine Botschaft zu überbringen. Oder Prophet Nebi, jemandem, dem nicht befohlen wurde, etwas zu überbringen. Außer dass, als er die Schriftstelle rezitierte, Satan sie in seine Rezitation hineinwarf. Etwas, das nicht aus dem Koran stammt. Was aber diejenigen, zu denen er der Prophet gesandt worden war, als angenehm empfinden würde. Der Prophet hatte während einer Versammlung der Männer von Quraysh, nachdem er die folgenden Verse aus Surat al-Najm rezitiert hatte, über Allat, Uzza und Manat nachgedacht. Und Manat der dritten, Sura 53 Vers 19 bis 20, fügte als Folge davon, dass Satan sie auf seine Zunge warf, ohne dass der Prophet sich dessen bewusst war. Die folgenden Verse hinzu. Das sind die hochfliegenden Karanische, al-Qaraniq, al-Ulla. Und in der Tat auf ihre Fürsprache zu hoffen. Mohammed hat Schiff gegangen. Nein, warte mal, ich sag's nicht. Warte. Was bedeutet Schiff? Du musst aus Überzeugung bezeugen und Schiff machen. Er hatte doch. Er hat neun Jahre lang Alat al-Uzza und Manat angebetet. Nein, stimmt nicht. Aber du hast gesagt, dass Satan warf denen. Hm? Warf denen? Hast du gesagt, in deren Zungen? In deren Zungen? Warte so, dass er sich widersprochen hat. Aber Schiff bedeutet, wenn jemand anderes mit Begriff anbetet. Hör zu, was ich vorgelesen habe. Hör zu, was ich vorgelesen habe. Guck mal, was Satan gemacht hat, wenn du anbetet. Jemand hat mich angerufen, ich höre gar nichts. Jemand hat mich angerufen. Jemand hat mich angerufen, ich höre nichts. Hörst du mich? Meine Fresse. Jetzt ist der rausgegangen, guck dir das mal. Senat, komm wieder rein. POSITION UNGENAU Jemand hat die ganze Zeit gerufen, Ja Samet, das bedeutet Ja Allah, Ja Allah, Ja Samet, Ja Samet. Und aus Versehen kam der Teufel und sagte, Ja Samer, das bedeutet die Götzendiener. Er hat anstatt Ja Samet, Ja Samer gesagt. Ein Götzen angerufen. Aus Versehen. Aber wenn man aus Versehen etwas spricht und nicht mit Überzeugung, das wird nicht angenommen und gezählt als eine Götzendienerei. Ich habe dir doch gerade den Tafsir von Al Jalalain vorgelesen. Willst du auch den Tafsir von Ibn Kathir lesen? Da steht, der Schaitan hat ihnen eingeflüstet in ihren Mündern, dass sie das sagen. Und nicht sie haben das gesagt. Also du hast doch gerade ihnen gesagt, Na das stimmt nicht. Aber das stimmt doch. Nein, Schaitan kann doch Einflüstungen. Weil Gott sagt, such Schutz für Einflüstungen von Schaitan. Ja, warum hat denn der Mohammed keinen Schutz von Allah gehabt bei den Versen von Satan? Weil Mohammed ist auch ein Mensch. Sprich, ich bin auch ein Mensch. Das stimmt das. Die Leute hat das zugegeben. Habt ihr gesehen? Mohammed ist auch ein Mensch. Habt ihr das gesehen? Sein Prophet hat aber stillgegangen. Obwohl Allah im Koran sagt, ich werde dich bewahren vor dem Teufel. Denn nur der Teufel hat die Macht über diejenigen, die abgehört sind. Senat, du hast deine ganze Religion gerade vernichtet. Nein. Mohammed erzählt etwas. Senat, du musst dich nicht lesen. Senat, du musst dich nicht lesen. Schlag Suche 15, Vers 39-44 auf. Lies uns vor. Du musst reden, was der Prophet erzählt. Senat, du liest Suche 15, Vers 39-44. Du kommst hier nicht weg. Mach es. Du kommst hier nicht weg. Aber du hast nicht verstanden, was du gelesen hast. Lies vor. Du hast gerade den Islam ruiniert. Vor allen Leuten. Vor 700, 800 Leuten. Nein. Du hast nicht verstanden, was du sagst. Hey, du hast gerade gesagt, Mohammed ist auch nur ein Mensch. Und du hast zugegeben. Nur ein Mensch, ja. Den kann auch Schaitan einflüssen, habe ich gesagt. Ja, aber du hast zugegeben. Habt ihr es gesehen, ihr Muslime? Mohammed war der Prophet des Teufels im Moment. Nein. Lies bitte Suche 15, Vers 39-44. Und schau mal, was Allah sagt. Vers 39? Damit wir deine Religion jetzt komplett vernichten. Nein. Nein, nein. Doch. Dr. Scherer, aber wir machen das jetzt. In zwei Minuten warten. Okay. Der erste Akt du gerade zugegeben. Wir haben das aufgenommen. Dass ein Mensch was stimmt, ja. Naja, dass er von Teufel schön die Ferse bekommen hat. Weil er nur ein Mensch ist. Reiß das nicht aus dem Kontext. Meinst du, wir sind dumm oder was? Meinst du, wir sind behindert im Kopf oder was? So, hier. Wenn du mich hier rein, denkst du, meine Leute hier sind dumm im Kopf oder was? Wir können nicht deinen Aussagen folgen. Willst du ein Spielchen mit uns nicht spielen? Lies vor. Okay. 38 hast du gesagt bis 39, stimmt? Nein, ich habe gesagt Suche 15, 39 bis 44. Leute in den Muslime, achtet darauf, was euer Gott sagt. Euer Gott sagt, Satan hat nur Macht über die Abgeirrten, die dir folgen. Nur über die hat er Macht. Pass mal auf. Wie er gerade seinen eigenen Propheten vernichtet hat. Was war das? Nein, guck mal hier. Lies vor. Nein, du redest nicht Lies vor. Okay. Okay, hier. Er sagte, gewiss, du gehörst zu denjenigen, die Aufschub gewährt wird. Also Gott sagte zu Teufel, ja? Zu Teufel. Richtig. Bis zum Tage der Yomel Qiyame, ja? Aufrichtung, ja. Er sagte, mein Herr, darum, dass du mich in die Verehrung hast fallen lassen, werde ich ihnen ganz gewiss auf die Erde Böses aufschmucken und sie gewiss allesamt in die Irre führen. Allesamt Irre führen, so? Ja. Außer, außer deine Diener, denen Außerlesenen unter ihnen. Aha. Sprich der Teufel. Er sagte. Außer deinen Dienern habe ich keine Macht über diese Leute, die dir folgen. Oh Allah. Genau. Wieso hatte Satan Macht über Muhammad? Muhammad hat nicht gesagt, jemand anderes ist Gott aus Allah. Wo hat er gesagt? Doch, der hat sich Schirk begangen. Pass auf, ich lese dir nochmal vor. Der Prophet... Der Prophet... Der Prophet bitte. Ey! Senat. Der Prophet hatte während einer Versammlung der Männer von Quraysh, nachdem er die folgenden Verse aus der Surat an Najm rezitiert hatte, über Allah und Usa nachgedacht. Und Manat der Dritte fügte als Folge davon, dass Satan sie auf seine Zunge warf, ohne dass der Prophet sich dessen bewusst war, die folgenden Worte hinzu. Pass auf. Das sind die Worte, die Muhammad gesagt hat. Das ist Schirk. Das sind die hochfliegenden Kranische. Al-Qananiq. Al-Ulla. Und in der Tat ist ihre Fürsprache zu hoffen. Und so waren die Männer von Quraysh darüber erfreut. Gabriel teilte ihm jedoch später den Propheten mit, was Satan ihm auf die Zunge geworfen hatte. Und er war darüber sehr traurig. Später wurde er jedoch mit den folgenden Versen getröstet, damit er sich der Freude Gottes darüber vergewissern könne, dass Gott alles aufhebt. Siehst du, da ist das. Und Gott hebt auf, was Satan einstreut. Damit haben wir deine Religion vernichtet. Nein. Nein. Das war's. Das war's. Das war's. Nein. Amin, nicht so. Freu dich nicht zu früh. Amin, nicht so. Amin, nicht so. Amin, nicht so. Hat der Teufel nicht gerade im Koran gesagt, dass er nur Macht über die Abgeirrten hat? War also Muhammad ein Abgeirrter? Ja. Schiff in Islam. Nein. Schiff in Islam. Ich sag's dir. Schiff bedeutet, wenn du Gott gesellst, etwas beigesellst. Richtig. So. So hat er auf Klötzen Fürsprache gemacht. Hat er gesagt, ihr könnt das ruhig machen. Jeden Mensch kann, wenn er redet, etwas aus Versehen passieren. Aber er hat sie nicht bestätigt. Aber er hat sie nicht bestätigt. Warum sind das für Propheten? Ich sag's, man. Aus Versehen. Passiert ihm was? Nein, nein. Guck mal. Er hat sie nicht bestätigt. Bestätigt hat er sie nicht. Und Allah sagt, wenn ihr aus Versehen sündigt, so ist Allah vergeben und wird euch dafür nicht zu Recht umsatz ziehen. Okay. Ist Muhammad ein Sünder? Also ist Muhammad ein Sünder? Ist Muhammad ein Sünder? Er hat sich korrigiert. In seiner Botschaft passieren ihm kein Fehler. Er ist Muhammad ein Sünder? Nein. Also siehst du, der ist kein Sünder? Fehler können ihm passieren. Fehler können ihm passieren. Aber das ist doch kein normaler Fehler. Das ist Schirk, was der gemacht hat. Nein. Das hat doch nicht mit normalen Fehlern zu tun. Nein. Das ist eine Unverzeiht. Verzeiht Allah Schirk? Guck mal. Weißt du, wann Allah nicht Schirk verzeiht? Ich sag's ja. Wenn du, wie du jetzt zum Beispiel aus Überzeugung sagst, Jesus ist mein Herr und mein Gott. Das bedeutet... In dem Moment hat er das aus Überzeugung gesagt, ja oder nein? Nein. Da steht nirgends jetzt aus Überzeugung. Er hat das gar nicht gewusst. Weil Gabriel später zu ihm kam und hat gesagt, was hast du getan? Und wenn du nicht weißt, ist keine Überzeugung. Er hat das mit der Überzeugung gesagt. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Guck mal, wie bekloppt der Typ ist. Lass mich dich noch mal vorlesen, damit du nicht stöhnen deine Religion vernichtest. Wir sind wie Palästin. Wallahi. Palästin. Allah Akbar. Guck mal. 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 Das ist das Einzige was der kann. Machst du deine P.N.I.S wieder gut? So wie bei Mohamed Koufé. Was Satan mit dir gemacht hat? Was hat Satan mit dir gemacht hat? Siehst du? Siehst du? So. Oh. Der Teufel überhaupt. Das hat der mit dir gemacht. Genau. Richtig. Er hat mit dir Satan gemacht. Was für ein Pfannetyp das ist. Guck mal. Guck mal. Guck mal. was der Satan in Mohammed angetan hat. Und stimmt das auch, dass Mohammed unter schwarzer Magie stand? Nicht Themawechsel. Ist das Gleiche. Satan ist doch schwarze Magie, oder nicht? Nächstes Mal können wir weitermachen. Du hast selber die... Nein, geh nicht raus. Guck mal hier, geh nicht raus. Du hast gerade eben so deinen Propheten vernichtet. Guck mal, guck mal, wie du lachst. Die Shiiten haben ihn umgebracht in geistlichem Sinne und doch geschehen, aber haben ihn auch vernichtet. Das war's. Leute, ich kann das alles selber nachschlagen. Das ist ein dummer Zell. Ich habe gar keine Ahnung, wann ich es da mache. Warum bist du rot? Warum? Warum bist du rot gereifert? Guck mal, rot hier ist mit Waren drin. Ich bin doch explodierend, Mann. Okay, jetzt danke schon, dass du selber zugegeben hast. Wenn du nicht weißt, ist es keine Überzeugung. Und ich wünsche dir noch schönen Tag. Guck mal, jetzt haut der ab. Weil er weiß nicht, dass Mohammed das über Überzeugung gesagt hat. Mohammed war der Prophet des Teufels in dem Moment. Dankeschön, Senat. Was ist das? Was ist das? Guck mal, jetzt zeigt der Chibab, die Tüme abzulenken. Guck mal, was das für ein beiniger Freak ist. Das ist ein Chibab, Chichi. Leute, Leute, Mohammed hat ein Kofet bekommen, damit Potenz kommt. Der hat Kimab bekommen. Guck mal, das ist genau, damit Senat eine Potenz bekommt. Der macht genau wie sein Prophet. Tschüss, bis nächstes, Mann. Guck mal, Albanisch im Lomdach. Guck mal, hier haut der ab. Der weiß ganz genau. Guck dir, das war der feinliche Freak. Haben wir dich zerstört und deine Religion. Hast du gesehen? Das war's. Jetzt kommt er nur noch mit Chibab, Chichi. Guck mal. Das ist Chibab, Chichi. Guck mal. Also, Dankeschön. Mach mal weiter, Glamasche für deine Religion. Mach mal weiter mit Chibab, Chichi. Wir wünschen dir nur wirklich das Gute. Kehre zu einem Gott, Christus ist das Gute. Denkst du, ich folge einem Propheten, der die Frau von seinem Adoptivsohn ausgespannt hat? Okay, mach mal so. Mach mal so, wirklich Frieden zwischen dir und mir. Jesus sagte, wie kannst du jemandem folgen, der deine Frau auseinandersetzt? Guck mal, meine Frau auseinander. Ja. Aber der Papst nimmt doch kleine Kinder auseinander. Hat er deine Tochter auch auseinandergenommen? Der Prophet hat ein sechsjähriges Kind geheiratet. Warte, warte. Würdest du dem Papst seine Tochter geben, fünf Jahre, weil er vergewaltigt kleine Kinder? Dein Prophet hat gesagt, der Papst, der gewaltigt kleine Kinder. Dein Prophet hat gesagt, gib mir deine Tochter, Abobacke. Abobacke hat gesagt, aber ich bin dein Bruder. Guck mal, du hast doch eine kleine Tochter. Würdest du dem Papst geben, weil er liebt kleine Kinder. Dann Johannes hat einfach, Abobacke. Und Abobacke hat gesagt, ja, Mohammed, du bist mein Bruder. Wie kannst du mich sowas fragen? Ich bin dein Bruder in der Religion. Hey, kleine Kinder, Papst, der gewaltigt würde ich ihm deine Tochter geben? Sag mal, heißt das, dass die Päpste genauso heftig sind wie dein Prophet? Nein, nein, lieber Prophet kannst du nichts sagen. Maria war auch 15 Jahre ein Kind. Nein, ich sage mal, Maria war 15. Dein Prophet hat eine sechsjährige genommen. Maria war doch fünf Jahre, gell? Stimmt. Sechs Jahre, Senat. Nein, stimmt nicht. Doch, Sahih al-Bukhari 61, 30. Nein, außerdem mit neun Jahren. Und damals neun und jetzt ist nicht gleich. Oh, Entschuldigung, stimmt. Neun Jahre ist natürlich nur ein himmelweiter Unterschied. Sechs und neun ist natürlich ein riesen Altersunterschied, sechs und neun. Okay, mach mal so. Stimm dich in Grund und Wulsch. Widerleg mich hier mal. Schande auf dich und deine Religion. So sieht das aus. Stimm wiederleg mich hier. Zeig mir ein Hadith, das damals die Leute dem Prophet gesagt haben, Kinderschänder. Zeig mal. Was passiert denn, wenn man den Mohammed kritisiert? Nein, nein. Zeig, damals haben wir... Nein, 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 nein. Was passiert, wenn man Mohammed kritisiert? Die haben ihn als Besessen genannt, als Lügner, als Verräter. Der war unter schwarzer Magie. Zeig mal, wo haben die gesagt, du bist ein Kinderschänder? Zeig mal. Was steht denn auf diese Behauptung, wenn Mohammed sowas sagt? Wenn jemand sowas sagt? Wo haben damals die Leute zu ihm gesagt, du bist ein Kinderschänder? Zeig mal. Mein Lieber, wenn die Leute das zu ihm gesagt hätten, was passiert dann mit den Leuten? Ja, zeig doch, zeig doch. Wo hat er das gesagt? Ja, wie zeig doch, zeig doch. Bist du Pann oder was? Ich sag dir gerade, was passiert mit Menschen, die Mohammed kritisieren? Nein, nein. Nochmal, keiner hat den Prophet Mohammed kritisiert, als die Leute in seiner Zeit. Ach nein, was mit Kabi bin Aschaf, als er ihn kritisiert hat? Was haben die mit ihm gemacht? Hat in seiner Zeit jemand ihnen ausgelagten, dass er Kinder geheiratet hat? Gib mal dem Beweis. Abu Bakr fand das überhaupt nicht gut, dass er seine Tochter heiraten wollte. Und trotzdem hat er es gegeben? Ja, weil er musste. Verstoß durch Senat. Anti-Rafida, siehst du. Du hast einen Verstoß bekommen. Ja, ich habe Verstoß bekommen, ja. Weil ich gesagt habe, Friede Palästin, deswegen. Ja, erzähl nicht. Du redest gerade hier über Kinderehe und Kindereheirat. Dein Prophet hat eine Sechsjährige geheiratet und sie mit neun Jahren auseinandergenommen hat. Und das ist dein Vorbild. Und so ein Vorbild wollen wir niemals in unserem Leben haben. Und gepriesen sei der Herr Jesus Christus, der genau das macht mit Mohammed, was er mit jedem machen wird, den er nicht folgen. Habt ihr gesehen, wie er gerade zugegeben hat, Mohammed ist auch nur ein Mensch. Und damit hat er zugegeben, dass Satan Macht über ihn hatte. Mohammed ist auch nur ein Mensch. Das ist das Einzige, was ihr machen könnt. Mohammed ist auch nur ein Mensch. Ja, genau. Mohammed ist auch nur ein Mensch. Aber ihr macht aus ihm Gott. Die folgen einem verhexten Propheten. Heftig. Ja, super. Das hast du super gemacht. Armin, dank dir habe ich den Islam verlassen. Bitteschön. Du hast eine super Entscheidung getroffen. Gott segne dich und deine Familie. Du musst dir mal vorstellen, der Mohammed, da kommen Teufel zu ihm und die diktieren ihm immer was Gutes. Das ist so krass, ey. Auf dich. Du hast du haste. Du hast ihn er gelatin withhold. Du bist mein absolvent. Welhingel hast du nicht ihn? Wie alt ist das? Du bist so krass, ey. Du bist von Indem schläft. Wie alt bist du denn es? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 salam leute der arme ist der beweis wenn ich auch ich bin auch perser ich bin wegen dem amir zum herrn gekommen ich war auch moslem natürlich wir haben auch mal geschrieben gehabt da war ich noch im bus das glaube ich vor einem jahr oder so genau und ich war auch moslem habe auch gefastet war auf dem pausenhof in der schule und habe vor jedem gebetet weil ich damals allah über alles geliebt habe und dann ist der amir in meinem leben gekommen dann habe ich mir seine livestreams angeguckt und dachte mir auch erst mal was erzählt er denn da ist sie schon selber die schriften aufgeschlagen habe die ganzen sachen die der arme gepostet hat und auch gesagt hat dass man dass wir selber suchen gehen können habe ich auch gemacht und dann dachte ich mir ja der hat recht die hadith sind alles sahi und ein muslim der muss auch an die sonne glauben und die hadith braucht man halt damit man den koran auch besser verstehen kann die ganzen tavsiere braucht man auch wenn man die hadith zum beispiel nicht versteht genau das weiß warum dieser senat sich gerade so geschämt hat er kennt diese geschichte mit diesen satanischen versen sie wurde authentisch überliefert von mehreren gelehrten also wir haben unzählige quellen aber das hat leider was mit unehrlichkeit zu tun verschieben am ende macht er nur noch diese komische tippe und ich muss jetzt gehen und sowas weil er in die ecke gedrängt war weißt du das ist das problem das ist ich bin ich bin ja 18 jahren alt ich kann das ja selber sagen ich habe auch ich bin groß geworden mit muslimischen leuten das ist so diese zugehörigkeit man fühlt sich gebunden wenn man dann auch sagen schon moslem ist und sowas aber mich hat das alles nicht interessiert also ich bin ein mensch ich versuche ehrlich zu sein und versuche an die wahrheit zu glauben und das beste beispiel einfach mal mohammed vergleichen mit jesus das ist viel das ist doch einfach das kann man doch vergleichen der eine war kommt mit sünden frei und der andere hat sünden gemacht ja ich weiß nicht was man dagegen machen kann man kann da nichts machen du sagst dass der mohammed eine sechsjährige geheiratet hat obwohl er 53 jahre alt hat die eischa hat er geheiratet die verstehen das nicht dann kommen die an und sagen das ist vor gewalt weiß ich vor jahrhunderten jahren gewesen das heftigste ist er hat ja noch gerade im gesagt ja was ist mit deine päpste also wieder damit sagen ja gut unser profit war genauso war schon so ein mieser typ was ist mit deinen miesen papieren so in etwa mehr ist das gar nicht der überlegt nicht was er da sagt der typ alle muslime sind so dabei sagen sie nichts anderes okay unser profit hat diesen mist gebaut aber was ist mit euren priestern und wir sagen ja diese priester fahren soll der profit auch zur hölle steht doch sportlich ja das hat ja nichts mit mit dem herrn jesus zu tun so die sagen b und wir folgen so das hat damit zu tun wenn die wenigstens ein beweis bringen würden wo der jesus christus selber ein kind geheiratet hätte oder befohlen hätte kinder zu heiraten dann hätte gesagt okay da kann man drüber reden aber er selber hat er niemals ein kind angefasst geschweige denn eine frau berührt und zweitens ruft die bibel niemals dazu auf die kleinkinder zu heiraten so wie im islam ja ja das stimmt das stimmt es ist wirklich gerade heftig was in iran was in unserem land iran abgeben die frauen die wollen keine kopfsücher tragen von hier in deutschland so also das ist meine meinung wenn jeder sich angegriffen fühlt es tut mir leid ich möchte niemanden verletzt mit meinen worten aber es ist meine meinung gibt es sage ich mal frauen die haben kein kopftuch an und verteidigen den islam obwohl die eigentlich diejenigen sind die in unseren ländern ihr wisst schon direkt die strafe kriegen verstehe ich nicht ja die muslime die bringen also die fliehen vor dem islam gehen in ein anderes land machen da wieder den islam und liegen da wieder von dem land wobei wieder der islam da hineingebracht wurden ist durch sie das ist das so verrückt ist dieser ja das ist echt heftig ich muss euch auch noch was erzählen und zwar habt ihr ja immer erzählt dass man sich wenn man sage ich mal ein geborener christ ist dass man sehr aufpassen muss wenn man sich anschließt welche gemeinde man sich anschließt und ich bin seit kurzem am arbeiten und ich habe dann eine pause gemacht auf einmal sind zwei christen zwei christen kommen haben mit mir gesprochen aufgrund meiner religion und sowas und ich habe dann erzählt dass ich den islam verlassen habe und sowas haben wir gesagt ach sehr schön ich wollte gerade auch mit dir über das christentum reden und habe dann den ort quasi erzählt dass ich wegen dem arme dazu gekommen bin ja so ich wollte mich wirklich bedanken euch ja gott segne dich mein lieber das hast du super gemacht das ist eigentlich jeder machen jeder soll das machen das ist nichts schwieriges leute einfach mal ehrlich sein und an die wahrheit glauben aber nicht jeder ist eben ehrlich nicht jeder mensch hat den mut dazu was du bist die meisten menschen sind ja so schwach ängstlich und sind keine helden das ist ein heldenhafter move wenn du wirklich loslässt von der welt und zu meinem jesus kommst das macht keiner so leicht einfach so so locker so locker so locker vom hocker machen das ist schon du musst schon absterben der welt und der sünde und dass diesen preis sind die meisten nicht also nicht bereit zu bezahlen und das ist doch schon ein schwieriger schritt und das gehen nur diesen schritt gehen wirklich nur ganz ganz wenige besondere menschen und die sind es wert mit dem handel zu wandeln deswegen ist wenn man ein ähnliches herz hat dann ist fällt es einem richtig einfach meiner meinung nach weil wir leben hier in deutschland wir können hier an das glauben was wir wollen an alles können wir glauben so aber viele wollen das einfach nicht ich verstehe das nicht es ist eigentlich ziemlich einfach klasse und masse schließen sich gegenseitig aus in einer großstadt siehst du was soll ich hunderttausende opel kursos aber nicht eine ferrari oder wenn ein ferrari kommt dann gucken die alle weil das was besonderes ist weil das teuer ist weil das eben ist war das nicht nicht jeder leisten kann dass das klasse also die klasse ist immer in der minderzahl immer 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 das ist ein prinzip was gott hineingelegt hat in die realität und masse ist halt massenware für die masse ja das stimmt quantität ist nicht qualität und gott schon mal qualität anstatt quantität ja das stimmt auf jeden fall ich habe mal mit meinen muslimischen freunden darüber geredet ob dieses ok finden dass man das ist im alter in der ehe das ist da keine sage ich mal altersbeschränkungen gibt in einer muslimischen ehe oder so momenten ja finden wir okay ich so also findest du es okay wenn du ne wenn dann wenn irgendjemand kommt und irgendwie deine kleine tochter heiraten will sagt er nein ist so ja aber ich verstehe das nicht warum ist man so unehrlich ja gut die meisten muslime glaube ich kennen auch das gar nicht so mit dem mit eiche heiraten so letztens habe ich ja einen kollegen angesprochen und dann habe ich dem gesagt wusste dass sein dein prophet ein sechsjähriges kind geheiratet und der wurde so sauer der meinte wenn du so beleidigung über unseren propheten sagst dann kann ich für nichts mehr garantieren hat gedacht ich beleidige seinen propheten wenn ich sage dass ein sechsjähriges kind der konnte das nicht glauben die meisten muslime kennen das alles nicht diese ganzen schlimmen bestandteile des islams kennen die nicht und deswegen ist der amir da der da die aufklärung betreibt und die sind geschockt die müssen erstmal diesen schockzustand überwinden sich akklimatisieren ruhiger danach ruhig werden nach dem schock und dann sich allmählich mit der wahrheit und realität auseinandersetzen aber in diesem zustand sind die natürlich total geschockt klar die wahrheit ist immer unangenehm das ist die natur der wahrheit die wahrheit hat immer einen unangenehmen touch ja hast du auf jeden fall recht ist so ich weiß auch nicht es gibt komische leute die sagen erst armenia oder der ist kein iraner ich bin cowboy und ich kann das nicht sehen da gibt es jetzt leute die singen jetzt auch noch so richtig r&b so wenn du irgendwas rein machst dann machen die so singen dabei all you are a rose is rose is rose is so good to me wie findet ihr meine gesangsstimme ist das nicht auf höchstem niveau ist das nicht mehr das ist perfekt natürlich meine frau sagt sie hat oben krebs bekommen jetzt dadurch nein nein das ist eine schöne stimme du bist der erste mensch der das gesagt hat ein mensch der noch schlimmer sind als ich und das ist schon hätte das ist schon wirklich sehr schwer so ein menschen zu finden der schlimmer sind dass ich und das ist der vater eines sehr sehr guten kollegen also freunden auch oder immer wenn der singt wer da fliegt er dann schmeißt seine frau immer so pantoffel auf seinem mund so von 20 meter und sagt ihr auf damit dampai heißt pantoffeln dass ich aramea wäre so unglaublich das ist 72 jungen frauen hast du mach sich schon ja leute sie kriegt keine 72 jungen frauen leute guck mal seid mal ehrlich ihr müsst euch doch jemand der ein bisschen gehirn hat da muss doch wissen dass das gerade für einen mann so geschrieben ist ey ey komm mal paradies oder 72 jungfrauen und dicke party das ist schon heftig ich muss ich darf nicht singen das gibt es noch so der dritte weltweg raus möchtest du noch was sagen ja dann hol ich den nächsten rein ja das war es dann eigentlich ja natürlich auf jeden fall okay dann doch die intelligentes merkst du locker locker differenzierungsvermögen auf höchstem niveau merkst du dass das ist deswegen ist der islam zu uns gekommen um uns halt um unsere intelligentes volk unten zu halten ja ex muslim kannst du mich hören ich höre dich ja gott segne dich und deine familie mir geht's gut mir geht's gut mir geht's gut mir geht's gut mir geht's dir gut geht's gut mir geht's gut ja schön und was solltet ihr das thema alles drum herum wir haben über jekmögelische themen gesprochen da war gerade der muslim drinnen der hat dings gegessen diese chevap chichi und dann gibt's eine überlieferung in den authentischen berichten wie auf einmal muhammed sehr schwach in potenz war und er hat ihn Allah so einen topf mit kebabfleisch gegeben damit er das ist und er hat die stärke von 40 männern bekommen Laue allen, davon weiß ich leider nichts. Das ist eine sexuelle Stärke, ne? Die kenne ich nicht. Ja. Alko-Fate. Alle könnt ihr das nachgucken. Alko-Fate. Heißt das? Alko-Fate, ja. Ja, ich weiß davon leider nichts. Ja, genau. Davon weißt du nicht. Deswegen ist der Senat ja die ganze Zeit dieses Chivapchichi. Das ist ja genauso ein Gericht wie Chivapchichi. Alko-Fate. Du bist so ein Mann folgend, der nicht so richtig ist, der wegwerben ist, die ganzen Frauen. So ein normaler, normaler, so ein normaler Langweiler ist. Nein, der muss so richtig Frauen wegwerben, die ganze Zeit, ne? Sonst ist das ja auch nicht so ein Mann, zu dem man hinausschaut, ne? Aha. Ich muss das großartig machen. Ja. Amir, was arbeitest du eigentlich? Ich bin Shisha-Barbesitzer. Also mal aufwärts, weil du dich jetzt mal im Auto drinnen. Ja, ich bin hier, weil meine Nachbarn, die kriegen Herzinfarkt, wenn ich dann anfange, rumzuschreien, ne? Das glaube ich mir wirklich, Alter. Ja, bei diesem Wahnsinn, was ich mit den Muslimen hier durchmache, wie sie mich versuchen zu täuschen und anzulügen, ey. Das ist unglaublich. Ja, Mann. Wir täuschen dich und sagen, ja, Mann. Digger, Digger, Digger. Digger, genau. Wir haben uns heute irgendwas geredet mit Propheten, neunjährige, dreijährige, irgendwas habt ihr gelabert, der untere oder so, ich weiß nicht mehr. Irgendwas war da. Äh, der hat ja eine Sechstjährige geheiratet. Äh, und bis heute redet er darüber? Äh, ja, wir müssen ja immer wieder darüber reden, weil viele Leute hier reinkommen und nicht wissen, was der Mohamed da in deinem Leben getan hat. Mann, du verstehst bis heute nicht, geht diese ganze Thematik. Mann, es wurde doch eh so oft erklärt, Alter, Mann, warum verstehst du es nicht? Ja. Ja, du weißt ja, dass sie das leugnen oder, ähm... Keiner leugnet das, es leugnet ja keiner, Bro. Es leugnet keiner, hast du nicht gesehen, wie die das verleugnen und das versuchen zu verdrehen? Die haben leider keine Listen, das tut mir echt leid, meine Kinder sollen nicht. Also stimmt das, dass dein Prophet ein frühpuppertierendes Kind angefasst hat? Ich erkläre das noch einmal, ich schau... Du weißt so oder so, was ich antworte, diese Mädchen damals, die waren schon Frauen. Und wenn ein Mädchen schon... Na ja, du weißt so oder so, Mann. Leute, hört zu, was er sagt. Mädchen waren damals Frauen. Schaut euch an, was Islam mit seinem Gehirn macht. Pass auf. Ein Kind... Damals hat jeder ein Mädchen schon geheiratet, die in der Pubertät drin war. Damals kriegte ein Mädchen schon ab der Pubertät als eine Frau. Das heißt auch ganz genau... Also zum Beispiel, wenn jemand zu jemandem kommt, dann verheiraten die gegenseitig ihre jungen Töchter, richtig? Wie meinst du es? Ja, also du sagst ja, dass es normal war zu der damaligen Zeit. Der damaligen Zeit, ja ganz genau. Ja, aber Abu Bakr fand das überhaupt nicht normal, dass der Mohammed sowas macht. Dazu weiß ich leider nichts. Ja doch, es gibt doch den authentischen Hadith. Da fragt der Mohammed nach der Hand von Aisha und geht zu Abu Bakr und sagt, ich möchte deine Tochter heiraten. Und Abu Bakr sagt, aber ich bin dein Bruder. Da sagt der Mohammed, ja ich weiß, du bist mein Bruder, ein Bruder in der Religion. Aber Aisha ist erlaubt für mich, gib mal her. Ja, das kenne ich nicht. Ja, siehst du, also der Abu Bakr war gar nicht begeistert. Du siehst also, dass das nicht normal war und dass das ein kleines Kind war und dass die Mutter von Aisha sie körperlich aufbauen wollte, um sie in die Ehe zu schicken. Aber was verstehst du eigentlich daran, dass der Prophet geheiratet hat? Ein Mädchen so junger Alter. Ja, was verstehst du daran eigentlich? Also ich verstehe darunter, dass er eventuell Neigung zu einem kleinen Kind hat. Nein, nein. Warum denkst du immer an diese Neigung, warum denkst du an diese Sache, an diese falsche Sache? Okay, dein Prophet ist doch, mein Lieber, mein Lieber. Denkst du an die falsche Sache? Okay, dein Prophet ist doch das beste Vorbild aller Zeiten. Und in ihm hast du das beste Vorbild, bis auf den Tag des jüngsten Gerichts zu hoffen. Das sagt der Allerjah in Zure 33 Vers 21. Und dann siehst du auf einmal, dass alle seine Taten nachahmungswert sind. Würdest du ein kleines Kind heiraten von sechs Jahren? Wie schon gesagt, wir leben nicht mal in der heutigen Zeit wie damals. Würdest du es damals machen? Würdest du es damals machen? Das kann ich nicht sagen, weil ich habe damals nicht gelebt. Würdest du aber, wenn das so normal wäre, hättest du das damals gemacht? Das kann ich ja nicht sagen, das weiß ich ja nicht. Aber du sagst doch gerade, damals war es was anderes. Würdest du es damals machen? Ja, ist es damals was anderes? Damals waren die Frauen anders. Was waren sie denn damals? Gibt es irgendwelche Beweise, dass sie mit sechs Jahren voll ausgereift waren oder was? Du verstehst nicht, die Frauen von damals sind nicht von heute. Die kannst du nicht vergleichen. Und zwar wie denn? Wie kann man die nicht vergleichen? Vergleich mal die heutige Jugend, heutige Frauen und vergleich mal von damals. Ja, wir zeigen mal den Hadith mit dem Fasibah, wo der Mohammed meinte, ah, nee, die ist zu jung. Ja, ich weiß den. Da gibt es ein Hadith in Sunan al-Nasai, Hadith 3, 2, 2, 1. Und da kommt Abu Bakr und Omar zu Mohammed und wollen seine Tochter heiraten. Und er sagt dann auf einmal, nein, sie ist zu jung. Aber er selber heiratet aber ein sechsjähriges Kind. Ah, das ist der Weiß schon, was zu jung ist. Aber was verstehst du an Heiraten eigentlich? Aber jetzt antwortet er nicht. Jetzt springt er wieder an. Ich kann nichts dazu sagen. Wenn man die Leute erwischt, in die Ecke drängt, dann springt er an, wie es immer Thema zurückzumt. Ein Jugendlicher hat dich zum Blick, die ich nicht kenne. Ich kann nicht darauf antworten. Ja, hast du das Internet gerade zur Verfügung? Mein Handy habe ich gerade zur Verfügung, genau. Hast du? Ja. Okay, dann schlag mal auf. Sunan al-Nasai, Hadith 3, 2, 2, 1. Ja, da seht ihr mal, ihr Lieben, was der dann versucht zu verteidigen. Das ist grausamer geht es nicht mehr. Unglaublich. Wie der das noch versucht zu erklären. Und das Problem ist ja, dass die Gelehrten sagen, dass die Aicha noch ein wirklich unreifes Kind war. Ein richtig unreifes Kind, das mit Puppen gespielt hat. Welcher Gelehrte sagt das denn? Ibn Hajar al-Azgalani. Ibn Werch. Ibn Werch. Ibn Werch. Ibn Hajar ist der Mann, der Sahih Bukhari aus erklärt. Ernst. Also einer der größten Gelehrten des sunnitischen Islam. Ja, aber es wurde doch so, und so ist es auch schon erklärt, diese ganze Thematik. Warum versuchst du weiter zu diskutieren damit? Ja, was ist denn jetzt zu jung? Es haben ja Leute... Der Mohammed hat gesagt, sie ist zu jung. Wie alt waren sie denn? Wir haben dir das auch erklärt, Traubst, du verstehst das nicht. Du tust so, als Mohammed der einzige Mensch gewesen, der ein junges Mädchen geheiratet hat. In Deutschland, in voll vielen Ländern haben das auch gemacht. Das war früher normal, du. Das war früher normal. Ja, weil nicht irgendein Mensch auf Mallorca, der sich besorgt, das interessiert uns nicht. Aber wenn unser Vorbild sich besorgt und komische Sachen macht, dann haben wir ein Problem. Das kannst du keinen erzählen. Du kannst nicht den größten Vorbild für zwei Milliarden Menschen mit irgendeinem besoffenen Typen von Mallorca vergleichen. Und sagen, ja, der Mallorca-Typ besorgt sich auch. Müssen wir sagen, das ist einem Christen nie getan, oder was? Das ist für ein Vergleich. Wir reden hier über den Vorbild von Milliarden von Menschen. Der höchste Mensch, der je gelebt hat. Und deswegen müssen seine Taten auf dem Prüfstand. Was ein Mallorca-Typ macht, Tourist, das interessiert keinen, weil er keine Bedeutung hat für die Menschen. Wer ist ein Mallorca-Typ, Mann? Mein Bruder wird im übertragenen Sinne sagen, dass XYZ uns nicht interessieren. Es folgen aber zwei Milliarden Menschen Mohammed und in der islamischen Welt werden Kleinkinder verheiratet. Es werden weiter und weiter mehr Folgen und in das Vorbild nehmen. Könnt nix machen. Was? Es werden weiter und weiter mehr in das Vorbild nehmen. Es werden noch die Zahlen dazukommen und wartet ab. Also findest du das gut, dass die dann Kinder heiraten? Du verstehst doch immer nicht, Alter. Ey, der Typ ist voll wie kippt, Chris. Ich meine, hol einfach jemanden rein, der mehr wissen kann. Sag mal ehrlich, du nimmst irgendwelche Drogen, du nimmst irgendwas, 100%ig. Du nimmst ein bisschen was, ne? Nein. Du bist so einer, weil ich merke das richtig, dass du dir ab und zu mal einen durchziehst, ne? Nein, du? Nein, 100%ig. Du, ich schon, gell. Mann, Mann. Wo kommst du drauf? Ja, ich merke das doch anhand deiner Aussprache, anhand deines Benehmens. Wie bin ich, ey, wie bin ich, ey, ey, was glaubst du? Wie bin ich schlecht? Du kippst, ich weiß, dass du kippst. TikTok-sportlich. Boah, weißt du was, Alter, was? Ich habe 100%ig recht. Ich weiß, dass du was nimmst, 100%. Allah, du hast nicht recht. Ich möge Allah, ich recht gleich nicht. Ich kippe dich raus. Ich habe nie angefangen damit, nie probiert, was weiß ich, Alter, Mann. Siehst du? Du hast gerade eben sogar noch Pädophilie versucht zu verteidigen. Das ist nicht pädophilie. Mann, Alter, du willst es nicht verstehen, oder? Du willst es nicht verstehen, Mann? Wir wollen es verstehen, aber sowas kannst du überhaupt gar nicht verteidigen. Wer willst du denn sowas erklären? Die Leute sind schockiert über deine Auskunft. Oft erklärt ist so oft erklärt, du willst es aber nicht verstehen. Das ist der Punkt. Du willst es nicht verstehen. Aber wir wollen es nicht verstehen, das wurde so oft erklärt, ne? Ah, ja. Dir wurde es sowas schon erklärt. Du willst es nicht verstehen. Leute haben oft viele Videos zu dir gemacht, haben versucht, dich zu erklären. Nein, du meinst doch gerade eben, dass die Frauen, also dass die Kinder so reifer waren. Wie kommt es, dass dieses Kind mit Puppen gespielt hat, das so reif war nach deiner Aussage? Weiß ich nicht, ich weiß nichts dazu, Alter. Ja, aber was denkst du, das ist dann eine reife Frau, die mit Puppen spielt und am Schaukeln ist und so, mit ihren Freundinnen? Weiß ich nicht. Sag mir ruhig, sag mir. Nein, nein, du weißt schon, mach nicht den Ignoranten. Das mag ich nicht. Ich weiß nicht, ob sie mit Puppen gespielt hat, Bro, ich weiß es nicht. Ja, ich sage es dir, Say al-Bukhari 6130. Es geht nicht raus. Hörst du mich? Ja. Nein, ich war jetzt auf Google, ich glaube, wegen dem hörst du mich da nicht und denkst du, ich gehe raus oder so. Also ich wollte es nachgooglen. Ja, dann mach mal. Say al-Bukhari 6130. Ja, ich weiß, ich will nur ihm das zeigen, damit er aufhört zu sagen, dass die so irgendwas da dran wäre, weil dieses Kind war unreif und spielte mit Puppen. Das war wirklich ein Kleinkind, deswegen soll er es sehen. Damit er nie wieder solche Aussagen tretig. Ich habe es gelesen. Freund, was hältst du davon? Ich meine, hast du jetzt erwartet, dass ein Kind in deinem Alter ist, anfängt zu kochen, anfängt Sachen zu machen, die Frauen in 20 Jahren machen? Was hältst du denn von einem 53-jährigen Mann, der ein Kind heiratet, die mit Puppen spielt? Er hat, schau, er hat dieses Kind, das Kind in deinen Augen, hat dieses Kind aufgenommen wie eine Tochter. Er hat es so hochge... Er hat nicht mit den Sachen, die du in deinem Kopf hast gemacht, weißt du? Sie sagt es doch selber. Er hat mich mit sechs Jahren geheiratet und mit neun Jahren die Ehe vollzogen. Was heißt für dich, wie heiraten und Ehe vollziehen? Was heißt das für dich? Erklär mal. Konsumieren, wenn du einmal heiratest im Islam, kannst du die Ehe ja auch genießen. Was für genießen? Mann, an was denkst du, was ist in deinem Kopf drinnen, Alter? Unglaublich. Geh raus hier raus, verschwinde hier raus. Wie kaputt muss man nur noch sein? Wie fertig kann man nur sein? Kifferbande, äh. Kifferbande vom Feinsten. Wie verblendet kann man nur sein? Das heißt, im Islam, wenn man heiratet, dann bleibt man einfach so, du bleib mal da und ich bleib mal da. Wir brauchen gar kein SEX zu haben. Das ist gar kein Thema. Wie kaputt muss man sein? Der hat sich dumm gestellt, weil du natürlich immer wieder die Beweise direkt parat hast und der kann nicht darauf antworten. Und deswegen hat er sich immer dumm gestellt. Das ist aber verdorben. Das ist einfach menschliche Verdorbenheit. Das ist so abartig. Abartig, was die Muslime machen. Abartig. Abartig. Kleinkind mit Puppen. Dabei hatte die Eicher noch nicht mal ihre Menstruation. Und dieses Kind war noch ein wirkliches Kind. Die Muslime sagen, ja, aber wenn man Menstruation hat, dann kann man doch. Aber hatte die ja nicht gehabt. Das verstehe ich nicht. Aisha hatte noch nicht die Pubertät erreicht. Sie hatte noch nicht ihre Menstruation. Sie war ein sehr kleines Kind. Wann hatte die ihre Menstruation? Er ist mit fast 16 Jahren da bei Chai war, hat Asralani gesagt. Ja, genau. Sie war 16, als sie ihre Menstruation erreicht hat. Wie geht es dir? Als erstes, wie geht es dir? Ich frage dich persönlich. Wie geht es dir? Geht es dir gut? Alhamdulillah, mir geht es gut. Wie geht es dir? Freut mich sehr. Alhamdulillah, mir geht es auch gut, mein Lieber. Guck mal, die Zeit, die du jetzt mit Islam dich beschäftigst, du könntest schon längst Millionär werden. Warum machst du das so? Benutze doch deine Zeit für was anderes, mein Lieber. Der ist ja schon Millionär. Jetzt hat er zu viel Zeit, jetzt will der Islam aufgehoben. Benutze doch deine Zeit effektiver. Lass doch die Leute das glauben, was die wollen. Lass uns Muslime an das glauben lassen. Also ich soll die Leute an das glauben lassen, damit sie dann später dann Kinder heiraten und sowas. Das soll ich die glauben lassen, so, ne? Das ist das, was die anderen machen. Bitte. Guck mal, du kannst an das glauben, was du möchtest. Ich glaube auch an das, was ich möchte. Du kannst ja gerne an das glauben, aber ist das okay, dass Mohammed einen kleinen Kind auseinandergenommen hat? Wo arbeitest du? Du bist Paketzusteller, ne? Jetzt kommt der, wer wieder, wo arbeitest du? Bitte, nein, nein, ich will jetzt deine Sache verstehen. Du bist doch Paketzusteller. Wann kann das denn mein Thema zu tun? Mein Lieber, geh bitte, mach was aus deinem Leben. Okay, dann auf Wiedersehen, wenn du nicht darüber reden willst. Dann geh bitte raus. Dann ciao. Wie die immer an das Geld denken, ne? Ja, das ist für die so über den Glauben zu reden, das ist so für die auch so voll blöd. Weißt du, das sind Gläubige, die aber es für blöd halten, über den Glauben zu reden. Amir. Ja, ich weiß. Die denken, wie blöd der ist, der Mann. Der verplempert seine Zeit so mit Glauben und sowas. Anstatt Geld zu verdienen. Und er ist selber gläubig. Amir, das Niveau, das Niveau, was ihr auf dem Superkanal tippt. Das ist Niveau vom Döner, ehrlich, ey. Richtige Niveau vom Dönerladen, ey. Meine Fresse, ey. Niveau-Truck. Ey, was geht's? Gar nix. Gott segne dich an deine Familie. Wie sieht's aus? Was möchtest du denn wissen, mein Lieber? Weißt du, die Sache ist ja die, ich bin katholisch aufgewachsen und hab da halt im Laufe der Zeit meinen eigenen Weg gefunden mit Glauben und so. Und, äh, ich, also ich, ich sage von mir aus, dass, äh, Menschen, die glauben, ähm, das ist für die ein Ventil, um Dinge zu akzeptieren. Ähm, und ich brauche dieses Ventil nicht, nicht in dieser Art von Form. Weil für mich macht dieses, ähm, Gott, so wie die Menschen ihn aktuell darstellen, nicht so viel Sinn. Also du bist ein Suchender noch nach der Wahrheit. Du hast noch nicht das Ziel der Wahrheit erreicht. Ja, so würde ich das nicht sagen, äh, weil... Als Mensch, äh, kann ich nicht alles wissen. Das würde ich auch nicht können. Dafür bin ich einfach halt einfach nur ein Mensch. Aber ich hab da meine eigene Vorstellungen. Und die aktuellen Glaubenskonzepte, wo es gibt, also sowohl Islam, Christentum, Judentum und alle anderen Religionen, die funktionieren für mich nicht. Weil da sind da viele Fragen für mich, das passt nicht einfach nicht überein. Ja. Ja, gut, äh, die Wahrheit, Gott ist ja die Wahrheit. Ne, das Ziel der Wahrheitssuche ist ja so, dass du den Ursprung oder den Schöpfer allen Seins findest. Und mit ihm dann die Beziehung beginnst. Das ist ja die Wahrheitssuche endet dann dort. Wenn du die Wahrheit gefunden hast. Und die Wahrheit ist ja der Schöpfer. Gott, der Ursprung allen Seins. Ja, das ist ja immer die Auslegung, wo, wo Gläubige, jetzt unabhängig davon, welche Religion, aber wo Gläubige immer, sag mal, immer sich herbeiholen können. Weil ich gehe mehr so auf die Realität. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, nimm mal zum Beispiel Krebs, die Krankheit. Ich finde, ein Mensch, der kommt auf die Welt, ähm, und selbst wenn du vielleicht noch zwei Monate alt bist, hast du ja nicht wirklich viel Erinnerungen oder was im Leben erlebt. Aber trotzdem müssen auch Kinder in diesem Alter sterben, obwohl sie eigentlich nichts dafür können. Und wenn es jetzt, sagen wir mal, einen Gott geben würde, dann würde ich doch diese Kinder doch erst gar nicht ins Leben rufen, wenn sie doch nach zwei Monaten wieder entweder getötet werden. Nein, Gott ist ja nicht eingeschränkt. Du willst ja Gott einschränken. Nein, Gott macht das, was er möchte, souverän. Wenn er der Meinung ist, dass ein Baby meinen ersten Tag nach der Geburt diese Welt verlässt, dann wird das so sein. Der macht das selber auch mit deinem Baby nach dem zweiten Tag, dritten Tag, so dass alles eben in diesem System möglich ist. Verstehst du, das ist nicht eingeschränkt. Ich weiß, was du meinst, aber ich sag mal so, wenn du jetzt zum Beispiel im Aufzug steckst, okay, übers Wochenende, und du hast, äh, und du drückst den Knopf, kein Schwein geht ran, und du hoffst einfach nur, dass du rauskommst, weil sonst verhungerst du oder verdurstst oder was weiß ich, das wird nicht Gott sein, der dich retten wird, sondern das wird der Elektriker sein, der dir vorbeikommt und, äh, und dann die Tür aufmacht. Nein, weil Gott kann ja in dem Moment dem Elektriker einen Herzinfarkt geben. Und dann bist du geliefert in diesem Aufzug. Aber das ist aber doch ein Schicksal, oder nicht? Nein, Gott hat alles in der Hand. Das ist nicht einfach nur zufällig Schicksal, dass der Elektriker kommt zu dir, sondern Gott hat alles in seiner Hand und lenkt und, äh, führt. Ja, das ist, du hast mir jetzt auch ein bisschen was erklärt, äh, deiner Ansicht nach, wie Gott so drauf ist, sag ich jetzt mal. Ich, ich finde, der größte Fehler, den, den Menschen machen, ist, äh, Gott zu personalisieren, also als Mensch, weil, also ich hab jetzt nicht gesagt, dass ich ungläubig bin, also ich bin kein Atheist. Ich hab nur einen eigenen Weg zu Gott gefunden, ähm, und der größte Fehler, den Menschen machen, ist, Gott, äh, wie eine Art Mensch zu betrachten, ja, ein barmherziger Gott, ein, ein Gott, der Leute bestraft, wie zum Beispiel jetzt im Alten Testament oder auch in den anderen, ähm, heiligen Büchern. Aber das ist doch der Fehler doch daran, dass die Leute doch denken, dass ein Gott, äh, so denkt oder so fühlt. Weil, ich, ich sag immer, ein Gott muss nicht sehen, um zu sehen, er muss nicht fühlen, um zu fühlen, weil ein Gott steht über den Menschen. Ja, aber der hat doch, wenn du jetzt etwas, wenn du jetzt, solch ein Welpen holst, dir, ein Welpen, also, wenn du ein Welpen, die züchtest. Richtig. Du bist ja mit dem Welpen ja zu Welt, sozusagen. Du sorgst ja dafür, dass diese Welpe entsteht, eine Hundewelpe. Ja. Hast du diesen Welpen nicht lieb? Kümmerst du dich nicht darum? Ja, klar. Man bindet irgendwann eine soziale Bindung dazu und, und dann wird man auch traurig, dementsprechend, wenn was passiert. Siehst du? Und diese Liebe, die du für diesen Welpen hast, die du selber erzeugt hast, das kann auch, also, ich hab jetzt ein Beispiel genommen, es hätte auch ein Küken sein können. Du weißt, Kinder, wenn die so ein Hühnerküken oder, oder ein, ähm, ähm, Duckküken, wie heißt das hier, Entenküken, die lieben ja, die Kinder lieben ja diese Küken, weil die sehr süß sind. Ne, und die werden gezüchtet, extra für die Kinder. Und dann kümmern sich die Kinder darum, ja, die lieben das, das, das Tier und dann ziehen das auf. Das war jetzt nur ein Beispiel mit den Hundewelpen. Du hättest jedes Tier nehmen können. Das heißt also, wenn du etwas kreierst, ein Leben erschaffst, dann liebst du es. Und du führst eine Beziehung mit diesem Lebewesen. Ja. Und weil ich es liebe, möchte ich ja auch beschützen. Genau. Und gibt es dir auch seine Leute. Bis zu einem gewissen Grad. Jeder von uns muss gehen irgendwann mal. Denn Gott kann uns ja nicht, äh, also Milliarden Jahre hier leben lassen. Das geht ja gar nicht. Ja, aber wenn er ja allmächtig ist, könnt ihr das ja theoretisch. Ja, aber nicht hier auf dieser Welt. Natürlich kann er das. Aber er gibt dir das ewige Leben in der geistigen Welt. Hier auf dieser vergänglichen Welt, wo diese Schöpfung gefallen ist in Sünde und Boshaftigkeit. Da kannst du nicht den boshaften Menschen ewiges Leben geben hier. Die schlagen sich doch schon jetzt die Köpfe ein. Ja, klar. Und wenn du nur 60, 70 Jahre alt wärst. Stell dir mal vor, man würde diesen Menschen unendlich, also ewiges Leben geben. Hier auf dieser Erde. In ihrer Wahrheit. Was glaubst du, was die Erde wäre? Wahrscheinlich das, was sie schon immer war. Hölle auf Erden. Nein. Nein. Ich würde nicht sagen, ich würde nicht sagen, Höllen auf Erden. Wenn wir jetzt die Erde betrachten oder generell das ganze Universum oder das Leben an sich selbst, was ja von Gott erschaffen worden ist, dann muss man sich dann immer mal die Frage stellen, gut, als Beispiel, ich bin jetzt, was weiß ich, aus den 90ern geboren. Und die Leute beschäftigen sich meistens entweder mit dem jetzt oder mit der Zukunft. Also was passiert, wenn ich sterbe und so weiter. Und ich frage mich dann immer so, ja, was war denn mit der Zeit davor? Ich meine, es gab ja auch eine Zeit davor. Also es gab eine Zeit, wo sich Leute schon die Köpfe gerissen haben. Es gab Zeiten, wo Leute sich schon davor schon geliebt haben und so weiter. Aber das hat dich ja in dem Punkt ja gar nicht interessiert, weil du bist ja erst später gekommen. Und ich denke mal immer so, weil gerade im Glauben denkt man immer ein Leben nach dem Tod oder ein Beisein bei Gott. Wenn du mich fragst, ist es eigentlich, der Tod ist im Endeffekt das Gleiche wie vor der Geburt. Alles, was nach deinem Tod passiert, sobald dein Gehirn ausmacht, passiert genau das Gleiche wie die letzten 13 Milliarden Jahre davor. Also für dich gesehen nichts. Du wirst halt im Endeffekt nur das, was du davor schon warst. Also wenn du eine Arbeitsstelle annimmst, neu anfängst, dann ist doch nicht so, dass dein Chef sagt, bevor du jetzt hier angefangen hast, hast du 50 Jahre deines Lebens nichts gemacht. Das kann er ja nicht wissen, weil du nur bei ihm ab dem Zeitpunkt anfängst zu arbeiten. Das ist eine völlige, überzogene Aussage zu sagen, du hast davor nichts gearbeitet. Das ist das erste Mal, dass du jetzt kommst zum Arbeiten. Das ist völlige Blödheit. Der kann jetzt nicht wissen, so eine Aussage. Nur weil du jetzt vor ihm stehst das erste Mal und du arbeiten willst, kann er nicht davon ausgehen, dass du so eine Vergangenheit hast. Und so kannst du nicht aufgrund von jetzigen Erkenntnissen einfach so in die Vergangenheit schauen. Und vor allem in die Zukunft, die du nicht kennst. Ja, aber in dem Fall muss ich ja schon. Du kannst nicht wissen, was nach deinem Tod kommt. Ja, aber die... Du kannst du Vermutungen anstellen. Aber ob diese Vermutungen aufgehen, dieses Risiko, würde ich nicht eingehen. Ist es denn nicht besser, an Gott zu glauben, als nicht an ihn zu glauben? Weil stell dir mal vor, das Problem ist, wenn nach dem Tod etwas auf dich zukommt und du an ihn nicht geglaubt hast und in der Bibel verzeichnet ist, dass derjenige, der ohne den Herrn Jesus Christus in den Tod geht, für alle Ewigkeiten verloren geht, aber du die Möglichkeit hast, aus Gnade errettet zu werden. Das heißt, dass du seine Hand annimmst, seine rettende Hand packst und dich retten lässt von ihm. Verstehst du? Wäre es nicht besser, eventuell doch an ihn zu glauben, als nicht an ihn zu glauben? Also darum mal Gedanken macht. Du kannst ja nur zu den Gewinnern gehören, oder nicht? Ja, also ich möchte nochmal klarstellen, ich bin kein Atheist. Ich habe schon eine Form des Glaubens, eine eigene Form. Also ich habe nicht diese klassische Glaubensrichtung wie zum Beispiel Katholizismus oder generell Islam oder sonst irgendwas, sondern ich glaube schon an ein etwas gottähnigem Wesen, also ein Wesen, das über mir steht. Aber ich glaube, der ist so übernatürlich, dass wir den gar nicht begreifen können. Was, wenn er sich in der Bibel gezeigt hat und Dinge voraussagt, die nur er so prophezeit hat und die auch Prophezeiung eingetroffen sind? Würdest du dann an ihn glauben? Also klar, wenn ich etwas sehen würde und es passiert, als Beispiel, ich weiß nicht, ob du die Geschichte von den drei Hirtenkindern kennst, aus Fatima. Die haben ja gesagt, komm Leute, wir zeigen euch das Wunder und dann kam ja dieses Sonnenwunder. Vielleicht kennst du das ja als Christ. Das war ja im Endeffekt auch etwas, das haben ja die Leute dort erlebt. Wenn ich jetzt dabei wäre, natürlich hätte es mich überzeugt, klar. Also wenn es jetzt von heute auf morgen mir irgendwas erscheint, natürlich. Aber man darf auch viele Sachen nicht vergessen, wie zum Beispiel... Ich rede nicht davon, dass dir irgendetwas erscheint. Ich rede davon, dass Gott zu einem Zeitpunkt A etwas festlegt, was zu einem späteren Zeitpunkt eindeutig zutrifft. Kann das irgendein Mensch sowas machen, tausende Jahre zuvor etwas sagen und das trifft auch genauso ein? Oder haben wir es etwa zu tun mit jemandem höher, ein höheres Wesen? Der außerhalb von Raum und Zeit steht. Also Menschen können öfters mal richtig liegen, aber in der Regel eher nicht. Nein, nein, du wärst dich gerade etwas dagegen. Ich spreche davon, dass Gott etwas sagt und wenn er etwas sagt, das auch so eintrifft, tausende Jahre später, der über Raum und Zeit ist und das auch so perfekt eintrifft. Verstehst du? Das ist ja das Problem, was wir haben. Die Leute raffen ja gar nicht, dass der Gott der Bibel sich darin offenbart und den Leuten sagt, Leute, ihr könnt an mich glauben, weil ich habe etwas prophezeit und das ist auch so eingetroffen. Dann brauchen wir gar nicht an Gott zu glauben, wenn er das nicht drauf hätte, oder? Ja, aber nenn mir zum Beispiel ein Beispiel, wo er etwas prophezeit hat und es dann eingetroffen ist. Das bestes Beispiel ist die Kreuzigung Jesu Christi. Okay, du meinst, weil Jesus zu Lebzeiten gesagt hat, er wird gekreuzigt und dann ist es genau so gekommen. Nein, Jesaja 53. Genau. Jesaja, der Prophet im Alten Testament, hat das 700 Jahre vor der Kreuzigung vorausgesagt und zwar penibels genau. Ja. 700 Jahre vor der Kreuzung. Ja. Wer hat das gesagt? Weil ich google das, also ich bin ja nicht komplett beschlossen. Also ich werde Ihnen das vorlesen, mal Jesaja 53 mal kurz. Ja, Jesaja 53 ist die Prophezeiung auf dem Messias und sein Kreuzesweg sozusagen, plus dass die Sünde der Menschheit auf sich nehmen. Ja, und dadurch durchbohrt wird. Wenn er die Sünden der Menschheit auf sich nimmt, wird er dadurch durchbohrt. Durch Hände und Füße durchbohrt. Und diese Passage steht in welchem Buch? Im Alten Testament, 700 Jahre vor Christus. Also theoretisch auch in der Tora. In der Tora, ja, altes Testament, Tora, danach ist alles dasselbe. Ist nur eine andere Sache. Ich zitiere mal aus der Bibel, Jesaja 53. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn? Wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Mitteltaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinen Scherern und seinem Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen, und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat. So wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern, und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele mühsam erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen, und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben, und er wird starke zum Raub erhalten dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde fehlergetragen und für die Übeltäter gebetet hat. Auf wen trifft das zu? Ja, also ich bin ehrlich, das trifft eigentlich eins zu eins auf Jesus Christus zu. Nee, du, ich bin ehrlich, also klar, wenn du diese Passage liest aus dem Alten Testament, das kann man eindeutig zu Jesus Christus zuordnen. Ich habe halt nur ein bisschen Probleme mit der Zeit, weil ich meine, diese Bücher sind jetzt Asbach-Uralt, sei jetzt mal. Okay, deswegen sagen wir, mein Bruder und ich sagen dir ja gerade, wenn Gott 600 bis 700 Jahre schon vorher das reingeschrieben hat und das auch so erfüllt ist in Jesus Christus, da haben wir es mit dem Allerhöchsten zu tun. Also das ist dann so gesehen für dich also einer der vielen Big-Baba-Argumente, wo du sagst, Jesus... Die ganze Bibel ist voller Prophezeiungen, die eingetroffen sind und noch eingetroffen werden. Die ganze Bibel ist ein ganzes Prophezeiungsbuch, weil Gott seine Unterschrift da drin setzt und sagt, ihr könnt an mich glauben, weil ich über Raum und Zeit alles erblicke in die Zukunft. Das kann kein Mensch, kein Mensch kann 700 Jahre vorher etwas schreiben, was 700 Jahre exakt eins nach dem anderen in Erfüllung geht. Woher sollte Jesaja wissen, dass der Herr Jesus für die Übeltäter betet am Kreuz? Das hast du ja gehört. Ja, klar. Das vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Klar, das ist natürlich richtig, wenn man halt auch natürlich davon ausgeht, dass die Zeit, so wie die dargestellt worden ist, 700 Jahre vor Christus auch richtig wäre. Das ist halt dann bei mir so der Punkt, wo ich sage, das ist eventuell schon so lange her, dass da vielleicht nicht wirklich das so eins zu eins genauso wiedergegeben worden ist. Weil, was ich damit sagen will, ist, wenn du zum Beispiel jetzt den Ersten Weltkrieg hast oder den Zweiten, in tausend Jahren gibt es Leute, die sagen, ah, gab es sowas vielleicht oder so. Weißt du, was ich meine? Ich kenne ja jetzt schon welche, die glauben, dass es den Onkel Adi gar nicht gab, weil sie sagen, ich habe den ja gar nicht gesehen. Und die ganzen Aufnahmen sind ja fake. Es gibt ja Leute jetzt schon nach 80 Jahren, die an sowas nicht glauben. Und dann warte mal ab, wenn es tausend Jahre rum ist oder zweitausend Jahre. Und das ist das, wo ich meine, über die Zeit, also die Zeit vergeht weiter, aber die Geschichte kann sich ein bisschen wie Sand im Winde verwehen. Weil jetzt, klar, jetzt trifft es natürlich eher auf Jesus Christus zu, diese Vers. Aber ob das damals genauso war, wie jetzt, wie du gerade vorgelesen hast, das ist halt wieder, da habe ich ein bisschen so meine Probleme, das meine ich. Also man hat in 1947 in den Qumran-Höhlen viele Schriften des Alten Testaments, fast alle Schriften des Alten Testaments gefunden. Und zwar von einer jüdischen Sektor, die damals in Qumran gewohnt haben, gelebt haben zusammen, eine Gemeinschaft. Und die hatten auch die ganzen Schriften des Alten Testaments bewahrt in so Krügen. Und man hat dann in 1947 in den Qumran-Höhlen eben alle diese Schriften gefunden. Und darunter war auch natürlich der Prophet Jesaja. Und diese Schrift ist ca. 200 vor Christus datiert worden. 200 Jahre vor Christus. Also es ist dieselbe Schrift Jesaja, die wir heute in unserer Bibel lesen. Deswegen ist diese Schriftrolle auch so bedeutend für die Christenheit als Bund, weil es uns zeigt, dass die Bibel nicht verfälscht ist. Dass das Wort Gottes vor 2200 Jahren dasselbe Wort ist, was wir heute noch lesen. Und vor allen Dingen Jesaja. Diese Schriftrolle Jesaja. 200 Jahre vor Jesus Christus. Die Muslime tun mir so leid. Das glaubst du gar nicht. Die tun mir so endlos leid. Die tun mir so endlos leid, dass sie, wenn sie in den Tod gehen, für alle Ewigkeiten verloren gehen und für alle Ewigkeiten in der Hölle braten werden. Glaubst du, glaubst du, glaubst du, dass Jesus, also ich hab auch schon, wie gesagt, ich bin ja christlich aufgewachsen, ich hab immer Jesus als Katholik immer wie eine Art Bruder gesehen. Ein gutmütiger Bruder, der ab und zu vielleicht mal den Finger hochhebt und so weiter. Aber glaubst du wirklich, der würde die Muslime einfach so in die Hölle schicken? Der Jesus ist Gott, der wird richten. Alle Menschen, nicht mich, die ganzen Muslime, alle Menschen, die je gelebt haben. Sie werden vor ihm stehen und Rechenschaft ablegen für ihr Leben, was sie getan haben. Und da wird keiner gut davon kommen. Nur die, die wirklich Glaubensgerechtigkeit haben, die sich zu ihm bekehrt haben und ihre Sünden vor ihm bereut haben. Die gehen in das ewige Leben. Also ich bin ehrlich, wenn ich sterben sollte und ich hab Unrecht... Ja, das ist ein großes Problem. Hast du ein Anzeigen? Ich hab... Ja, ja. Ich hab Unrecht. Du möchtest es nicht in deine Hausten. Dann wünsche ich mir natürlich nicht, dass alle Muslime in die Hölle landen. Ja, weil irgendwo sind es Menschen... Ja, ja, klar, aber... Was meinst du, warum ich mein Leben... Was meinst du, warum ich mein Leben einsetze? Aus Jux und Dollerei oder was? Meine eigenen Glaubens... Meine ehemaligen Glaubensgeschwister würden mich am liebsten kalt machen, weil ich dir die Wahrheit erzähle über den Islam. Ja, aber ehrlich gesagt... Weil ich bewiesen habe, dass Mohammed niemals ein Prophet war. Weil ich bewiesen habe, dass der Islam die größte Lüge der Menschheitsgeschichte ist. Und weil ich bewiesen habe, dass die Bibel akkurat ist und der Herr Jesus Christus die einzige Möglichkeit ist, gerettet zu werden. Und dafür wollen die mich sogar noch umlegen. Das ist natürlich sehr ehrenhaft von dir, wenn du das aus Ding machst. Aber ich glaube, das machst du... Verdiene ich hier Geld? Ich glaube, du hast aber auch ein bisschen Spaß dabei, so ein bisschen die Muslime Platz zu machen. Spaß dabei, ne? Wenn ich... Ja, natürlich versuche ich das Ganze irgendwie noch so rüber zu bringen, dass wir wenigstens noch ein bisschen darüber lachen bei diesem ganzen Wahnsinn. Du siehst doch, was für Antworten die geben. Natürlich lache ich darüber. Ja, ich weiß schon. Ne, also der Typ von vorn mit dem, wo du das ja so thematisiert hast, mit dem achtjährigen Mädchen, das ist ganz klar, ne, das geht nicht. Ich weiß, ich weiß in welche Richtung er gedacht hat, dieses, ja, aber sie war ja, das war ja nicht wirklich so eine Art Beziehung, wie man sich heute vorstellt, aber... Er sagt doch selber, er hatte mit mir, er hat die Ehe konsumiert, als ich neun war. Konsumieren bedeutet dann auch ausnehmen. Dazu gehört dann auch alles, was in der Ehe ausgelebt wird. Klar, natürlich. Das heißt, aktuell, ja. Ja, natürlich. Dann sagt er, hä? Ey, die Gäste, diese kleinen, das sind so kleine, diese Smoker so, weißt du, so reden die. Ja. Hä? Hä? Da bin ich abgekackt vor Lachen. Aber, also ich verstehe, was er meint mit, früher waren die Frauen anders. Ich meine, ich kenne es ja selber, aber halt nicht in diesem Punkt, sondern... Eine Frau geht nicht auf eine Schaukel mit ihren Freundinnen schaukeln und spielt mit Puppen. Also, da kann man sich, wenn das ein Kleinkind war. Nein, nein, aber ich hab halt, ich kannte halt eine, die war acht Jahre alt damals oder sogar sieben, die hat einfach gekocht. Also, die Mutter war am Feld buggen und die hat einfach mal daheim um sieben Jahren mit Gas gekocht. Die war fasziniert, weil ich bin nicht aus Deutschland. Ja, aber wer würde dieses Kind denn anfassen? Es sei denn, du bist geisteskrank. Nein, 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 das war ja nur das Beispiel mit, dass die Frauen von damals, also die Mädchen von damals ein bisschen anders waren. Das ist genauso wie mit meinem alter Kollege, der Abdel, mit dem ich gesprochen habe, der ält hier. Als ich ihn gefragt habe, hab ich gesagt, das ist doch krank, wie kannst du denn kleine Kinder... Ja, wenn der Vater die verspricht, ach dir... Nein, das ist mir egal. Egal, egal, ob versprochen, Kinder werden nicht angelangt. Also Kinder, das geht gar nicht. Aber da muss man auch irgendwann mal selber so eine Art Gefühl entwickeln, sodass das falsch ist. Da sagt er vor den ganzen... Wir haben vor Tausenden von Leuten gesprochen. Da sagt er, die ist keine normale Achtjährige. Achtjährige bei uns kochen die ein Fünf-Sterne-Menü. Da hab ich gesagt, ja, müssen wir doch auch mit denen schlafen oder was? Also TikTok-sportlich. Ja, wenn der Vater die verspricht, guck mal, was für ekelhafte Sachen der sagt, Mann. Ich weiß, was du meinst. Ich hab selber Töchter und ich würde jeden auf TikTok-Freund dich behandeln. Was stellt der Islam mit diesem Gehirn an, Mann? Jede Ideologie im Islam schließt sich ja an an alle anderen Ideologien, totalitären Ideologien, die eben den Menschen so indoktrinieren, dass er sein Gewissen ausschaltet und einfach nur blind dem Alphatier folgt, nämlich diese Ideologie. Wenn einer eine Ideologie von dir Besitz ergreift, dann ist das so schwer. Ja, das ist schwer. Jemanden zu deinstallieren. Die Nazis zum Beispiel, die Entnazifizierung der Deutschen damals war ja auch nicht gerade einfach. Ja, und die ist auch nicht ganz abgeschlossen. Es gibt ja immer noch Leute, die relativ gutes Gedankengut haben, aber halt nur nicht so rauspersauen. Aber ich wollte mich auf jeden Fall bei euch beide bedanken, auch für die guten Worte und für das schöne vorlesen. Mach dir Gedanken um deine Ewigkeit. Setz dich auseinander mit der Bibel, Mann. Aber ein Zitat möchte ich noch sagen, das hat nämlich meine Mutter selber gesagt, Religion ist die einzige Methode, den Menschen Angst zu machen, auch nach dem Tod. Du brauchst aber keine Angst zu haben. Wenn du zum Herrn Jesus kommst, dann hast du das ewige Leben. Dieser letzte Satz hat mir schon wieder gereicht, ehrlich. Ja, alles. Ja. Ja, man muss den Leuten Zeit geben, vielleicht wirkt das ja an ihm. Das war jetzt aber nur ein Beispiel. Die denken wirklich, dass wir so einer Religion folgen und dadurch Angst haben. Nein, Furcht ist nicht in der Liebe, denn die vollkommene Liebe treibt die Furchte aus. Wer sich also fürchtet, ist noch nicht vollkommen gewonnen in der Liebe. Der rafft ja gar nicht, dass wir aus Liebe heraus das Ganze ja machen. Nicht, weil wir uns fürchten. Ja, das sind mehrere Bewusstseinsebenen, die man es selbst durchmachen muss. Das verstehen die Leute nicht, was wir da machen. Das verstehen die normalen Menschen da draußen nicht. Erstens sind die nicht wiedergeboren haben, nicht den Heiligen Geist, sind nicht in der Weisheit Gottes unterwandert, bewandert zu die Unk bewandert. Das sind mehrere Stufen. Du kannst nicht viel von den Menschen erwarten. Stellen Sie mir vor, ich wäre gekommen da, aber jetzt mit dem Geist, was ich jetzt habe an mir, zu dir, wo du damals in der Welt warst. Ja, stimmt. Du weißt, du hättest aufgedacht, ich wäre bekloppt. Aleikum. Aleikum ist ja noch. Jungs, wieso macht ihr das eigentlich auf TikTok? Boah. Boah. Das ist mal wirklich ehrliche Frage. Ich muss mich wirklich begleiten. Das ist doch eine menschbewegende Frage. Guck mal. Nimm das bitte zurück und stell eine intelligente Frage. Du bist ein intelligenter, junger Mann, du kannst es besser. Stell eine vernünftige, intelligente Frage. Ich möchte verstehen, warum ihr es auf TikTok macht. Ihr wisst doch selber, hier sind so viele Leute, die nichts wissen. Ja, gerade weil so viele Leute sind, die hier nichts wissen, kann man die aufklären. Ganz genau hast du selber deine Frage beantwortet. Du provozierst doch damit so viele Leute, die nichts wissen und nur quer und... Aber durch diese Provokation machen die sich Gedanken und wollen herausfinden, ob ich hier, was ich dir sage, ist das Quatsch, ist das ernst, ist das richtig? Und dann sehen die auf einmal, dass ich gegen Quellenangaben gebe und sie schockiert sind. So ist das. Aber es gibt doch auf alles, was du so schlecht darstellst, schon längst antworten. Schon längst antworten? Ja. Leider nicht. Warum diskutierst du nicht einfach mit wissenderen Leuten, älteren Leuten? Ja, dann hol doch mal irgendein Wissen, dann geh du raus und hol deinen Imam hier hin. Nein. Du bist doch schon bekannt. Aber was sagst du denn dann? Ich möchte gerne deinen Imam fragen, ob es okay wäre, wenn er für ein bisschen Geld seine eigene Tochter hergibt, damit ein Muslim sich an ihr befriedigt. Mutter ehe. Wer macht es denn heutzutage noch? Die Schiiten praktizieren das im Irak und im Iran. Sind Schiiten Muslime? Ja, absolut. Für mich nicht. Ja, für die sind seit ihr Sunniten auch gar keine Muslime. Ja, natürlich. Das befindet sich im Koran und dein Prophet hat das erlaubt. Heißt das, dass dein Prophet eine unmoralische Handlung erlaubt hat? Ja oder nein? Das möchte ich dir nicht beantworten. Aha. Guck mal, ich bin doch... Guck mal, guck mal, warte mal. Ich weiß, dass das dreckig ist. Warte mal, guck mal. In diesem Thema bin ich doch nicht mal... Also mich hat dieses Thema nicht mal richtig interessiert. Da brauchst du doch kein Atombissenschaftler zu sein, weil das war doch nicht von deinem Morat-Ethiker. Ja, aber das Thema interessiert mich doch nicht so sehr, weil ich es einfach... Das macht doch heutzutage keiner mehr. Komm, bitte, verschwinde hier. Ich kann dieses Zeug nicht ertragen. Ami, sabr, sabr. Die haben ihr Verstand komplett weggefallen. Ich sag dir. Der Starke muss auf den Schwachen ruhig sich nicht, nicht andersrum. Aber, aber ich darf ja... Guck mal, hier Verstoßverwarnung, müssen wir sagen. Bist du? In dieser Leib gezeigten Handlungen. Ja, die denken ich fahre, obwohl ich gar nicht fahre. Nee, das hat was mit den Sachen zu tun, was du wahrscheinlich gesagt hast. Ich geh noch mal raus und komm noch mal rein. Bis gleich. Das Problem ist, wenn du den ganzen Tag dir sowas rein anhören musst, was die Muslime da fabrizieren, das ist unfassbar. Eigentlich müsste ich dafür einen Orden bekommen. Wo ist mein Orden? Wie so ein Weltmeisterschaftsgürtel. Armin, musst du den Gürtel dran, diese dicke Gürtel verboxen. So ein Orden. Einfacher Weltmeister in Ertragen von Wahnsinn, Boshaftigkeit und Dummheit. Einfacher Weltmeister. Ja, genau. Das musst du dir mal reinziehen, wenn du die Muslime frei hast. Du hast ja gerade eben gesehen, diese eine, der Typ, der hat keine Ahnung, gerade eben. Da sagt er ja, das machen diese Schiiten. Schiiten sind keine Muslime. Das ist ja diese faule Ausrede, weil die sich ja im Grund und Boden schämen wegen dieser Mutter-Ehe. Aber die verstehen nicht, dass die eigene Prophet das angeordnet hat und erlaubt hat. Ja, das musst du ihnen alles erklären. Langsam vor allen Dingen. Ganz langsam sprechen, damit die auch hinterherkommen und sowas. Ganz langsam. Dann habe ich das Ganze und da hast du direkt an seiner Natur gesehen, dass er das nicht akzeptieren konnte. Das ist das. Ja, es ist kein leichtes Ding. Du musst dir vorstellen, diese Leute sind ja von alleine schon ignorant. Dann hatte Satan noch sie von Anfang an ihres Lebens, seit Kindesbein an, auch noch indoktriniert. das kommt ja noch mit. Amir, wie geht's? Ja. Amir, wie geht's? Ich hatte eine Frage. Du hast mich mal Kiffer genannt. Warum nimmst du mich Kiffer? Ich habe keine Nerven mehr für euch, Mann. Du nimmst mich einfach Kiffer als ein und so viel, Mann. Ich brauche, ich brauche dringend Urlaub. Ich brauche Therapie, Urlaub, ich meine Therapeuten, ich brauche keinen Therapeuten, ich sage es dir, ehrlich. Bitte, weg dir mal das Auto durchstecken, wenn wir es hier mit der Fahre, das kannst du keine mehr sehen, was Dr. Schech Aboahmi hier durchmachen muss mit euch. Nee, nee, nee. Aber, sag mal ehrlich, da wurde ich schon ein paar Mal Aber das zeigt nicht, wie Liebe ich habe, dass ich immer noch weiter war und nicht aufgebe, heftig. Wie sehr muss ich euch lieben? Wie sehr muss ich euch lieben? Solange du mich liebst, dann bin ich glücklich. Ja, ich liebe dich. Liebst du mich auch? Nein. Siehst du, das ist ja unterschiedlich wie und mir. Ich kann sagen, dass ich dich liebe, du nicht. Ja, wie soll ich dich lieben, wenn du gegen meinen Propheten, gegen meine Religion hetzt? Wie hetzt? Ich sage dir nur, dass dein Prophet sowas erlaubt hat. Kannst du damit einverstanden oder was? Ich glaube, du kiffst, ne? Ich? Ja, du kiffst. Ach, du bist dieser Kiffer von eben. Nein, du bist der Kiffer. Nein, du hast dich verraten. Der hat sich verraten. Siehst du, der Armin hat das vergessen, dass er das war. Er hatte sich verraten und deswegen kriegt er jetzt raus. Leute, ihr müsst aufpassen, was ihr sagt. Es wird alles gegen euch verwendet werden. Alles, was ihr sagt, wird gegen euch verwendet werden. Keine verdächtigen Wörter, aber Armin verwendet. Und nachher erinnert er sich an ein Jahr vorher und dann sagt er, dann bekommt ihr eine Coach-Frankie-Abreibung. Dann bekommt ihr eine Coach-Frankie-Packung. Stell deine Fitness-Frage. Raus, raus, raus. Ex-Muslimus. 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 Seien mal ehrlich, ihr Christ-Prediger und was weiß ich was hier ein Dings, warum habt ihr so ein Hass in euch? Ihr macht immer so auf einen Super-Christ, wir sind die Besten, wir sind dies, wir sind das. Warum habt ihr so ein Hass gefühlt? Nein, aber warte mal, warum kannst du nicht sachlich bleiben und was weiß ich was? Du bist einfach... Wie gesagt, ich weiß nicht. Weißt du, warum? Weil ihr Hass erfüllt seid. Ihr seid kleine Käfers, kleine Undank, ihr seid gottlose. Ich weiß gar nicht, was ich zu dir noch sagen wollte. Wenn ich dich abgehört, ich sehe, ein Kokser, ich sehe, dass du eben noch Koks gezogen hast, du Junkie. Guck mal, der sei ein Hass. Du bist ein kleiner Junkie. Ihr seid Hass erfüllen, die sich leidig. Du hast Hass und du kommst mir jetzt auf eurem Hass, verleidigt. Guck mal, guck mal, guck mal. Hast du die Koks nach dem Hass? Das kann ich zu keinem erzählen, was ich hier mache. Das kann ich... Ich bin froh, dass wir das alle live miterleben, die ihr seid. Alle. Und schon ist er raus. Guck dir das an. Das war sein Beitrag, ja. Wie soll man denn mit so einem Menschen reden? Sagt man... Das ist... Unmöglich. Unmöglich, Mann. Unmöglich, Mann. Auf was für einem Niveau, auf was für einen gemeinsamen Nenner soll man dann sich treffen da und sich miteinander unterhalten? Welcher Geist? Hast du gesehen? Was für ein Geist? Boah, Mann. Der war voller Hass. Der war voller Hass. Und sagt, du bist voller Hass. Der sagt zu mir, ich bin voller Hass und irgendwas beleidigt mich und mach mich fertig. Fertig. Ja. Guten Abend, Mögo, das segnen. Gott segne dich auch, mein Lieber. Amen. Dr. Cheikh Abba, ich wollte eine Frage stellen. Ja, gerne. Wann hättest du deine Shisha-Wauch? Was? Wann hättest du deine Shisha-Wauch? Du wirst mein Ehrengast sein. Ich werde dir da ein Versprechen geben. Weil ich meine Shisha-Wauch aufmache, dann darfst du den besten Tabak probieren, wenn ich den dann aufmache irgendwann. Ich danke dir vielmals, dass das steht, aber ich möchte die Säken. Dann kannst du die ganze Koran-Rezitation dort hören. Mach's gut. Ich hoffe, du warst zufrieden mit der Beratung und der Beantwortung der Frage. Mein Gott. Wenn du eine Shisha-Wauch aufmachen würdest, dann weißt du ja, was passieren würde. Du bist innerhalb von kurzer Zeit Millionär. Ich muss mit Arafat reden. So geht das nicht mehr weiter. Ich muss mit Arafat ein Geschäft machen. Tijada. Ja, so eine Kette halt. Ich muss Arafat anschreiben, damit wir Geschäfte machen. Ich will die erste, mein erstes Shisha-Laden will ich in Berlin-Neukölln eröffnen. Da muss ich ihn fragen. Da muss aber der deutsche Militär so an der Tür stehen mit Panzer. Ja, aber herrlich. Ja, seftig. Ja, genau. Da musst du 70 Prozent an Arafat abgeben. Sonst macht er keine Geschäfte mit dir. Sonst geht das leider nicht. Friede sei mit euch, meine Brüder. Gott sei mit dir, mein Lieber. Der Herr Jesus Christus, segne, behüte und beschütze dich und deine Familie. Danke vielmals. Euch auch natürlich. Ich habe ein paar Fragen, und zwar, es geht beiseitig in beide Religionen, also Islam und Christentum. und zwar, ich verstehe nicht, wieso, ich verstehe nicht, wieso Jesus am Kreuz sagt, Herr, wieso hast du mich verlassen? Das verstehe ich nicht so recht. Vater. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, wieso hast du mich verlassen? Genau. Hast du die Bibel zur Hand? Nein, äh, ja. Ja. Schlag bitte Psalm 22 auf. Wo genau? Schlag einfach Psalm 22 auf und lies den ersten Satz vor. Zu Psalm, Herr. Nein. Ich verstehe das nicht so recht. Irgendwas mit einer Hirschkorn morgen. Was? Irgendwas mit einem Moment. Direkt im ersten Vers. Psalm 22. Du hast mich verlassen. Ich lese es, ja. Ich kann es leider, ich habe es per App, ich kann es nicht so rumswitchen bei TikTok, aber, ich kann es so nebenbei. Hast du den kleinen Laptop zur Hand oder was? Doch, habe ich. So habe ich. Ich muss auch ehrlich sagen, beim Zahlen bin ich noch nicht, ich bin gerade noch bei den Apostelgeschichten. Also, du liest gerade das Neue Testament das erste Mal. Ja. Das kann aus. Ai, 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 ai. Was ist das? Leute, bitte einmal folgen. Das ist mein Zweitaccount. Hier, Ex-Muslim. Alle draufklicken und einmal folgen, bitte. Leute, das ist mein Zweitaccount. Bitte einmal folgen. Hier, Ex-Muslim. Also, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern meiner schreienden Wörter und meiner Klage. Okay. Mein Gott, ich glaube. Ja. Okay. Du siehst also, dass der David hunderte Jahre vor Jesus Christus diese Prophezeiung gegeben hat über den Leidensweg des Messias. Und der ganze Psalm 22 ist der Kreuzesweg des Herrn Jesus Christus. Oh, ich gehe gänsehaut am ganzen Körper. Nur wenn ich die ersten Sätze höre, so wie der David das ausspricht. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von mir? Ja, genau. Aber das ist genau das, was ich nicht verstehe. Er ist doch Gottesgleichen, die Dreieheiligkeit, Paltigkeit. Wie kann, er war doch immer, er wusste, was mit ihm passiert seit Geburt an. Aber wieso hat er dann selber an Gott selbst gezweifelt? Das verstehe ich nicht. Nein, 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 nein. Es ist ja so, dass wenn vom Sohn Gottes der Gott weicht, dann ist das ein unglaublicher Leid für den Sohn Gottes. Warum? 2. Korinther 5, Vers 21 lesen bitte. Damit du verstehst, warum Gott Jesus Christus am Kreuz verlassen musste. Und dass das ein riesen, ein riesen Scherz in den Herrn Jesus ausgelöst hat. Okay. 2. Korinther 5, Vers 21 Warum musste Gott den Menschen Jesus verlassen am Kreuz? 2. Korinther 5, Vers 21 Bitte nochmal, Psalm was? 2. Korinther 5, Vers 21 Okay. Denn er hat, nee, denn der kleine, denn der, der keine Sünden kannte, der für uns Sünde gemacht, würde, wir würden Gerechtigkeit Gottes in ihm. Wir würden Gerechtigkeit Gottes Nochmal für die Zuhörer, das ging jetzt ein bisschen unter, sag nochmal. Ja. Denn der, der keine Sünde kannte, hat für uns Sünde gemacht, damit wir würden Gerechtigkeit Gottes in ihm. Der wurde für uns zu Sünde gemacht. Also am Kreuz, als der Herr Jesus alle Sünden der Menschheit auf sich zog, dann wurde er, der Herr Jesus, sozusagen zu Sünde. Der ganze Mensch, Jesus Christus, war voll beladen mit Sünde und deswegen musste Gott von ihm weichen. Und es fängt gerade als der Tod rein. Wenn wir lohnen, dann ist es so gut. Das verstehe ich. Aber es ist nicht so zu verstehen, dass jetzt Jesus selbst am Kreuz gezweifelt hat und gesagt, durch die Schmerzen, wieso hat er mich verlassen? Nein, nein, nein. Das ist wegen der Sünde. Weil er die Sünde auf sich nahm, musste Gott von ihm weichen. So wie Gott von den Sündern sich trennt. Gott kann keine Gemeinschaft mit Sünde und mit den Sündern haben. Es geht nur durch Jesus Christus, durch das Opfer, dass der uns so reinigt, dass wir wieder mit einem heiligen Wesen, der absolut ohne Sünde ist und absolut Perfektion ist, in Gemeinschaft haben können. Das ist ja unmöglich. Wir sind Sündiger den ganzen Tag und wir wollen mit einem Wesen Gemeinschaft haben, der absolut heilig ist, der perfekt ist. Und das können wir nur durch das Blut Jesus Christi. Aber du siehst, Gott musste am Kreuz von dem Herrn Jesus weichen und das war eine unglaubliche Schmerz für den Herrn, zum ersten Mal von Gott getrennt zu sein. Jetzt verstehe ich das. Okay. Gut, und dann zu dem anderen. Und zwar hatte ich immer eine Diskussion mit einem Muslim und einem Muslimer, dass mit den Dattelnbaum und dem Alkohol mit sich zu berauschen, dass ich so dachte, die eine hatte so verstanden, dass man sollte sich nicht daran berauschen aus den Dattelnbäumen. Aber jetzt mal ins Christentum bezogen, wir dürfen ja doch auch kein Alkohol trinken. Wieso trinkt dann selbst die Jünger und alle anderen und immer Wein, das verstehe ich nicht. Und da lässt sich sein, weil zu Petrus 5, Vers 8, sagt der Apostel Petrus, seid nüchtern und wachet. Also wir müssen immer und immer nüchtern sein und wachsam sein. Da wir dürfen unseren Geist nicht dämpfen. Aber du kannst ja auch so, warte ganz kurz, man kann ja auch Wein machen, indem es nicht berauscht. Du siehst ja, dass man zum Beispiel Wein herstellt, das alkoholfrei ist und man kann auch Wein herstellen zur Berauschung. Du siehst also, dass die Jünger sich nicht da besauft haben, so wie die damaligen Sahaba. Das siehst du ja auch in Zurück 4, Vers 43, als die Besoffen zur Moschee kamen, um dort zu beten. Verstehst du? Sie kamen ja fröhlich betrunken zur Moschee, weil Allah ihnen das erlaubt hat. Aus Alkohol, also aus den Früchten der Dattelpalmen sich Rauschdrank herzustellen und zu saufen. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ich verstehe, ich verstehe. Was? Ich verstehe. Ich verstehe auf jeden Fall. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Ich habe auch letztens auch eine kleine Diskussion mit ein paar Muslimen gehabt. Die haben immer die Bibel gesagt, dass die Bibel verfecht ist. Und ich musste immer lachen, weil ich dachte mir, es steht ja schon im Ersten Testament. Das kann nicht verfecht sein. Nein, nein, das wurde tausendmal übersetzt und da dachte ich mir, okay, die verstehen einfach den... Ich kann den Menschen das nicht erklären. Ich habe diese Kraft nicht dazu, denen das zu erklären. Ich konnte denen erklären, wieso Jesus, wenn er ja so ein Gott ist, haben die ja gesagt, warum wurde er dann gekreuzigt? Er stirbt für unsere Sünden wie ein Vater, der seinen Sohn opfert dafür, dass andere dann leben dürfen. Versteht ihr das nicht? Das ist eine Liebe, die könnte man nicht richtig verstehen. Und ich hatte nicht diese Kraft, das zu erklären, mit diesem... Irgendwann hat... Also wie soll ich einen erklären, dass die Bibel nicht verfälscht ist? Ich verstehe es nicht. Also wie kann ich einem Muslim das so wahr machen? Ja, du musst ihm einfach nur fragen, ist Gott denn ein Hampelmann, dass er zulässt, dass sein Wort von Menschen verfälscht werden können? Dann brauchen wir gar nicht an Gott zu glauben, oder nicht? Das ist der Schwachsinn. Wofür brauche ich dann noch an Gott zu glauben, wenn Menschen in der Lage ist, sein Wort zu verfälschen? Das ist doch behämmert sowas. Genau, dann habe ich ihm da erwähnt, ich so, überleg doch mal eigentlich, Mohammed selber konnte nicht schreiben und nicht lesen. Wer hat denn ihm das alles aufgeschrieben? Wo kann ich denn wissen, wenn ich jetzt Muslim... Mohammed lesen und schreiben? Nicht? Okay. Natürlich. Okay, weil irgendwo habe ich mitbekommen, dass er das nicht kann, also dass er Analphabet war. Nein, Mohammed sagt in Sayy al-Bukhari, kommt und bringt mir ein Schreibmaterial und ein Blatt, ich will euch etwas aufschreiben, womit ihr niemals in die Irre gehen wird. Und dann sagten auf einmal die Sahaba, oh, der Prophet ist ganz schön krank, wir haben das Buch Allah, das reicht uns. Dann haben die das ihn nicht aufschreiben lassen. Schau dir an, wie heftig die Leute waren. Die haben also gesehen, Mohammed ist so voll krank, nicht der Herr seiner Sinne, und dann haben die gesagt, das Buch von Allah reicht uns, wir haben den Koran. Wir brauchen Mohammed nicht mehr. Krass, ne? Wie frech. Wahnsinn, Wahnsinn, echt. Wie gesagt, ich habe das aber auch verglichen mit dir, ich habe gesagt, guck mal, was an den Früchten wirst du sie erkennen. Und ich habe dann den einfach... Warte ganz kurz, ich möchte das ganz kurz beweisen, rede ganz ruhig weiterreden und dann werde ich das jetzt beweisen, damit die Münder gestopft werden. Ich habe denen erzählt, dass an den Früchten wird man sie erkennen. Was hat ein Mohammed für gute Taten getan? Also ich kann, ich habe wahrlich, ich habe gesucht. Ich habe nicht gefunden, wo irgendein Vers zur Suche steht, wo man wirklich... Er rede nur von dem, wie er Gott preist, aber er hat keine wahren Tat. Also Moses hat das Meer gespalten, Jesus hat Blinde wieder sehen gelassen können. Aber was hat Mohammed gemacht, das konnten sie mir nicht erklären. Und ich war ein bisschen baff, weil ich mir dachte, ihr seid doch alle Muslime, ihr habt doch alle Koran gelesen, was ist denn hier los? Ich kann nicht eure Fragen beantworten, aber ihr nicht meine. Ich war sehr, sehr baff einfach. Okay, schreibt euch das bitte auf. Sayy al-Bukhari 7366. Sayy al-Bukhari 7366. Mohammed fragt nach Schreibmaterial, dass er ihnen was aufschreibt. Mohammed konnte also lesen und schreiben. Muslime sind ein Haufen von Lügnern und Betrügern. Das ist das Einzige, was sie sind. Und deswegen werden sie an den Ort gehen, der Brutaler nicht sein könnte. Weil sie sich selber belügen und betrügen. Das ist das. Ich rede nicht von den Muslimen, die überhaupt keine Ahnung von ihrer Religion haben. Ich rede von diesen Dawa-Teams, die genau die Wahrheit wissen und den breiten Massen das nicht sagen. Das ist das. So wie ich mir damals mit Abu Naji gesprochen habe. Und ich zu ihm gesagt habe, das muss man den Leuten zeigen, sagen. Meint er, nein, das dürfen wir denen nicht zeigen, sagen. Schau dir das an, wo wir gelandet sind. Das dürfen wir den Muslimen nicht sagen, sagt er zu mir. Meinst du, das kann doch nicht dein Ernst sein. Die Leute gehen ja verloren. Nein, wir können denen das nicht sagen. Weißt du, wie oft der Abonate die Kamera ausgemacht hat? Weißt du, wie oft der Abonate die Kamera ausgemacht hat? Als ich mit ihm geredet habe. Das, was ich in meinen Videos und alles so zeige, habe ich ja auch ihm damals so gezeigt. Hat er zu mir gesagt, woher kennst du das alles? Woher weißt du das alles? Ja. Ich finde nicht wirklich, also du selbst bist ein sehr belesener Mann, der kann wirklich der Prise schicken. Was meinst du, warum diese Leute mich ja umlegen wollten? Weil ich ja sehr viele Muslime aufgeweckt habe und die Nachforschung angestellt habe, sie auf einmal angefangen, ihr Gehirn zu benutzen. Das ist das, was ich auch nicht verstehe, wieso ein Prophet verbietet, Menschen mit ihren Gedanken zu denken. Eine komplett andere Götter oder irgendwas damit sich beschäftigen, die Bibel aufzuklappen. Damals habe ich mir auch gedacht, nein, ich darf jetzt nicht im Koran lesen, weil die machen doch dasselbe mit uns. Aber ich dachte mir, nein, ich bin doch nicht so hängen geblieben. Ich mache das jetzt auch. Ich will jetzt wissen, was im Koran drin steht. Ich lese mir den Koran mal durch. Ich kenne die Bibel. Ich will jetzt wissen, was deren Sichtweise ist. Und ich war echt schockiert. Weil ich mir dachte so, wie kann ein Mensch mit einem vernünftigen Menschenverstand einen Jesus und einen Propheten Mohammed gleichstellen und sagen, der eine hat Gewalt verherrlicht, der andere hat Menschen geheilt und er wurde geschlagen und er hat seine zweite Wange hingehalten. Und also diese Vergleiche mit Liebe, wenn man mit Jesus Weg gehen würde, würden wir halt nicht Krieg auf dieser Welt haben. Daher wäre alles wunderschön. Aber auf der anderen Seite halt genau das Gegenteil. Also wie kann ich den als Propheten wahrnehmen und seine Ethik, also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach. Wer kann denn ein Vorbild akzeptieren, das hingeht und unsere Frauen ausspannen möchte, wenn er seine Augen auf unsere Frauen fällt? Dann müssen wir uns auf der Stelle scheiden, dass er mit Mohammed sie heiraten darf. Was ist das für ein Mensch gewesen, Mann? Wallah, Wallah, ich weiß nicht, ich habe mir, ich habe, genau, das ist auch eine Frage, ich habe ein Muskel, also ein Kollege von mir ist auch ein Muskel, ich habe mir gefragt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eine, ein Mädchen wäre und ich möchte jetzt zum Islam konventieren, was könnte mir denn Islam bieten, also außer, dass ich neben meinem Mann noch andere Frauen habe, die er auch kriegt, so, ich verstehe nicht, was attraktiv ist, aber auch für den Mann warten 72 Jungfrauen auf dich, okay, das ist ja, das ist, also, irgendwie verstehe ich diese Logik dahinter nicht. Das ist sehr sexualisiert worden und für eine Frau, die eigentlich in dieser, ich habe eine Verstoßverwarnung, ich habe eine Verstoßverwarnung, bekomme ich muss raus, bis gleich. Servus, Gottes Segen. Gottes Segen auch hier, mein Lieber, Gott segnet dich und deine Familie. Danke dir, Gott segnet dich und Reza. Ist er auch da? Nein. Der Reza ist auch hier, ja, der hört dir bestimmt zu. Okay, okay. Den, Amir und Reza, ich wollte mich auf jeden Fall bei euch bedanken, ich bin, ich war zwar nicht Muslim oder so, aber durch euch, durch eure Aufklärung, habe ich sehr, sehr viel Wissen mir angeeignet, vom Islam, von islamischen Schriften, alles drin, Sahih Al-Buhari, was da für ein Müll drin steht, ich bin euch so dankbar, weil ich konnte damit auch anderen Leuten damit helfen und ihnen das zeigen, weil, ja, es gibt auch viele, die davon nicht wissen, vor allem Muslime, die davon nicht wissen, und ich bin euch sehr, sehr dankbar, dass ihr das halt den Menschen zeigt und, also das würde echt jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt sagen würde, was ich alles durch euch gelernt habe, aber ich bin euch auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Gott segne dich, mein Wundervoller. Was ich sagen könnte, ich habe aber eine Frage dazu, zum Islam, mit dem erkennst du, im Dunkeln, dass ich am Fahren bin, ey. Ey, das ist, siehst du überhaupt was? Das ist krank, das ist heftig, guck mal, wie TikTok ist. Ich wollte, ich wollte, ich kenne dich aus, aber trotzdem ist die eine, eine Kopie, eine Fälschung und die andere ist eine originale. Nur weil etwas nah herankommt und sehr ähnlich ist einer Sache, ist es trotzdem nicht original. Das Original bleibt original. Genau, und das war das, was mich verwirrt hat, weil Jesus kommt 600, war 600 Jahre davor, auf einmal kommt so ein Momo und erzählt da so eine andere Geschichte und das, dass es aber sich dann trotzdem ähnlich ähnelt, ähnelt, wenn der Antichrist kommt. Das war einfach meine Frage, deswegen, das hat mich echt beschäftigt seit gestern Abend. Was nützt das nicht, wenn sie wissen, dass der Antichrist kommt und dass Christus zurückkommt. Was nützt ihnen das? Ja, weil sie halt nicht sagen, dass es der Sohn Gottes ist. Ja, aber die werden verloren gehen. Warum? Weil die Dinge, die in der Bibel beschrieben werden, die Betrafung der Sünder, die nicht mit dem Herrn Jesus also klare Sache gemacht haben, die werden ja kommen. Da haben die nichts davon, wenn der Herr Jesus zurückkommt oder der Antichrist kommt. Was haben die davon? Die werden sowieso verloren gehen. Die betrachten diese Dinge, aber das nützt ihnen nichts. Die sind nur einfach passive Zuschauer. Okay, das heißt so als drittes Ding. Okay, ich verstehe, was du meinst. Ja, weil das Original in der Bibel, da ist das wahre Leben und die wahre Ereignisse, die sich auch später dann vollziehen werden. Das ist die Realität und da muss man halt schauen, dass wir eben zum Beispiel bei der Entrückung dabei sind. Das ist die Realität der Bibel. Die Muslime kennen ja eine Entrückung. Die Entrückung ist ja gerade deswegen, damit wir nicht in diesen Bereich des Antichristen und der Apokalypse reinkommen. Aber die Muslime, die können auf den Antichristen, weil auf Christus, das nützt ihnen nichts. Die kommen ja in diese Apokalypse hinein. Ja, das stimmt, wobei sich da auch viele Christen streiten, die einen sagen, ja, es gibt eine Vorentrückung, die anderen sagen Nachentrückung, die anderen sagen zwischendrin. Das ist auch so. Es gibt nur eine Entrückung, die vorkommen des Antichristen, also vor der Beginn der apokalyptischen Gerichte, weil wir nicht zum Zorngericht Gottes bestimmt sind. Deswegen werden wir entrückt. Das ist so, als wenn du jetzt zum Beispiel einfach in ein BMW reingehst, die Kupplung ausbaust und in ein Mercedes reinbaust. Das geht ja nicht fast hin. Das ist eine Kupplung. Mercedes hat auch eine Kupplung. Aber nur weil es eine Kupplung ist, heißt das nicht, dass du das einfach aus einem fremden Auto einfach rausbaust und in ein anderes fremdes Auto einbaust und das passt. So war das eine Kupplung. So ist das auch mit dem Isra, mit dem Antichristen des Islams. Das passt. Das haben die einfach rausgenommen aus der Bibel und in eine andere neue Religion hineinverbrachtet, was da nicht gar nicht reinpasst. Das ist nur für den BMW so konzipiert, dass das auch in den Motor, in das Getriebe des BMW hineinpasst. Da kannst du dich einfach nehmen und machen, was du willst damit. Das passt nicht. Das fällt auf, wenn du das einbaust. Wenn du fährst, dann merkst du, da stimmt irgendwas nicht. Bis du hineinguckst und siehst, oh, das ist ja gar nicht das Getriebe hier von dem Mercedes. Das ist die Kupplung von der Mercedes und das ist die Kupplung von BMW. Das hat man mitgebracht, die Nern hier gekippt. Gott sei Dank. Ich wollte dir nur eine Sache sagen. Du warst nie ein Moslem. Also hör auf, über den Islam zu sprechen. Haben wir uns verstanden? Warum machst du denn jetzt, wieso machst du denn jetzt so an? Du warst nie ein Moslem. Hast du dich verstanden, Herr Riehn? Du warst nie ein Moslem. Herr Riehn, hör auf, über andere zu urteilen. Du bist Jude oder Jeside gewesen. Herr Riehn, hör auf, hör auf, wenn du noch einmal über Islam erregst, sollst du voll brennen. Komm, bitte, komm. Bitte rausziehen. Ich habe keinen Nerv für sowas. Sonst muss ich wieder einfach zu singen. Rambo, Rambo, Nina. Sie ist Rambo, Nina. Sie redet jetzt die Harte viel. Sie kommt doch aus dem Frankfurt. Franka, Franka, Frankfurt. Es ist egal, was er war. Heute ist er Christ. Gott sei Dank für's Leben. Du warst niemals gut sehen. Du warst in Wien oder sowas. Bei mir war schon alles vorher. Aber mehr, je Wien, Wien. Ich bin auf den Nullpunkt angelangt, auf den Tiefpunkt der Lächerlichkeit. Amir, und da rede ich sie noch wie ein Mann. Stimme wie ein Mann, kippt sich wie ein Mann, mein Gold ekelt sie mich an. Amir, weißt du, was ich immer gut finde? Wenn du sagst, warum redest du wie so ein Mann? Ja. Achso, Amir, ich wollte dir was sagen. Wir haben ja heute Nachmittag miteinander geredet. Ja. Und da warst du ja enttäuscht, dass ich die Informationen nicht mitgeschrieben habe, die du immer lehrst. So, auf jeden Fall habe ich mir so gedacht, boah, ich kann das nicht so auf sich beruhen lassen, dass Dr. Schäfer-Boami auf mich so eine Art enttäuscht ist. Also, was habe ich gemacht? Ich bin direkt in den Markt gegangen und habe so ein Notizbuch gekauft. Seht ihr? Er hat mir nichts drauf, sei Dr. Schäfer-Boami. Seht ihr? Ja, und ich habe noch deinen Namen drauf geschrieben und habe geschrieben, Dr. Schäfer-Boami auf mich im verwandten Lehrbuch. Was ist hier los, der FDFN? Die Abends-Trips werden immer heftiger und heftiger. Herrlich, sag dir. Ey, du bist immer Meister. Ich muss das doch machen. Sehr gut gemacht, mein Lieber. Sehr, sehr gut gemacht. Ja. Nächstes Mal nur noch Kugelschreiber dabei haben und dann mitschreiben. Ja, aber wenn ich euch was sage, dann solltet ihr parat sein, das aufzuschreiben. Aber manchmal redest du so schnell und dann wäre es doch schwierig. Ich wiederhole das ja immer wieder und immer wieder und immer wieder, damit ihr das alles aufschreiben könnt. Ja. Wir schätzen deine Arbeit, Dr. Schäfer. Ja, aber die Arbeit von meinem Bruder ist noch brutaler. Ah, Reza, ich spiele dich auch. Der ist der warstige Abwälder rein. Reza ist der Beste, der hat mir gestern auch was beigebracht. Ja. Erinnerst du dich noch, wir haben gestern miteinander gesprochen? Ja, so ganz wenig, ja. Ja, da hast du mir darüber geredet, ob man aus dem Christentum, wenn man rausgegangen ist, wieder reinkommen kann. Ach so, wie Hebräer 6, 4, ja. Und wegen Abfall, oder? Ja, genau. Das ist eine ganz gefährlichste Sache. Und wenn man reinkommt zum Herrn Jesus Christus und nicht wiedergeboren ist, einfach nur so, Larifari, halbgläubig, halb in der Welt, halb beim Herrn Jesus Christus, das ist eine ganz, ganz gefährliche Sache. Dann kann es sein, dass der Herr Jesus dich fallen lässt. Und ab dem Zeitpunkt hast du dann keine Möglichkeit mehr. Alles vorbei. Amir, ich habe eine Frage. Sagt ihr vielleicht im Islam dieses Gok Majuj etwas? Ja, Majuj, Jajuj und Majuj, ja, das ist krass. Sehr viele Muslime haben sich in den Islam verlassen aufgrund von Jajuj und Majuj. Da wollte ich dich was fragen. Und zwar gibt es, also im Christentum gibt es so eine Überlieferung, nicht, oder? So, und der Arzt? Doch, wir haben Gok und Magog. Gok und Magog. Also gibt es das da auch? Ja, mein Bruder kann das erklären. Genau, der Fürst von Horsch und Gok und Magog. Das ist eine endzeitliche Prophezeiung, genau. Auch auf Russland, Hesekien 38, Vers 2 zum Beispiel, Menschensohn, wenn dein Angesicht gegen Gok im Land Magog, den Fürsten von Rorsch, Mesh und Tubal und Weiss sei gegen ihn. Das ist aber so Endzeit-Prophetie. Das wird kommen. Rorsch kennen wir ja das Wort, etymologisch, Russland. Und was sind die genauen Anzeichen dafür, dass das kommt? Also... Das ist also der Endzeit-Kampf, der gegen Russland auch geführt wird. Weil Russland wird ja auch Israel angreifen. Ja. Also das ist ja heftig, was dann passieren wird. Das steht ja. Leute! Und eine ganze Kriegmacht herausführen, Rostler und Reiter, alle prächtig, die kleine, große Menge, die alle Ganzschilde, Kleinsschilde und Schwerter tragen. Perser, Kuschiten und Put. Und daher haben wir auch den Namen Putin. Wie ist das? Der hat mich nicht nur Put. Mit ihnen. Put mit ihnen. Ja. Weißt du eigentlich, dass Hamas in der Bibel vorkommt, Ressar? In Genesis, Kapitel 6, Vers 11, unter Gewalt? Da heißt das Originalwort Hamas oder was? Hamas, ja. Das Wort für Gewalt ist Hamas. Ja, Hammer. Helft dich, ne, Leute? Ja, Hammer. Genesis, erste Buch, Mose, Kapitel 6, Vers 11, ist für Gewalt, heißt Hamas. Ja, Hammer. Das ist ja der Hamas. Das ist ja der Oberhamas. Ja, genau. Dr. Scheer, du meintest ja vorhin, viele Muslime haben den Islam verlassen wegen dem Gokken Magog. Ja. Warum? Also wegen solcher, also die bleiben, bei allen kranken Sachen bleiben die drinnen, aber bei so einer Sache gehen die raus? Ja, nee, das hat damit zu tun, dass Allah etwas behauptet, was nicht der Wahrheit entspricht. Dass er sagt, da hat sich eine Stadt hinter einer Brücke versteckt und du kannst das ja nachvollziehen, du kannst das ja suchen, weil die Stadt befindet sich ja auf unserer Landkarte und dann siehst du auf einmal, dass Allah gelogen hat im Koran. Und aufgrund dieser Tatsache haben tausende Muslime den Islam verlassen, wegen Gokk und Magog. Ja, Juj und Majuj. Boah, Armin, ich habe letztens an deine Worte gedacht, und zwar wegen der Bibel, ne? Da wird ja immer gesagt, die wird verfälscht, ne? Und da denk ich, da hast du einmal was ganz Schlaues gesagt, da hast du gesagt, wie kann Gott es zulassen, dass sein Buch verfälscht wird, ne? Ja. Und ganz ehrlich, das ergibt so was von Sinn. Wie kann Gott das zulassen, weißt du, was ich meine? Ja, das ist ein Widerspruch in sich. Wir glauben, dass Gott allmächtig ist, aber gleichzeitig sagen wir, dass Menschen die Macht hätten, sein Wort zu verfälschen. Dann brauchen wir gar nicht mehr an Gott zu glauben. Wenn Menschen in der Lage sind, sein Wort zu verfälschen, dann ist Gott auch nicht mehr allmächtig und dann brauchen wir auch nicht mehr an Gott zu glauben. Das war's. Ja, richtig. Ja, dann wäre ja seine Allmacht dahin. Weil, wenn ich Gott wäre, würde ich niemals zulassen, dass irgendwelche Popeln auf die Toilette gehenden Menschen Macht hätten, mein Wort zu verfälschen. Das ist ja Quatsch. Genau. Ja, das ergibt von vorne bis hinten keinen Sinn. Und sagen wir, selbst wenn das so stimmen würde, was nicht der Fall ist, dann wäre das ja ein richtig ungerechter Gott, weil dann würde er ja theoretisch die Christen in die Irre führen. Ja. So, das kommt auch noch dazu. Ja. Deswegen, dann sieht man schon, das ergibt keinen Sinn. Ey, Amir. Der Dr. Schirr sieht im Dunkeln gruselig aus. Ja, was soll ich machen? Es geht nicht anders. Erzähl mal den Leuten die Geschichte mit Mohammed, wo er jemand kam und Müll vor sein Haus geworfen hat. Ja, das ist ja der Oberknaller. Die Muslime sagen, dass es eine Überlieferung gibt, in der ein Jude Müll vor Mohammeds Haus geworfen hat und er eines Tages darüber so traurig war, dass dieser Jude weg war und er kein Müll mehr an sein Haus geworfen hat. Heftig, ne? Als würde Mohammed zulassen, dass ein Jude vor seiner Haus die Müll abwerfen hat. Was meinst du, was er mit ihm gemacht hätte? Was ist das denn? Das ist meine Uhr. Es hört sich an, einfach wie Schulglocke. Ich wollte gerade sagen, er ist doch von Grundschule irgendwas. Ja, also Amir, ich gehe raus, weil er bestimmt wollen andere noch auch rein. Okay, alles klar. Gott segne dich. Ich danke euch. Jesus segne euch. Macht einen schönen Abend. Ciao. Also erst mal einen wunderschönen guten Abend allen zusammen. Guten Abend, Gazi. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, deine auch. Erinnerst du dich noch an mich, Amir? Ich rede mit Menschen jeden Tag, hunderte von Menschen. Ich muss mir nur kurz Stichwörter sagen, dann weiß ich das ungefähr. Am Samstag kam mir bei euch kurz in dein Live-Trainer. Dann musste ich raus, weil ich auf Arbeit war und es zu laut war. Ah, ja, stimmt. Du warst da auf der Arbeit, stimmt. Da habe ich dich aufgeklärt über den Islam, ne? Ja, so ein bisschen. Ich habe so ein bisschen über deine Worte und so nachgedacht. Mir sind da so Fragen noch, ein paar Fragen im Kopf geblieben. Ich hoffe, dass wir das letzte Mal auch so respektvoll miteinander umgehen. Ja. Und was ich dich fragen wollte, welche Auslegung des Christentums legst du aus? Also welchem Volk du, sage ich mal so? Der Herr Jesus Christus sagt in Johannes 14, 16, dass er den Heiligen Geist nennt und der Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit lenken und leiten. Du siehst, dass der Heilige Geist der beste Lehrer ist. Verstehst du? Der Herr Jesus Christus schenkt dir Erkenntnis, wenn du ihn darum bittest. Und der Heilige Geist ist der Lehrer, der dich führt, lenkt und leitet. Du musst den Herrn Jesus Christus bitten, wenn du Buße getan hast. Das ist das. Wenn du Reue vor ihm gezeigt hast, auf die Knie gegangen bist und ihn als dein Herr und Heiland annimmst, dann wirst du auch den Heiligen Geist empfangen. Und durch den Heiligen Geist wirst du auch Erkenntnis bekommen, durch die gesamte Bibel hindurch zu blicken. Und wie ist so deine Meinung zu den orthodoxischen Katholiken oder Evangelisten und so? Das ist eine Sache für sich, weil die Orthodoxen uns Wiedergeborenen natürlich so ein bisschen runterziehen. Die machen sich sogar lustig über Wiedergeburt. Das muss dem auch geben. Das ist so krass. Obwohl der Apostel Petrus sagt, dass die Heiligen, die in Christus wiedergeboren sind. Also er nennt auch die Wiedergeburt. Der Jesus nennt die Wiedergeburt. Okay, und wenn ich jetzt nicht zum Christentum konvertieren würde, was wäre so... Du lass das mal bitte weg mit diesem Christentum und konvertieren. Nein. Du musst eine Entscheidung für Jesus Christus treffen, der dein Retter ist. Verstehst du? Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, damit er deine Schuld auf sich nehmen kann. Du musst nur Ja sagen zu ihm. Du musst Ja sagen. Jesus Christus ist doch keine Religion, in der man hineinkonvertiert. Okay. Dann sind eigentlich so... fast alles ersetzen wie ein Ding, so sektenmäßig, oder wie? Nicht nur. Also du siehst ja, ein Christ definiert sich darin, dass die Heilige Schrift sagt, dass jemand, der bekennt, dass Christus ins Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott geboren. Also wenn du mit Christen redest und die auf einmal sagen, ja, Jesus ist nur der Sohn Gottes, dann weißt du, da stimmt irgendetwas nicht. Wenn er sagt, er ist nur der Sohn Gottes und nicht verstanden hast, dass das Sohn Gottes ein Titel ist, den der Jesus Christus sich selber gibt. Das ist nämlich Gott der Sohn. Verstehst du? Das sind so dann Anzeichen, wo man denkt, okay, der hat den Heiligen Geist auf keinen Fall. Kann gar nicht sein. Aber wenn jemand den Herrn Jesus Christus verherrlicht, anbetet und ihm auf Schritt und Tritt folgt, das sind schon mal Anzeichen dafür, dass er Gemeinschaft mit dem Herrn hat. Aber wenn jemand auf einmal in der Kirche sitzt, eine Predigt reingeht, eine rausgeht und der überhaupt nichts bei ihm hängen geblieben ist und der nicht weiß, was er zu tun hat, man muss ihm das erklären. Das ist das. Die meisten lesen auch gar nicht mehr die Bibel. Das ist das Problem. Sie hören auf Priester, Pastor oder was auch nicht. Genau wie bei Muslime. Muslime vertrauen auf einmal ihre Imame und Schiuchs und dann auf einmal, wenn wir dann Aufklärungsarbeit machen, sind sie natürlich schockiert und nennen mich Hetzerei. Das ist krass. In dem Punkt muss ich dir brutal recht geben. Also guck mal, ich bin selber im Islam, ja? Ich merke es auch immer wieder, wenn ich so manchmal so Sachen hinterfrage, wenn ich dann so sage, hey, Bruder, hör auf damit, sonst treht es aus dem Glauben aus. Siehst du, siehst du, sie wollen nicht, dass du dein Gehirn benutzt. Verstehst du jetzt, was hier abgeht? Und Jesus möchte, dass du dein Gehirn benutzt. Allah hasst es, dass du zu viele Fragen stellst. Was hat das damit zu tun? Dann sage ich, da guck mal, der Islam sagt doch, man soll doch auch den Forschen recherchieren. Nee, das sagt der Koran nicht. In Zuge 5, Vers 101, heißt es, fragt nicht nach Dingen, die, wenn sie euch entfüllt werden, euch unangenehm werden. Da zur Zeit Leute danach gefragt haben und ungläubig geworden sind. Verstehst du? Das, was ich dir letztes Mal gezeigt habe, meinst du, das zeigt dir irgendein Imam oder Scheer? Die haben selber Angst, in den islamischen Schriften rumzuforschen und belassen das einfach so und schweigen das Thema zu Tode. So heftig ist das. Glaubst du, dass Allah, der Imam At-Tabari sagt zum Beispiel, dass in Band 15 auf der Seite 604, dass der Allah so ein Lächeln hat mit seinen Backenzähnen am Lächeln ist? Kannst du dir das vorstellen? Oder dass so Samen unter seinem Thron hervorgehen? Das findest du in Al-Mustadraq, As-Sahir-Hayn von Al-Hakim, Band 5, Seite, Seite, sage ich dir sofort, 6, 9, 7. Du hast ja bestimmt Buhara auch gelesen, oder? Was? Das Buch Buhara, also das Leben von Propheten Mohammed, ne? Ja, der Mohammed wurde von Afrikanern beritten. Afrikaner haben auch nackt auf Mohammed rumgeritten. Das findest du in Mustad Ahmad, Band 1, auf der Seite 399. Ich verstehe dich nicht so gut. Du musst lauter sprechen. Ich muss das mal erst mal komplett durchlesen, weil das sind echt einige Fragen, die man Kopf rumschwirren, aber ich habe da nicht so richtig Antworten draufkriege. Ich empfehle dir, den Islam auf der Stelle zu verlassen und dich sofort in Richtung Jesus Christus zu begeben. Er ist der Einzige, der fähig ist, deine Schuld zu tragen. Mohammed kann dich nicht retten. Keiner kann dich im Islam retten, außer Jesus Christus, weil er der Retter ist. Lukas 2, Vers 11, denn euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus? Der Herr. Er ist der Retter, Gazi. Du musst zum Retter gehen. Wer kann Mohammed folgen, der unter schwarzer Magie stand, Gazi? Okay. Gazi, merkt ihr nur zwei Sachen, die ich dir zeige, als Mohammed als falscher Prophet abgestempelt wurde? Merkt ihr? Sahih al-Bukhari, 44, 28? Oder schreib es dir auf. Sahih al-Bukhari, 44, 28? Und dazu, 69, Vers 44. Du wirst merken, Mohammed ist als falscher Prophet gestorben, mein Lieber. Weil mich wundert auch so eine Sache, jeder sagt immer, hey, ah mir dies, ah mir das, und dann, äh, Beleidigungen in deine Richtung und so, wo ich mir dann denke, hey, warum kommst du nicht einfach live, oder man macht so einen Treffpunkt aus, und dann debattiert man, ne? Ja. Und bis jetzt, alle, die du erwähnt hast, ich hab dich so ein bisschen verfolgt, ja? Ja. Keiner geht so richtig in deine Thematik ein, die erwähnen dich nur kurz, so einen negativen Punkt, und dann vorbei. Der einzige, der einzige, seinen Namen möchte ich jetzt nicht sagen, ich will hier nicht über deine Plattform Werbung für jemanden machen, war einer an einem Stand, falls du dich dran erinnerst. Ja. Ja, nur der war bereits mit dir, äh, zu reden, aber da habe ich auch so gemerkt, immer wieder voll viel Cuts im Video. Natürlich. Der hat, der hat die Videos, äh, der hat die Videos so krass geschnitten, ich war vier Stunden oder sowas mit dem am Reden, weißt wie heftig. Der hat so oft die Kamera ausgemacht, hat der gesagt, das können wir den Muslimen nicht sagen, das werde ich nie vergessen, Gazi. Meint er, das können wir den Muslimen nicht zeigen, meint er, Abunay, die haben ein Recht, die Wahrheit zu erfahren, Mann. Nein, das können wir den Muslimen nicht zeigen. Und so ist das Prinzip. Die dumme Masse dumm halten, damit sie alle im Islam drinnen bleiben. Und damit ihre Seele verloren geht. Krass, ne, Gazi? Ja, schon. Also, ich finde, wenn man doch schon so von sich überzeugt ist, dann kann man ja auch debattieren, ne? Ja, natürlich, ja. Ich bin ja jeden Tag hier. Ich laufe ja von keinem Weg, da kann ja jeder reinkommen. Ich würde mir echt mal wünschen, dass man das irgendwie wirklich hinbekommt, dass einer mit dem man debattiert. Dass man zum Beispiel so zehn Fragen, zehn Fragen tut er dir stellen, du tust er dir in Konton, sage ich jetzt mal, und dann stellt er ihr, oder so wird widerlegen. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber gut, wir sind ja auch keine Gelehrten, ne? Die Leute, mit denen ich dann diskutiere, sind ja auch keine Gelehrten. Also müssten wir uns quasi hinsetzen und wirklich Leuten zuhören, die beispielsweise Apologeten sind. Und Gelehrte, wirklich richtige christliche Gelehrte, die sich auch mit dem Islam perfekt auskennen, aber auch muslimische Gelehrte, wie ein Imam oder Schiuch, der sich mit dem Islam und Christentum auskennt. So was wie Sam Shemun für die christliche Seite, als aber auch dann so ein Shabir Ali oder was für die muslimische Seite, weißt du? Damit wir sehen, Was habt ihr? Amir, du bist doch ein Gelehrter, du bist Dr. Scheer Abouamir. Ja, das sowieso, klar. Du hast aus der All-Anser-Universität studiert. Ich bin ja auch nur ein Mensch, der natürlich nicht allwissend ist, versteht ihr? Ich kann auch hier und da Sachen nicht wissen, das ist doch normal. Wir sind ja immer noch Menschen. Deswegen brauchen wir jemanden, der sich mit allem da auskennt. Mit allem. Aber mittlerweile habe ich mir schon so einen guten Wissensstand aufgebaut, dass ich schon in der Lage bin, einige Sachen auf jeden Fall zu beantworten. Nicht alles, aber ich denke, so ein bisschen kann ich schon mithalten. Weil wenn die Postime mir etwas sagen und die Bibel angreifen, so werde ich das genau zu ihnen zurückfeuern. Aus den islamischen Schriften. Einfach, wenn die mir etwas sagen, so habe ich mir ja auch über die Zeit so etwas aufgebaut, wo ich ganz genau weiß, aha, das, was der gerade sagt, kann ich auch ganz genau gegen ihn verwenden, weil der Mohammed nämlich etwas ganz anderes gesagt hat, als er versucht, gerade mir weiß zu machen. Es gibt schon einen einzigen Grund, warum man den islam verlassen kann, und zwar die Höllenbeschreibung. Wenn man die schon liest, dann weiß man Bescheid. Allein die Tatsache, Gazi, allein die Tatsache, dass Mohammed gesagt hat, dass wer in den Himmelreich kommt, er mit all seinen weiblichen Verwandten SIX haben darf. Gazi, du wirst deine weiblichen Familienmitglieder auseinandernehmen in Jannah. Da ist nichts mehr verboten. Und Allah wird deinen PINIS so dick und so lang machen wie eine Palme. Gazi, schau dir das an, was Mohammed da sagt. Du wirst mit zwei Schwestern gleichzeitig SEX machen. Kannst du das glauben, Hand aufs Herz? Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich bin da auch, zum Beispiel, die habe ich nachgeforscht mit Kindesheirat. Ja, das... Ja, Suga 65, was sagst du dazu, Gazi? Was passiert? Ich bin ehrlich. Ich habe gesagt, ey, ich habe selber einen kleinen Sohn, ja, und dann stelle ich mir vor, also, ihn als Mädchen und ich soll mit Suga heiraten. Weißt du, wie ich meine? Heftig, ja. und dann noch den Geschlechtverkehr durchgehören. Hör mir bitte auf. Ja, kannst du Mohammed als Vorbild nehmen, der ein sechstjähriges Kind geheiratet hat und mit neun Jahren mit ihr Verkehr gehabt hat? Hektorsportlich. Weißt du, es ist schwer, wenn du halt, also, ich weiß nicht, mir wurde das halt von klein auf reingehämmert, sage ich jetzt mal. Es ist schwer, man fühlt sich da halt so komisch. Weißt du, wie ich meine? Ich kann es halt nicht so beschreiben. Du siehst zwar die Fehler, aber irgendwas ist, was du halt den, die du noch zurückhaltest. Weißt du, wie ich meine? Ja, natürlich, das wurde dir von Anfang an so reingehämmert, und du siehst ja, dass andere Muslime auch noch versuchen, diese Schandtat irgendwie zu verteidigen und zu erklären. Aber dann sieht man auf einmal, dass Mohammed auf einmal mit diesem Kind so Verkehr hatte und dieses Kind hat mit Puppen gespielt. Das musst du dir geben, Gazi, mit Puppen, Gazi, ein kleinkind. Also, ich kann diesem Mann niemals folgen. Sowohl hat er von Satan Ferse in den Mund gelegt bekommen, als ein kleines Kind geheiratet. Er hat die Zunge in den Mund von Al-Hassan gesteckt. Er hat den PNIS von Al-Hassan geküsst. Er hat sich den Bauch von einem Mann küssen lassen. Er stand unter schwarzer Magie. Er hat sich vorgestellt, mit all seinen Frauen zu schlafen, obwohl er das in Wahrheit nie getan hat. Er hat befohlen, Kamelurin zu trinken. Er hat Menschen die Augen ausgekratzt und mit heißen Nägel zugemacht und ihn wechselseitig die Hände und Füße abge... Du weißt schon. Und zusätzlich kommt noch dazu, dass er erlaubt hat, mit Frauen eine sogenannte Zeit eher einzugehen. Ist das ein Prophet Gottes? Nein, was für ihn nicht. Was für ihn nicht. Also ich sag mal ehrlich, weißt du, was ich gucke? Schön, dass du das erwähnst. Du bist ja selber Iraner, ne? Viele machen sich über den Iran lustig, weil es ja dort sowas gibt. Zeit eher. Ja, mutterhehl. Ja, auf jeden Fall denke ich mir dann so, wie du es gerade so sagst, guck mal, die machen sich über Leute lustig, aber tun es auch selber eigentlich machen. Weißt du, wie ich meine? Ja, die machen sich über Mohammed lustig. Die sagen, ah, guck mal, das ist ein Ding der Schiiten. Die Schiiten sind krank, dass sie sowas praktizieren. Dabei verstehen die nicht, dass Mohammed sowas angeordnet hat. Sahih al-Bukhari 5116. Also heißt das mit anderen Worten, dass die Muslime einen Krieg mit ihrer eigenen Religion haben. Sie hassen den Islam, TikTok-sportlich. Ja, aber es gibt halt immer wieder so, wie gesagt, immer wieder Sprüche, aber ich kriege da halt nie so gescheite Antworten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt gucke, ja, das sind ja auch quasi gezwungen worden, den Islam anzunehmen. Hier haben wir an die Fängelige geglaubt. Und das sind die Elemente, was eigentlich irgendwie voll übernommen sind. Du musst ein bisschen lauter sprechen, Gazi. Ich habe gesagt, wenn ich mit Türken und so rede, dann sage ich, guck mal, ihr wurdet eigentlich zum Islam gezwungen. Ja, richtig. So, dann sagen sie, ja, nein, was laberst du und was weiß ich, dann sage ich sehr gut, dann erklär mir mal bitte, wie dann die Türken zum Islam gekommen sind. Sehr gut, Gazi, sehr, sehr gut. Siehst du, du bist jemand, der noch ein wenig, also was heißt wenig, dass du noch riesen Verstand hast, dass du die ganzen Sachen hinterfragst und Mohammed sofort hinterfragt, seine Religion und alles. Ja, dann sag mir mal, wie kann einer, was früher an Götter geglaubt hat, ein Volk, plötzlich nicht zusammenkommen, was du mir, dir nichts. Das war schon immer in ihnen drin. Das ist doch nicht logisch. Wenn jetzt, guck mal, wir leben alle in einem christlichen Land. Sag mir, wir sind alle, was das christliche angeht, haben ja ein bisschen mehr Wissen, wie die jetzt in der Türkei. Und dann sagen die so, ja, warum? Sag ich ja, weil du es halt ein bisschen so vorgelebt bekommst in der Schule, weil wir mit Christen und so aufwachsen, denen ihre Kultur so leben. Aber was zum Wissen denn nicht? Also dann sag ich so, würdest du den Islam ablegen? Sagen die nein. Sag ich ja, warum nicht zum Beispiel? Ja, weil ich daran glaube. Sag ich ja, also, du mal, sag ich nicht so, aber wenn die Christen mich jetzt zwingen werden, dann würdest du es machen, oder? Ja, da musst du es machen. Bist du sowas? Dann wahrscheinlich bei den Türken auch, dass du wahrscheinlich die Pilger oder was weiß ich, da kam. Ja, heftig. Amir, du hast doch mal gesagt, die haben damals nur den Islam angenommen, weil die Angst hatten, umgebracht zu werden. TikTok sportlich. TikTok sportlich, genau. Da steht wieder eine Meldung. Aber das ist richtig, oder? Ja, natürlich. Du siehst ja, ihr könnt das mal googeln, Wikipedia, der große Krieg von Abu Bakr gegenüber den Muslimen, die nach dem Tod von Mohammed den Glauben abgesprochen haben. Das sind die große Ritterkriege nennt sich das. Abu Bakr musste losziehen, weil zigtausende von Muslimen nach dem Tod sofort den Islam verlassen haben und aufgehört haben, zakat zu bezahlen. Und dann hat Abu Bakr aufgrund der zakat die Menschen bekämpft. Häftig, ne? Ich fand das ja auch ganz heftig mit den Juden, dass die Steuern sein mussten. Unter anderem damit die da leben durften. Was ist das denn, in meinem Ernst? Ja, da kannst du mal in die Enzyklopädie der islamischen Geschichte mal reinschauen, was überhaupt jizia bedeutet. Das Wort kommt von Jaza. Und es ist sowas wie ein Strafgeld, das du zahlen musst, weil du ein Jude oder Christ bist. Und bei Nicht-Einhaltung dieser Jaza, jizia, wirst du dann Nackentherapie bekommen. Häftig, ne? Ja, richtig. Genau. Ja, und das soll eine friedliche Religion sein, ne? Das ist das. Mariam, warte, wir holen Mariam kurz rein. Sie kann uns das vornehmen. Ah, Mariam, unsere Schmetter. Weißt du, haben wir letztens du und Mariam und ich? Ja, siehst du? Mariam, Friede sei mit dir. Hallo, Gottes Segen, Friede sei mit euch. Ja, hallo. Auch mit dir. Mariam, lies mal bitte die Suche 9 Vers 29 Tafsida al-Tabari vor, was er zu jizia sagt. Was jizia bedeutet, da geht der Tafsida al-Tabari darauf ein. Ja. Ich bin gleich bei dir, mein Lieber. Ja, kein Problem. Damit die Leute das 1 zu 1 hören. Nein, so ist das Dauber, ja. So ist das Dauber, Eier 29, ja. Ich hab noch nichts gegessen, ey, ich hab so rummer, das glaubt ihr gar nicht. Du hast gefasstet heute den ganzen Tag, mein Lieber. Du musst zu dem Teil gehen, wo er die jizia erklärt. Da gibt's einen bestimmten Teil, dann sagt der Imam al-Tabari, jizia bedeutet, man gibt den Muslimen ein bisschen Geld, um sich vor der Nackentherapie zu schützen. Wahnsinn, ne? Ja, ja, und genau, hier ganz unten hat er jizia an Yedihim wa msahirun, das heißt, er muss die jizia geben und er muss richtig auf dem Knie sitzen, ja, auf dem Knie und, äh, sein Kopf, er muss richtig nach unten und er muss erniedrigt werden. Gazi, hörst du, das ist Islam, Gazi. Eins zu eins, die brutale Version, so wie der IS das auslegt und genau konform geht mit dem Islam und den Auslegern, wie Imam al-Tabari, Ibn Kathir, Al-Khurtubi, Al-Jalalayn und, und, und. Siehst du, was Islam ist, Gazi? Stell dir mal vor, das würde man den Muslimen hier in Deutschland antun, Gazi. Lies weiter, meine Liebe. Ja, und da steht, dass sie das nicht hier nehmen, äh, mit, äh, die nehmen das im Sitzen. Ähm, und während er aber, der natürlich, der Muslim, er muss stehen, er muss vor ihm sein, also auf ihm sein, also er muss nicht, dass es, dass sie gleich, äh, gleich, äh, im Augenhöhe stehen. Das geht nicht, weil er muss erniedrigt werden. Er muss erniedrigt werden, wa msahirun, genau. Genauso ist es. Weiter, weiter, Variant, der Teil mit Gizya. Was bedeutet Gizya? Das sagt der Imam Matabari, er erklärt das. Weiter. Äh. Der ist lang, der Tafsi, du musst weiterlesen, du musst bis zur Stelle kommen. Mhm. Das ist, Gizya, das ist, ja, das ist, dieser, wie teuer ist, die müssen Geld bezahlen. Weiter, warum müssen sie dieses, Gizya, dass sie sich vor der Nackentherapie schützen. Das sage ich immer, Matabari. Ich sehe das, damit die keine Nackentherapie kriegen, genau. Lies das bitte im Arabischen vor. Ich bin richtig bei Tafsir Tabari, ja? Ja, Tabari, das ist, äh, Tafsir Tabari. kleiner. Armin, du siehst so gruselig aus, wenn man deine Augen im Dunkeln sieht. Ja, was soll ich machen? Das geht nicht. Normalerweise sieht man bei dir immer so ein friedliches Gesicht, aber wenn du im Dunkeln bist, denkt man sich eben wie der Antik. Jetzt ist besser, ne? Ja, jetzt ist gut. Aber ich muss ausmachen, sonst erkennt das System das. Ah, und dann bist du wieder gesperrt, oder was? Ja, genau, ich muss das ausmachen, deswegen, so können wir wenigstens miteinander live bleiben. Ja, gut. Sag mal, fährst du ins Ausland, oder warum hast du so eine lange Fass? Ich fahre, ich fahre einmal nach, äh, nach Dings, nach Frankreich und wieder zurück. Ja. Oder du fährst am besten noch mal nach Ägypten. Triffst dich da mit dem anderen Schäden. Marianne? Ja. Hast du es gefunden? Ja, ich bin gerade am Lesen, mein Lieber. Achso, ist lange der Tag des Lesen, ja. Ja, der ist lang, mein Lieber. Ja, da gibt es eine Stelle, wo der Imam Atabari sagt, dass Jizya bedeutet, man gibt den Muslimen Geld, um sich vor der Nackentherapie zu schützen. Wahnsinn, ne? Schutzgelderpressung. Reza. Reza. Ah, jetzt ist mein Bruder raus. Ja, der ist weg. Ich gucke gerade. hallo, hallo, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Dich auch, mein Bruder und deine Familie. Bruder, ich sage dir ehrlich, durch die habe ich die Wahrheit erfahren, weil ich wollte kommentieren und so, und durch die habe ich wirklich die Wahrheit erfahren, ja, wirklich. Oh mein Gott, oh mein Gott, was hat da drin steht. Sehr gut, mein Lieber, du hast Gehirn bewiesen, du hast Gehirn gezeigt. Perfekt. Also, da, wo habe ich dich angefangen zu gucken und so, und wo habe ich den Koran aufgeschlagen und alles, ne? Also, ich habe Kopfschmerzen bekommen. Ja, ich freue mich für dich. Ich habe mir eine Rosenkarte. Hast du auch Jesus Christus angenommen? Ja, also, ich sage dir ehrlich, ich bin serbisch-orthodox, nur halt, ich habe, ich wollte kommentieren, weil ich habe viele Freunde und die haben mir erzählt und dies und das, und bis ich ja wirklich die Wahrheit jetzt gesehen habe, und man hat ja selbstverständlich einen normalen Verstand und einen gesündlichen Verstand. Was alles da drin steht, das kann nicht die Wahrheit entsprechen. Ja, gut, dass du da nochmal darüber nachgedacht hast, ja, und dir eingestanden hast, dass der Koran alles andere ist, aber nicht von Gott. Nein, nein, das auf gar keinen Fall. Allein schon, dass die da Kinder heiraten und alles, deklogsportlich, das ist ja eine Katastrophe. Ja. Und da der Vers 1967, das habe ich auch nachgeguckt, da habe ich einem Muslim das gezeigt, der war, der konnte das nicht glauben. Er so, nee, und so, das glaube ich nicht, dass ein anderer Koran, und da meintest du, ey, in jedem selben Koran steht das Gleiche. Aber echt. Er wollte das nicht einsehen, ne? Ja, so sind die, ne? Wenn du denen das dann zeigst, dann fühlen die sich natürlich sehr, sehr in die Ecke gedrängt, und wissen dann nicht mehr weiter, weil sie damit niemals konfrontiert wurden. Klar, habe ich auch gerade eine Bekannte, die ist der Muslimin, da meinst du ja, schlag mal den Koran auf und erkundige, weil du bist ja nur jetzt Muslimin durch deine Eltern und so, aber such mal nach der Wahrheit selber und dann wirst du schon die Wahrheit selber erkennen, was die Wahrheit ist. Ja. Amil? Ja? Ich habe meine Frage, ich will wissen, ob bei dir eine selbe Situation war wie bei mir. Ne? Ich habe dir, ich habe dir ja gesagt, ich habe nichts am verlassen, ne? Ja. Aber ich fühle mich so zur Zeit immer noch wie so eine Art, wie soll ich es sagen, Verräter. Weißt du, was ich meine? Warum Verräter? Verrat kannst du nur begehen, wenn etwas, wenn du jemanden gekannt hast und du ihn dann verraten hast bei irgendeiner Sache. Aber wenn du auf die Suche nach Gott gegangen bist und herausgefunden hast, dass das ein Schwindel ist, dann musst du das Kind beim Namen nennen. Dann bist du ja kein Verräter, sondern du sagst das Kind, also du nennst das Kind beim Namen. Das ist ein schwindelndes Betrug, Mann. Na, also ich meine, das ist ja so wie du bist in einer Bruderschaft zum Beispiel jetzt nur. Bruderschaft, ja gut. Aber wenn diese Bruderschaft aufruft, ein Dorf anzugreifen, um Blondinen da drin klarzumachen, TikTok sportlich, dann verlasse ich die Bruderschaft und wenn du mit der Bruderschaft nichts zu tun hast. Da hast du aber recht. Stimmt. Aber hattest du nicht ein komisches Gefühl erst mal ganz am Anfang, wenn du die Religion verlassen hast? Bitte was? Als du ganz am Anfang den Islam verlassen hast, ne? Ja. Hast du dich da nicht am Anfang ein bisschen komisch gefühlt, so? Ähm, ich weiß nicht, was das für ein Gefühl war, aber als ich diese ganzen Sachen herausgefunden habe, dachte ich mir so, ich kann niemals den Islam folgen, ich kann niemals diese Religion als Gottes Religion akzeptieren, ich kann niemals diesen Gott akzeptieren, dieser Gott ist der Gott der Sünde, Mann, dieser Gott will, dass wir ohne Ende Sündigen hätten. Diese unvogalischen Handlungen, die er durch seinen Propheten dann halt mitgibt, das ist absolut, ich muss die ganzen Leute warnen. Ich weiß nicht, dass er macht. Ja, ehrlich, der kam mir direkt in den Sinn und dann fing ich an, auch mit den ganzen Leuten darüber zu sprechen, aber da war ich noch nicht so im Internet voll bekannt und so, aber da habe ich schon meine eigenen, ähm, so, Gespräche geführt mit Muslimen, hab denen das so gezeigt, die waren natürlich alle schockiert. Okay, mein Lieber, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und, Okay, mach's gut, ja, Gott segne dich. Dich auch und deine Familie. Dankeschön. Ist die Maryam schon immer Christin gewesen oder auch konvertiert? Hey, die ist auch Ex-Muskima. Ja? Ja. Okay. Ja, ich stamme von einer muslimischen Familie. Ja. Genau. Ihr Vorteil ist, dass sie wenigstens Arabisch lesen und schreiben und verstehen kann. Das ist das, das ist ihr Vorteil. Sie ist eine enorme Waffe gegen den Islam, ne? Weil sie, weil sie Arabisch Muttersprachler ist und den Koran auf Arabisch lesen kann und die Hadithe. Das ist ihr Vorteil, ne? Was meinst du, wenn ich das könnte? Allein schon nur im Englischsprachigen Raum und, und die Hadithe, die ich hier auf Englisch zitiere, reicht das schon aus, um den Islam zu zerbomben. Stell dir mal vor, Dr. Schade, aber mir könnte, Arabisch lesen und, und auch noch, äh, hier, verstehen. Das wäre wahr. Amir, ich wollte dich letztens darauf ansprechen. Fang doch mal an, die Arabische Sprache zu lernen, da redest du weiter auf YouTube auch auf Arabisch. Ja, das wäre ich, das wäre krass. Ich glaube, ich nehme mir wirklich mal die Zeit, so Arabisch zu lernen, dass ich Arabisch lese und dann auch verstehen kann. Ich glaube, ich nehme mir die Zeit. aber das ist auch mit denen, große Detonation schon ausgelöst, ist schon okay. Ja. Gott sei Dank, wir danken dem Herr Jesus wirklich, weil er hat alles möglich gemacht. Damit du hast letztens gesagt, wo du, ähm, angefangen hast, dich erst mal den Islam so richtig einzulesen und alles, ne? Ja. Du hast ja gesagt, das war jetzt mal sehr schwierig, weil du gar nicht wusstest, wo du anfangen musst und so, ne? Ja. Wie bist du da so vorangegangen? Also, wo hast du angefangen? Ich nehme an, erst mal beim Koran, ne? Aber danach, wie bist du da weiter vorangegangen? Was hast du gesagt? Als du ja am Anfang dabei warst, dich in den Islam einzulesen und alles Mögliche, ne? Du hast ja erst mal mit dem Koran angefangen, aber wie hast du dich dann danach, äh, weiter, wie sagt man, wie hast du dich weiterhin schlau gemacht? Womit hast du angefangen? Ja, erst mal sowieso den Koran lesen, das ist das Wichtigste überhaupt. Ja, logisch, ja. Und dann fängst du, dann fängst du an, ähm, äh, mit den Hadithen und dann gehst du weiter mit den Tafsiden, ne? Und dann, und dann als, als letztes dann natürlich, äh, hier, als Werbe-Nusul, ne? Warum ein Vers herabgesandt wurde? Dann kriegst du natürlich Schock fürs Leben. Mhm. Marja, weißt du, was du mal machen wirst? Äh, warte mal bitte, äh, Jonas. Geh mal bitte zu Sura 6, Vers 93 und liest mal bitte den Tafsid von, äh, also, ne, Eswerbe-Nusul. Aber das ist im Englisch, da kannst du direkt übersetzen lassen ins Deutsche, das, es wäre aber nur so, gibt es nicht auf Arabisch auf dieser Alt-Tafsid-Seite. Ah, ja, das stimmt, ja. Das mit Sura al-An'am ومن أظلم ممن افتر على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحي إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إن الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الألهون بما كنتم تقولون على الله غير الحقي وكنتم عن أياته تستكبرون ومت compartilين به أيام بسيطة Also die Übersetzung habe ich das auch auf Deutsch. Wenn ihr wollt, kann ich das auch auf Deutsch sagen. Ja, einfach nur als Werbe Nussol von Al-Wahidi zur Story 6, Vers 93. Ja, ich bin dabei. Dr. Scheer, weißt du, was du machen musst? Ja. Du musst mal ein Buch schreiben mit deinem, wie du auf diesem Buch und Hauptcover bist du in arabischem Gewand. Und dann steht da Dr. Scheers Buch, islamische Aufklärung. Ja, da gehst du mal. Da gehst du richtig dann ab. Hast du mal überlegt, ein Buch selber zu schreiben? Ja, ab und zu mal habe ich mir das überlegt. Meine Lebensgeschichte. Auch mit den Versuchen, um mich umzulegen und sowas. Dass ich das mal in einem Buch alles mal verarbeite. Ich sage dir ganz ehrlich, wenn du deine ganze Geschichte da drin erzählen würdest, das wird ein gutes Buch werden. Ich glaube, das wäre auch eine coole Verfilmung. Ich muss nur eine Kultionsfirma geben. Am Ende wirst du noch reich damit. Nein, wenn, dann würde ich das Geld nehmen und das dann hilfsbedürftigen Menschen geben. Ja, das glaube ich dir. Ich habe eine Frage. Und zwar sehe ich das mit Tätowierungen. Ich sehe ja viele, die haben so Jesus tätowiert, Kreuz tätowiert oder betende Hände tätowiert. Was? Darf man das eigentlich machen? Hallo? Der Dr. Scheer hört dich, glaube ich, gerade nicht. Nein, glaubst du, hört man mich? Bin ich gut, hört man mich gut? Ja, jetzt hört man sich, ja. 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 Und zwar, ich sehe ja oft so, dass welche so Jesus tätowiert haben, Kreuz oder betende Hände und so. Darf man das eigentlich? Ja, im Alten Testament steht, du sollst dir kein, du sollst dich auf deiner Haut etwas schnitzen oder dir so irgendwas da drauf machen. Und also wenn du das gemacht hast, das ist natürlich eine Sünde vor dem Herrn. Ja, und dann lass das einfach so und komm zum Herrn Jesus Christus, so wie du bist, bereu deine Schuld und mach das nicht noch. Also mach das nicht viel weiter. Nee, ich habe ja nicht tätowiert oder sowas. Klar, ich bin nicht tätowiert oder sowas. Aber ich habe das halt oft gesehen und einmal, wenn ich so gefragt habe, hey, darf man das bei den Christen? Da haben sie gesagt immer, ja. Da habe ich gesagt, aber das ist doch ein heiliges Symbol. Und das ist so gut, auf der Haut zu suchen, weil man geht ja in unreine Orte rein und so, habe ich gesagt. Da konnten sie mir halt nie darauf antworten. Ja, wie gesagt, also der Apostel Paulus sagt ja, uns ist alles erlaubt, nur ist alles nützlich. Das musst du dann für dich selber entscheiden. Aber ich empfehle dir, dich nicht tätowieren zu lassen oder dir irgendwelche Nasenpiercings dazu machen, wie so, hier, von einem zum anderen Nase da rein. Das ist heftig. Das habe ich mir meiner Oma gezeigt, in der Türkei, im Dorf, weißt du? Das ist halt so, ist bei euch Kuh sein Mode. Ja, genau. Es ist nicht okay vor dem Herr. Also der Herr, ich denke nicht, dass er sowas mögen wird, wenn du da so anfängst, auf einmal da rumzutätowieren und hast du dich gesehen. Amir, ist das wie im Islam, dieses Makro, dieses Unerwünschte? Verpönt, ja, würde ich so sagen, ja, verpönt sowieso. Aber der Herr will natürlich nicht, dass du deine Haut oder den Tempel Gottes verunreinigst, ne? Denn der Heilige Geist nimmt ja Wohnung in dir. Und so soll auch der Tempel Gottes dann auch heilig gehalten sein, reingehalten sein. Ich weiß, es ist immer einfach, wir sind ja immer noch Menschen. Und einige von uns sind ja natürlich auch sehr schwach und machen natürlich hier und da, fallen sie. Aber im Großen und Ganzen versucht man, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Der Heilige Geist, der in dir ist, stärkt dich ja auch immer wieder und hilft dir immer wieder aufzustehen und weiterzumachen. Amir? Ja. Mein Lieber, ich habe jetzt den Eswebe Nusul gefunden und es ist auf Englisch und auch auf Deutsch habe ich das. Ja, was steht da, Marian? Es steht, als der Mohammed, der Prophet, diktierte sie ihm, als er nach ihm griff und es dann als eine weitere Schöpfung hervorbrachte, drückte Abdullah sein Erstaunen über die Präzision der menschlichen Schöpfung aus, in dem er sagte, gesegnet sei Allah, der beste Schöpfer. Der Gesandte Allah, Allah segne ihn und schenke ihm Frieden, sagte, dies Abdullah letzte Äußerung ist. Wie ist es mir offenbart wurde? Zu diesem Zeitpunkt sah ich sich bei der Abdullah Zweifel ein und er sagte, wenn Mohammed wahrhaftig ist, dann würde ich genauso inspiriert wie er. Und wenn er lügt hat, der Mohammed wurde als falscher Prophet entlarvt, weil er hat nie eine Inspiration von Gott erhalten. Richtig, als Lügner. Er wurde als Lügner enttarnt, das war's. Und Ratman, was er gemacht hat, der ist aus dem Islam getreten, hat gesagt, und wenn er lügt, habe ich genau das gesagt, was er gesagt hat. Daher Allahs Worte und wer sagte, ich werde etwas offenbaren, was Allah offenbart hat, der Mann verzichtete auf den Islam. Das heißt, the man renuncet Islam. Der ist, glaube ich, gewonnen, genau. Richtig. Weil er gesehen hat, da hat er zu Mohammed gesagt, das sind doch meine Worte, die ich gesprochen habe, das ist nicht von Allah. Da sagt er, ja, ich habe das genau so empfangen, schreib das auf. Da hat er gesagt, wenn du ein Prophet bist, dann bin ich auch ein Prophet. Ganz genau, ganz genau, mein Lieber. Gazi, heftig. Wer wusste das, Gazi? Nein, wusste ich nicht. Das ist die Katastrophe. Was meinst du? Meinst du, irgendein Schirr oder Imam zeigt uns das, damit wir sehen, dass Mohammed ein falscher Prophet ist, TikTok-sportlich? Nein, natürlich nicht. Wie gesagt, Daniel, ich habe da schon einige Fragen, zum Beispiel jetzt, ich habe da so mit Eltern auch so geredet. Dann sage ich so, guck mal, bei uns im Islam ist der Töten eigentlich eine große Sünde. Da sagen sie, ja, ja, ja. Dann sage ich, okay, warum haben dann die Sultane damals Bruttermord gegangen, Babys umgebracht. Ja, das war ein Ding, weil die haben Fitna gemacht. Da sage ich aber, der sündigt doch dann, auch wenn er Fitna macht. Musst du ihn ja jetzt nicht erwürgen lassen mit diesem Bogen, also wie nennt man diese Seile da? Weil Sultane, die durfte man ja nur erwürgen. Dann waren sie halt leise, dann haben sie auch keine Antwort drauf. Und dann kommt immer das Standard, hör auf so zu reden, sonst redest du aus dem Glauben aus. Ja, super. Siehst du, wie das abläuft im Islam? Ja, bloß dich hinterfragen, wie du immer sagst, haben wir, ne? Ja. Einfach die scharfe Dummheit, das ist das. Und was das Schlimmer an der ganzen Sache ist, wenn die jetzt zum Topkapuzerei, also Palast gehen, da sehen sie Särge von kleinen Babys, zum Beispiel Sultan Süleyman. Da hat 19 seine Geschwister umlegen lassen. Und plus eigene Kinder auch noch. Heftig. Aber wenn du halt hinterfragst, dann heißt es gleich, du dreht es aus dem Glauben. Deswegen finde ich auch deine Arbeit irgendwo gut, dass man einen gibt, der wenigstens mal offen und ehrlich auch jede Frage beantwortet, egal wie unangenehm sie ist. Ich bin Dr. Scherer, aber an mir so dankbar. Das glaubt ihr gar nicht. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Mir gebührt keine Ehre. Nicht mal, die haben nicht irgendjemanden hier, sondern allein Jesus Christus. Amen. Wenn ich immer gesagt habe, hey, guck mal, da gibt es einen im Internet, der nennt sich Ex-Moslem und so. Ja, Bruder, lass den, da war doch nie Moslem. Ich sage, okay, kann sein. Dann sage ich so, aber bist du besser wie er? Dann sagt er so, ja, weil ich glaube an den Islam. Dann sage ich, okay, du sollst die Befahrt machen und du begehrst Sina. Ja, was ist jetzt der Unterschied? Man sagt so, ja, hör auf so zu reden. Und jedes Mal immer das Gleiche. Dann denke ich mir so, okay, gut, wenn er doch so schlecht ist, warum alle bekannten Prediger hier in Deutschland, vor allem die deutschsprachigen, warum kommt keiner? Nur einer hat es versucht, der, ich glaube, aus Österreich. Der hat sich aber auch nicht an einen Tisch mit dir gesetzt. Der hat immer nur wieder so kurze Videos gemacht. Wie gesagt, der Einzige war halt Abonad-Wieder-Sichting. Mit dir und bei dem hat man auch wiederum nichts sehen können, weil Videos waren dauernd geschnitten. Ich habe mich gerade an was erinnert. Ich sage dann so, was er von sich gibt. Gazi, du musst näher kommen mit deinem Mund an dem Hörer. Bruder, du bist doch fast in meinem Mund drin. Was? Alles gut, alles gut. Ja, hier drin ist das laut. Ich verstehe dich nicht so gut. Der Junis kommt lauter mit seiner Stimme als alle rüber. Was soll das denn heißen? Amin, ich musste gerade an was denken, als hier der Gazi gesagt hat, dass hier manche erzählen, dass du kein richtiger Moslem warst. Ja. Ich fand manchmal was lustig, da hast du YouTube-Videos gemacht und da sagtest du immer so zu bestimmten YouTubern, du hast auch noch nie in deinem Leben die Scherherde ausgesprochen. Ja, aber ehrlich, die meisten gehen es überhaupt nicht mit Islam aus und mittlerweile bin ich ja besser bewandert als jeder eurosische TikTok-Moslem. Und auch die ganzen sogenannten Dauer-Teams, die jetzt alle selber gar keinen Plan haben, was überhaupt ihre Religion aussagt. Amin, weißt du, was das machen hier ist? Die Wahhabiten, sage ich jetzt mal, die verbieten ja alles. Frauen dürfen zum Beispiel kein Auto fahren, du darfst keinen Fernseher gucken, du darfst keine Musik hören. Aber ich sehe alle in TikTok. Ja, das ist das, die hören auch gar nicht mehr auf ihre Religion. Ist auch besser so, Gott sei Dank. Stell dir mal vor, die Muslime würden ihre Religion ernst nehmen. Dann hätten wir morgen Revolution in Deutschland. Richtig. Wäre dann alles unerträglich geworden. Dann ist die Shaila und dann Feierabend für alle. Dann wäre Feierabend für alle. Ja. Deswegen können wir uns glücklich schätzen, dass wir Jesus Christus an unserer Seite haben und ihm voll und ganz vertrauen. Denn er hat nie auch nur eine Lüge aus seinem Mund rausgetan. Er kannte gar keine Lüge. Er kannte die Sünde ja gar nicht. Müsst euch mal vorstellen, ihr Lieben. Er, der keine Sünde kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht. Das ist für mich so hoch, immer wenn ich darüber nachdenke, dass er als Mensch auf diese Erde kam und überhaupt gar nicht Sünde kannte. Er weiß gar nicht, was Sünde ist. Jesus ist perfekt, genau. Jesus ist perfekt. Amen. Heilig, gerecht, wundervoll. Ja. Wie wundervoll ist er. Allein nur über ihn nachzudenken lässt mich staunen. Wie heilig er gelebt hat. Wie wundervoll er so die ganzen Worte auch, die er wiedergegeben hat. Die ganzen Aussagen, die er getätigt hat. Wie er auch mit den Pharisäern so gesprochen hat. Und sie immer wieder auf dem Boden eine Tatsache geholt hat. Diese religiösen blinden Führer. So wie die Shiochs und Imame. Ich wünschte, ich könnte Jesus Christus jetzt befragen. Mein Herr und mein Gott Jesus, was hältst du von Mohammed und seiner Religion? Was meint jemand, wie der Jesus Christus darüber denken würde? Oder sagen, was er sagen würde? Wir wären erstaunt über seine Antwort. Mir weiß, was auch das Schlimme an der ganzen Sache noch so macht. Viele sagen ja, ich bin Moslem, ich bin das. Als die Verfolgung der Moslems waren, welche Religion oder welche Glaubensgemeinde hat ihnen die Türen geöffnet und hat sie geschützt? Das waren die Christen, die sie vor den Verfolgern geschützt haben. Ja, richtig. Und das ist das, was ich dann so komisch finde, wenn du mir solche Sachen erwähnst, dann sind die gleich sauer auf dich oder du wirst dann in so eine Ecke reingestellt und du kannst dann nichts mehr sagen, weil ich dann denkst du dir jedes Mal, ich bin lieber leise. Ja. Ja. Wenn doch alle schlimm sind, weißt du, was ich meine? Ja. Dr. Scheer, du musst am besten wieder mit Hamdi debattieren. Damit ich wieder Kopfschmerzen bekomme von dir, ne? Ja. Also denen wird mal keine Plattform geben, okay? Hat es nicht geändert. Da kommt er hier rein, da kommt er hier rein und sagt, ich fände mir nicht meine Haare schwarz, es ist dunkelbraun. Und dann sieht er auch einfach, wie seine Haare pischt schwarz sind und dann bügelt er die auch noch so. Trotzdem hat er das geändert. Der Typ ist so, ey, so. Der lügt ohne rot zu werden, der Typ. Das ist so krass, ne? Für mich, der ist der größte Lugner. Der sagt immer, du wärst ein Teufel und sowas, ne? Younes. Ja. Du bist ja aus Österreich. So einen Typ nehm ich überhaupt gar nicht mehr. Was sagst du? Auf der Hamdi, der aus Ding Österreich ist. Der kommt doch aus Österreich, ja. Aber hey, Amir, Ding, du musst dir schon ein bisschen dankbar sein. Dank dem bin ich auf dich aufmerksam geworden. Nur zur Info. Hammer. Super. Siehst du, Gott nutzt das auch. Ich bin durch ABK auf, haben wir gestoßen. Wochenende habe ich mich totgelacht. Gandalf-Barth, wo du das so gesagt hast. Hey, er hat mich totgelacht. Ich so, ey, wie ist dir jetzt auf den Spruch gekommen? Aber ich habe gestern ein Video gesehen, ne? Da hat irgendjemand was über dich gemacht. Und zwar war der Hamdi auf dem Video und du. Und da hat man das irgendwie so animiert, dass du den Bart von der Hamdi so runterziehst. Kennst du das, der Leiter? Kennst du das? Nee, habe ich doch nicht gesehen. Musst du mal schicken. Ich kann dir leider keine Nachrichten mehr schicken, ja? Wenn dann musstest du mir das irgendwie freischalten, dann schicke ich dir das sofort rüber. Das ist doch freigeteilt. Nee, da steht, du kannst irgendwie keine Nachrichten mehr verschicken. Weil ich habe irgendwie, glaube ich, schon ein, zwei Nachrichten geschickt. Und ja. Ja, keine Ahnung. Woher hast du das gesehen? Weil ich habe das auch gesehen. Sie schreibt gerade eine wegen Yunis. Er lacht beim Schreien. Er lacht beim Schreien. Aber hey, Junge. Gazi, ist es nicht besser, dem Herrn Jesus Christus zu folgen, Gazi? Wenn du das jetzt gesehen hast, was Mohammed da fabriziert hat, ist es nicht viel schöner, dem Herrn Jesus Christus nachzufolgen, Gazi? Ich bin ehrlich, ich bin zu dir ehrlich, Amir. Ich fühle mich irgendwie heute voll locker. Ich muss jetzt zur Arbeit. Ich fühle mich bis der echt irgendwie befreiter. Ich bin guter Dinge. Ich glaube, wir kriegen das noch hin. Nur wie gesagt, ich muss die Wünschele überwinden. Aber es ist nicht so, dass ich mir keine Gedanken mache. Weil guck mal, wir haben Samstag geredet und heute ist Dienstag und ich bin wieder in deinem Stream drin. Wie kriegen wir das schon irgendwie noch hin? Amen, wir kriegen das hin. Wir beten für dich, Gazi. Und dann kommst du hier rein und dann sagst du, Amir, ich will den Herrn Jesus Christus annehmen und gebe ihm mein Leben. Amen. Weißt du, wie die Engel da im Himmel, die werden sich freuen. Und die werden Halleluja singen. Die werden jubeln. Jubeln. Ja, aber der Gazi, man merkt, der Gazi hat verstanden, hundertprozentig. Ja, er ist klug genug, um nach einer Wahrheit zu suchen. Richtig. Hast du gut gemacht, Gazi. Gott segne dich und er fühlt dich bestimmt auf den richtigen Weg. Amen. Okay, Gazi, komm wieder und dann erzähl uns. Vielleicht kannst du bei der Arbeit auch die Evangelien hören. Ein bisschen Jesus Christus Worte verinnern. Ich mach das so. Heute lade ich mir Hörbuch und Choran runter und dann höre ich mir das mal alles an. Hol dir Fragen und dann hör mal den uns. Ich verspreche dir, wenn ich rüberkommen sollte, machen wir das so, wie wir es machen, live. So, dass dann alle es bekommen und dann auch mal, dass du auch hier viel Arbeit leistest. Und nicht nur die Schorstelle. Halleluja. Halleluja. Und vergiss nicht, mit dem Neuen Testament immer anzufangen, Gazi, ja? Okay. Da bin ich gespannt, Gazi, helf dich, ey. Dann nimmst du den Herrn Jesus Christus vor uns allen an, das wäre der helf dich. Ja, das machen wir dann so. Und ich sag mal, wenn ich dann immer richtig an, oder? Ja, respekt, genau. Ja, hörst du mit. Wolltest du jetzt arbeiten, willst du jetzt rausgehen, arbeiten? Ja, ja, musst jetzt arbeiten. Okay, alles klar. Dann Gott segne dich, danke, dass du da warst und du bist jederzeit willkommen, ja? Ja, Gott segne dich, deine Familie, deinen wundervollen Sohn. Und du bist jederzeit willkommen, ja? Ja, danke. Ich kann mich ausreden, ey. Ich kann das nicht mehr hören. Ich kann das nicht mehr hören. Oh, lo! Debattier mich, debattier mich! Mein Junge, ey, du färbst deine grauen Barthaare, ey, schwarz, dann sagst du dunkelbraun. Willst du mich auf den Arm nehmen, oder was? Was soll das? Gläubig. Lass mich ausreden. Der denkt auch, ich wäre farbenblind. Der denkt auch, wir alle sind farbenblind. Was für du für Farmer, das ist ein Pechschwarz, ey. Lass dich. Aber Armin, ich finde das immer gut, wenn du zu ihm sagst, Hamdi, beruhig dich. Ja, ich versuche ihn immer zu beruhigen, weil sonst kann man nicht mit ihm reden. Sonst labert der und labert der und labert der und dann kommt man nicht zu irgendeinem. Und deswegen habe ich ja, als ich damals mit ihm das Gespräch geführt habe, mit meinem Bruder zusammen, da habe ich ihn immer wieder versucht zu beruhigen. Weißt du, also beruhige dich, Hamdi, bleib locker. Weil den muss er immer bremsen. Den muss er immer rausschmeißen. Ja, weil er mich nur noch aufgeregt hat. Eine Stunde reden wir darüber, dass Apostel Paulus sagt, dass Jesus Christus Gott ist, und dann sagt er, ne, wo, sagt Apostel Paulus, es ist Jesus Christus Gott. Dann habe ich ihn nur einen gefragt, ich habe gesagt, wen rufst du auf jedem Platz der Erde an? Dann hat er gesagt, Allah. Dann habe ich gesagt, ah, okay, siehst du, der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 1, Vers 2, dass er den Namen Jesu Christi an jedem Ort anruft, auf der gesamten Welt. Also wie kann das denn sein, wenn Jesus Christus da nicht Gott ist? Der muss also omnipräsent sein. Das war's. Aber am besten, du musst wirklich mal dieses Video sehen, von dem ich dir erzählt habe. Oder am Dispati, so eine Animation. Ja, Leute, warum ist das eingefroren? 3, 2, 1, Typico, Leute, jetzt. Alles mal 3. Du musst Typico machen, Leute. Hast du eigentlich noch mal vor, dich mit ihm zu unterhalten? Ja, ich, boah, langsam macht mir das Kopfschmerzen, mich mit ihm zu unterhalten. Das ist eigentlich, das reicht. Ja, anstrengend. Richtig. Anstrengend. Ja, heftig. Weil der ist ja immer auf 180 und ich glaube immer, manchmal ein Flakader von ihm wird gleich platzen, denke ich immer, weißt du? Ich glaube, der braucht eine Beruhigung, bevor er ins Gespräch reingeht. Mir sind meine Nerven, meine Nerven nochmal kostbar, wenn ich mich mit Hamdi dann unterhalten kann. Versuche ich lieber mit anderen ins Gespräch zu laufen. Ja, richtig. Ich spreche mich, wie er aussehen würde. Ja. Ich spreche mich, wie das aussehen würde, wenn ihr live miteinander reden würdest. Einer würde den anderen anschreien. Dann sagt er, lass mich ausreden. Dann sagt er, lass mich ausreden. Und dann würde es die ganze Zeit hin und her gehen. Lass mich ausreden, lass mich ausreden. Lass mich ausreden, lass mich ausreden. Lass mich ausreden. Amir kennt keine Ruhe. Amir ruht nicht. Amir, ich habe eine Frage. Dr. Scheer, aber Amir ist immer fleißig dabei, ihr wisst doch. Ich versuche immer fleißig zu sein, immer. Und zwar habe ich eine Frage, Amir. Wie löst Allah im Koran das Problem mit dem Sündenfall? Weil wie der Herr Jesus das so ist, das wissen wir ja. Diese wunderbare Liebesbotschaft, die er uns gezeigt hat. Aber wie löst Allah das Problem der Sünde? Löst er das überhaupt? Überhaupt gar nicht. Der Allah möchte sogar, dass wir Ehebruch begehen. Das kann ich dir zeigen. Das befindet sich in... Warte, zeige ich dir sofort einen Moment. Dieser Gott möchte, dass wir so viel sündigen, wie es nur geht. Du meintest schon mal. Der macht dann so am Ende des Lebens so eine Art wie ein Obsthändler gute und schlechte Taten. Und dann wiegt er das so auf. Er macht das wie so ein Obsthändler. Gute Taten auf die eine Waage und schlechte auf die andere. Wunderbar. Aber am Tag des jüngsten Gerichts wird er die schlechten Taten von den Muslimen auf das Rücken von den Ungläubigen übertragen werden. Also guck mal, wie schön ist das. Das heißt auch, wenn diese Christen oder die Ungläubigen, die Ahl al-Kitab, nichts mit der Sache zu tun haben, wird er die ganze Schuld von Muslimen einfach auf den Rücken der Ungläubigen übertragen. Ja stimmt, das macht der Allah auch. Das zeige ich euch gleich auch. Leute schlagt das auf. Also schreibt euch das auf. Sahih Muslim 26 57 B. Sahih Muslim 26 57 B. Allah hat für jeden von euch den Ehebruch und die Sünde schon vorherbestimmt, dass ihr das machen müsst. Krass, ne? Ja. Dr. Scheer, bitte wiederhol noch einmal. Ich schreib das in das Buch auf, was ich stelle. Sahih Muslim 26 57 B. Dafür habe ich extra das Buch gekauft. Deine erste Eintragung. Für solche Fälle habe ich extra das Buch gekauft und habe ja draufgeschrieben, Dr. Scheer Abu, an mir ist Lehre. Yunis, mach mal Kamera an. Mach mal Kamera an, Yunis. Ja genau. Guck dir das an. Sogar auf Arabisch ist heftig das zu lesen auch. Ja sag ich doch. Allah hat für jeden von uns den Ehebruch in unser Herzen reingelegt, dass wir das machen müssen. Wir haben keine andere Wahl, weil Allah das so will. Ja genau, tatsächlich. Gott hat für den Sohn Adam seinen Anteil am Ehebruch bestimmt. Heftig, ne? Allah ist der Gott der Sünde. Tiktok-Sportlich. Das heißt, er hat es für ihn bestimmt, dass er sündigt, dass er Ehebruch beginnt. Heftig, ne? Ja. Subhanallah. 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 Und eräbruch der Zunge. Heftig ne Leute? Das ist der Gott des Islams. Der die Hölle mit Menschen füllen will, der uns Christen anstatt der die Muslime aus der Hölle holt und uns dafür ersetzt und uns in die Hölle reinschmeißt. Der Mutteehe erlaubt. Der erlaubt, dass Mohammed mit so vielen Frauen Verkehr haben darf, wie er nur will, seht ihr. Dass die Muslime vier Frauen heiraten dürfen, so viele SDX-Sklaven haben dürfen, wie sie wollen. Merkt ihr, dieser Gott ist der Gott der Sünde. Das war's. An Allah ist nichts Heiliges, nichts an seiner Religion und an Allah ist nichts Heiliges. Und dann kommt Jesus Christus ins Spiel. Und dann siehst du seine Heiligkeit, seine Majestät, seine königliche Majestät. Wie heilig er ist. Aber guck mal, das Heftigste hier, da steht, dass es auf Arabi steht Al-Faraju. Al-Faraju, ihr wisst, was es meint mit Al-Faraju. Aber wenn du das auf Google tippst und übersetzen willst, dann findest du das nicht, Al-Faraju. Ja, das heißt ja, Vulva, Vulva der Frau. Ja, ganz genau. Und hier steht, weil es steht, wenn du diese Sehnsucht hast, nach, ja, auch Al-Faraju. Sehnsucht nach dem Faraj, weißt du? Aber steht es hier nicht auch auf Google. Ja, heftig. Es steht es nur auf den arabischen Dingen, da, Schrift. Es ist heftig. Es dreht sich nur um diesen Faraj. Es dreht sich nur um diesen Vagina. Heftig. Aber siehst du das? Was? Sehr gut, Jonas. Dr. Scherz, liegst du das, was ich auf dem Buch geschrieben habe? Ach so, warte mal, ich muss dich mal vergrößern. Ja, das seht ihr mal. Mein Schüler. Jonas ist mein Schüler. Einer meiner Schüler. Ein braver Junge. Jetzt bekommst du einen positiven Einfrag ins Klassenbuch. Da stehen alle Lehren von Dr. Scherz, aber bei mir drin. Und dann am Ende wird der, der Jonas wird dann ein Buch machen daraus. Ich werde das rausbringen. International. International. International, yes. Genau. Ja, ich würde mich auch erst mal verabschieden, meine Lieben. Okay, Olli, alles klar. Dann Gott segne dich. Ich würde noch mal ganz kurz an alle Muslime einmal einen Aufruf machen, dass sie ihr Herz bitte öffnen mögen für die Wahrheit, die in Christus liegt. Und nur er wird euch freimachen und euch ewiges Leben geben. Amen. Gott segne euch reichlich für eure Arbeit und einen schönen Abend wünsche ich euch. Alles klar, danke dir. Ciao. Ciao. Ah ja. hallo bei deinem austritt vom islam ja was war der punkt wo du gesagt das soll jetzt reicht sich man raus also du wirst ja schon mehrere punkte genannt haben wo du geschockt warst weil du die seiten nicht kannte ist aber ab wo hast du gesagt war jetzt als ich erfahren habe dass mohammed die verse von satan in den mund gelegt bekam da war mir klar da dachte ich mir guck dir das mal an was passiert ist in der geschichte und das befindet sich ein suche 22 vers 52 zu dieser geschichte kam wo es sich mohammed war und da war erkannte ich noch gar nicht so richtig mit tafside und alles aus aber als ich dann anfing in der tiefe die suche 22 52 dann auseinanderzunehmen war mir klar dass mohammed in dem falle schild begangen hat eine unverzeihliche sünde und ja und ein falscher prophet in dem falle war heftig sagen wir auf sure 22 vers 52 6 mariam ja ließ mal bitte das tafsir al tabari oder eben kassier zu suche 22 52 damit die leute das oder alter allein egal alle sagen dasselbe ich schlage jetzt gerade auch mal arabisch für uns vorlesen was uns verborgen bleibt damit die muslime die hier drin ist ja sich von muslimen hier drin damit sie das höre damit sie ihre imam und schuss in die ecke dringen und sagen was soll das warum verarscht ihr und warum lügt ihr uns so an was den islam betrifft und wir haben keinen boten der profeten von euch gesandt außer wenn er es wollte war dann also das heißt dass satan hat das sein wort ja auch muhammad mund gelegt das heißt sagt er macht seinen wunsch also machte gott auch zunächst was sagt dann ja das ist aber diese google übersetzung dieses jahr auch quatsch und ganz genau hier sagt das tabari ganz unten er hat gesagt dass muhammad hat zugegeben dass er was gesagt hat so wie sagt man das das wort auf deutsch ich finde es nicht verleugnet ja ich habe sozusagen gott verleugnet und ich sagte über gott was er nicht gesagt hat ja genau und ja ganz unten ist ja ganz lang ja genau man hat gesagt dass moment ich muss noch hier und die haben hier kann es Da sagt er, und wir haben keinen Gesandten oder Propheten vor euch gesandt, außer dass Satan, als es wünschte, seinen Wunsch äußerte, dann annullierte Gott, was Satan gesagt hat. Und dann stellte Gott die Zeichen auf und Gott ist allwissend und barmherzig und allweisend, das Hakeem. Das heißt, Mohammed hat Verse vom Satan bekommen gesprochen und dann hat Allah das annulliert. Seht ihr, seht ihr Muslime, er war in dem Moment der Prophet des was? Der Prophet des Teufels. Das ist Satans. Amir? Ja. Dr. Scheer, ich habe einen Koran von Mohammed Asad. Sag dir das etwas? Ja. Okay, soll ich dir mal vorlesen, was ich hier stehen habe? Ja. Okay, hier steht. Allwissendweise. Das steht bei mir. Ja, siehst du? Und um den Vers zu verstehen, müssen wir dann wieder in die Tafsir rein, um da die genaue Erläuterung zu bekommen. Weil wir wollen ja verstehen, was dieser Vers bedeutet, oder nicht? Ja. Ja. Und dann sehen wir auf einmal, dass die Ausleger, die Uleima des Islams, uns sagen und uns erzählen, was in diesem Vers passiert ist. Und dann sehen wir auf einmal, dass der Mohammed seine Knie vor Allah, Al-Uzah und Manat gefolgt hat. Das sind ja diese drei Götzen der Quraysh. Die Töchter Allah. Ich habe hier daneben auch eine arabische Erläuterung. Vielleicht kann die Maryam das vorlesen. Moment. Entschuldigung, ich wollte nochmal Sadat sagen. Ich habe das gerade, das Tafsir noch gelesen zu der Surah Amya, 22, 52. Dann habe ich entdeckt, dass der Satan legte oder sagte zu ihm zwei Worte. Das sind die hohen Kräne und auf ihre Fürsprache ist zu hoffen. Das sind diese Dinge. Garanik. Garanik. Genau, mein Lieber. Garanik. Ja. Und Garanik, die sind diese Götze, wie hat man das? Götzenbild oder wie nennt man das? Ja, genau, Götzen, Götzen, ja. Götzen, genau. Armin, kannst du das vergrößern? Was? Kannst du das vergrößern? Was ist das? Warte mal, du hast gesagt, Surah 22, Vers 52, ne? Ja. Okay. Moment. Oh ja. Ja, schau mal, da steht was auf Arabisch. Kann sie das vorlesen? Ich versuche es. Wenn du, wenn Amya das groß macht. Ja. Also steht neben dem deutschen Text. Ja, ja, ich sehe es, okay. Mach mal ein bisschen noch höher vielleicht, zu der Kamera. Nia, Nia, Nia. Nia, Nia. 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 Das Wort am Ende kann ich nicht so gut erkennen. Ja. Okay, kannst du das übersetzen? Du bist weg, das Bild ist weg, aber da steht Majecku Mutfaitano, also das... Das ist einfach nur der arabische Original, Textbesuche 22 Vers 52. Genau. Das hat die Malja mir auch geholfen, sehe ich. Richtig, genau, das habe ich ja gerade vorhin auch erklärt. Das hat die doch gerade ihm vorgelesen. Malja, mach mal bitte den Tafsir von Ebn Kathir rein. Ebn Kathir, okay. Auf alttafsir.com und dann Suche 22 52, Tafsir Ebn Kathir. Ja, habisch, habisch. Tafs alles dabei. Ja. Ja. Rumpf liter. Zwei Wörter auf seinen Mund gelegt. Genau. Das heißt die Fürsprache, die sind die Fürsprache für sie. Er sagte zu ihm zwei Wörter, das sind die Hören Kräne und auf ihr Fürsprache ist es zu hoffen. Also sprach er sie, dann fuhr er fort und recetierte die gesamte Surah, also warf er sich am Ende der Surah nieder und das ganze Volk warf sich mit ihm nieder. Al-Wahidi bin Al-Murin wirbelte Staub auf seinem Stirn und warf sich darauf nieder und er war alt und nicht in der Lage sich niederzuwerfen. Sie stimmten mit dem überein, was er gesagt und gesagt hatte, wir wissen, dass Gott Leben gibt und Tod verursacht und das ist derjenige, der es schaffen und sorgt. Aber diese unsere Götter treten für uns vor ihm ein, da er ihnen einen Anteil gegeben hat. Ja. Das ist auch so genau das so, das gleiche fast. Das ist auch ganz lang, aber mach nichts. Ich lese noch weiter. Das ist nicht schlimm, die ist einfach weiter. Das wird ja komplett erklärt, was die Bündner da sagt. Ja, ich bin gleich in Frankreich angekommen. Ja. 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 Das ist so viel über 6 Minuten, heftig. Es steht ganz am Ende, fadachar Allah und Saitan, also besiegter Gott Satan, dann sagt er, wie Fatim Haddathana Musa ibn Abi Al-Kofi, das ist dann die Überlieferung, uns erzählte Mohammed, Moment, sagt er, die Sura Al-Najm wurde offenbart und die Poliisten pflegten, Politheisten, die sagten, wenn dieser Mann unsere Götter gut erwähnt hätte, hätten wir ihn und seine Gefährten gebilligt, aber er erwähnt nicht die Juden und Christen, die sich seiner Religion widersetzen, auf die gleiche Weise, wie er unsere Götter in Bezug auf Fluchen und Böses erwähnt. Ja, Rasmus. Ja, Rasmus. Amir, es gibt ja aber auch von diesem Abdel-Samad Bücher, ne? Ja. Würdest du die auch empfehlen? Ja, kann man sich durchlesen, wenn man auf jeden Fall die islamische Geschichte so berücksichtigen will. Da musst du auf jeden Fall Abdel-Samads Bücher auf jeden Fall holen. Ja, hast du schon welche von dem gelesen? Ja, der ist ja Politologe, der hat Ahnung vom Islam, sehr große Ahnung. Ja. So, ihr Lieben, ich denke, wir beenden das Ganze jetzt mal langsam. Und mal gucken, vielleicht komme ich gleich nochmal live. Auf ein Mitternachts-Spec. Mitternacht. Ich wollte jetzt erst mal was essen gehen, ich kann nicht mehr, ich brauche was zu essen. Ja, ganz genau, würde ich gerade sagen. Nach deinem langen Tag von Kairo in der Al-Azhar-Universität brauchst du auch wieder Erholung. Was? Nach deinem langen Tag in der Al-Azhar-Universität in Kairo brauchst du wieder ein bisschen Erholung. Genau, TikTok Al-Azhar-Universität. Al-Azhar. Ich kann das sehr gut machen, schmeckt so gut. Lammfleisch mit schönen Couscous-Essen. Ja, gell. Sonst hätte ich dir das geschickt per Post. Das wäre echt gut. Na gut, alles klar. Ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr dabei wart. An alle hier drin. Gott segne euch und eure Familien. Dankeschön für eure Support. Möge der Jesus Christus euch segne, blühten und beschützen. Und dann sehen wir uns eventuell später oder dann morgen. Gott segne, liebe. Macht's gut. Ciao. Macht's gut, ihr Lieben. Kommt gut nach Hause, Anja. Okay, nach langsam. Ciao, bye-bye. Lass nächstes Mal nochmal eine Sitzung machen. Ja, genau. Ciao. Ciao.